Schlechte Neuigkeiten Ja, wenn du meinst, dass wir keine Mini-Donuts mehr haben, das weiß ich und bin sauer darüber Nein, ich sollte doch heute diese Musterhäuser vorstellen Ich hab doch die letzten zwei Wochen von nichts anderem geredet Endlich kann ich mich Mr. Kaufman beweisen Meinem Boss Okay Auf jeden Fall hab ich total vergessen, dass wir uns heute mit Steve, unserem Finanzberater, treffen wollten Hörst du mir eigentlich jemals zu, wenn ich was sage? Tust du's, du bist echt nervig, kann ich dir sagen Okay, Dark, du musst mir jetzt wirklich mal richtig gut zuhören Okay, ich werd's versuchen, na los Das hier ist der Scheck von unserer Steuerrückzahlung Und du wirst dich mit Steve hinsetzen und über Investitionen reden Berechte es nicht mehr, wenn ich was täte, was ich gut kann, wie Getränke besorgen oder Nur so da liegen Komm schon, du solltest dich wirklich für unsere Finanzen interessieren Hier sind ein Haufen Vorschläge für Investitionen Ich bin sicher, da wirst du was für uns finden, okay? Entschuldige mich bei Steve, dass ich nicht dabei bin Ja, Steve Unser Berater für Finanzen Okay, war bloß ein Witz Das war kein Witz, oder? Nein, war's nicht Oh, tut mir leid, ich sollte hier ein Musterhaus vorführen Sie sind hier richtig, kommen Sie rein Die Kinder und ich gucken gerade Jungfrau 40 männlich sucht Es ist schlüpfig, aber ganz ehrlich, auch echt witzig Harry, gut, dass Sie da sind Äh, Mr. Kaufman Diese Leute, wer sind die? Das sind professionelle Schauspieler, die spielen eine Familie Oh, okay, Frage beantwortet Das ist eine super Idee Wenn potenzielle Käufer eine Familie im Haus wohnen sehen Können Sie sich besser vorstellen, wie es ist, hier zu wohnen? Ja, das klingt nach einer super schrägen Idee Die ist von mir Oh, entschuldigen Sie bitte, Carrie Hallo? Oh, verdammt Alles klar, ist ja ärgerlich Eine dumme Geschichte Unsere Mama erscheint nicht Sie spielt lieber eine Rolle in CSI Gut, dann ist er ein Single-Dad Was ist verkehrt daran? Was verkehrt am Untergang der amerikanischen Familie ist? Oh, wir beide sprechen heute echt aneinander vorbei, oder? Carrie? Sie müssen die Mama spielen Oh, nein, 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 nein Ich bin viel besser im Verkaufen Abgesehen davon, ich bin viel zu jung, um die Mutter von Kindern in diesem Alter zu sein Das werden Ihnen ganz sicher alle abnehmen Vermögensbildende Rentenversicherung So blödsinnig Danke Jetzt du Hey, wow, 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 was soll das? Er hat mir einen Platz freigehalten Vorträngeln gibt's nicht, klar, das weiß doch jeder Glaubst du den Kerl? Unglaublich nicht Ja Ich hätt gern Eskimo Pie und ein Orange Push Pop Ich mag den Push Pop Da muss man sich durchfuttern Eine Menge Leute wollen sich nicht die Zeit nehmen, aber nicht dieser Kerl Ein Punkt für Sie Das macht 2,50 Sie wollen wirklich den Truck verkaufen? Hab ich vor Mein Name ist Kerl Würden Sie sagen, dass das eine gute Investition ist? Gut genug, mir ein Apartment in Florida zu kaufen Stark, ich bitte dich, ich hatte einen echt harten Tag Halt die Augen schön zu und komm mit Und jetzt geht's los Okay Und aufmachen Tata Bitte sag mir, dass der Eisverkäufer gerade unsere Toilette benutzt Den Eisverkäufer gibt's, aber unsere Toilette benutzt er nicht Er steht direkt vor dir Was ich damit sagen will, der Eiscreme-Mann, das bin ich Was? Von unserer Steuerrückzahlung habe ich diesen Truck gekauft Dark, du hast 3000 Dollar weggeworfen Du hast gesagt, finde was, wo wir investieren können und was mir Spaß macht und das ist es Ja, Spaß macht dir das ganz sicher, wie viel hast du denn schon runtergeschlungen? Nichts, okay Regel Nummer 1 beim Eiscremspiel Nie an der eigenen Ware berauschen Ich glaube, dass es tatsächlich doch noch passiert Dieses Mal werde ich dich wirklich umbringen Warte mal, komm schon, ich hab das durchdacht Glaub mir Wenn ich um 4 mit der IPS-Route fertig bin, mach ich mit diesem bösen Jungen die Straße unsicher Vom Eiscreme-Geschäft verstehst du doch überhaupt nichts Das kenn ich bestens, ich hab seine Bücher und seine Gewinnspanne gesehen Ich hab eine Liste sämtlicher Lieferanten, es wird funktionieren Wirklich? Ja Carrie, du wirst stolz auf mich, seit ich schwör's Wäre möglich, vielleicht ist das ja wirklich dein Ding Das ist mit Sicherheit mein Ding, komm schon, wir düsen jetzt mit dem Truck in den Vorruhestand Du wolltest einen Arzt heiraten Hey, wer hat Lust, ein Brettspiel zu spielen? Ich, Daddy, klingt toll Und was ist mit dir, Schatz? Ich hab keine Lust, danke Alles klar, ihr sucht ein Spiel aus und ich mache uns ein bisschen Popcorn Okay Äh, wissen Sie, Carrie, wir wurden hier angeheuert, um eine Familie darzustellen Und die Mom liest gerade ein Magazin Und dann geht sie nach draußen und raucht eine Zigarette Oh, lass uns Monopoly spielen Nee, lieber Outburst Darauf hab ich keinen Bock Weil du's nicht kannst, ne Dumpfbacken Der Casting-Regisseur hat gesagt, du darfst sowas Gemeines nicht sagen Müsste ich auch nicht, wenn du nicht so blöd wärst Okay, hör auf Hör du doch auf, du Blödkuh Hör auf Hey, 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 hey Ich hab den selben Satz jetzt fünfmal gelesen Und weiß immer noch nicht, wie Heidi Klum ihre Babypfunde losgeworden ist Klappe halten Was er gesagt hat, war gemein Okay, hör zu Charlotte Charlotte, ja Er sagt das doch nur, um dich zu ärgern Also hör auf, dich darüber aufzuregen Und der Bursche Kenny Kenny wird damit aufhören, das zu tun Also weiter geht's jetzt folgendermaßen Ihr spielt Monopoly Aber ich Ihr spielt jetzt Monopoly Ja, ganz recht, das ist für die Dumpfbacke Hey Wenn du mit den Augen rollen willst, kannst du sie gleich die Treppe raufrollen Denn sowas gibt's hier nicht, Kumpel Hören Sie, sind Sie im Preis inbegriffen? Entschuldigung, was? Wenn Sie mit meinen Kindern so gut fertig würden wie mit denen Lege ich gern was auf den Kaufpreis drauf Danke sehr Oh, alles klar, ich spiel mit Ja So, hier ist ein Fatschikel, ein Kaugummi-Eis und ein Doppelpop Aber du fährst doch nicht mehr, oder? Eiscreme und viel Spaß Erzählst deinen Freunden Na Mann, was darf sein? Ich hätte gern Vanilletrommelstock, bitte Hallo, Sir Also dann bis nachher Oh, du willst ein Rennen? Los geht's! Jackets Jackets Frischgebackene Kekse Wow, die riechen ja toll Hey, die Klassenarbeit, wie ist die gelaufen? Ich hab nur zwei Minus Drei Minus Na schön Da sehen die Bücher, Kumpel Und wenn deine Noten besser werden, sprechen wir nochmal über das Mountainbike Hey, Cha-Cha, möchtest du ein paar Kekse, Babe? Okay, gern Hey, du Ist alles in Ordnung? Ich weiß auch nicht Da ist so ein echt süßer Typ in der Schule Michael? Ja Aber er steht auf Dona Pizzani Dann bring ihn einfach dazu, dass er auf dich steht Und wie? Verbreite über dieses Mädchen einfach ein paar Gerüchte Verstehst du? Sie ist ein Stinktier oder dass sie arm ist Dir fällt schon was ein, da bin ich sicher Und bevor du dich versiehst, trägst du seine Uni-Jacke Ehrlich? Ja, so hab ich deinen Dad gekriegt Ja Bob, ich denke, es wird Zeit, mit jemandem BHs kaufen zu gehen Oh mein Gott Komm schon Ja Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh gut, da bist du ja. Hey, was haben wir an Waffen da? Keine Ahnung, hör zu, ich muss mit dir reden. Du weißt doch, dass ich die letzten Tage in dem Musterhaus gearbeitet habe. Aha, aha. Ja, also, mein Gott, es ist mir ein bisschen peinlich, das laut zu sagen. Ein Softballschläger? Ein Softballschläger? Und was tust du denn da? Ich mache ihn alle und schlage ihn zu Brei. Dark, ich versuche gerade mit dir zu reden. Ich bin glücklich in dem Musterhaus, ich bin glücklich in dem Musterhaus, wesentlich mehr als hier. Ich verliebe mich gerade in meine falsche Familie. Lass schnell runter. Was ist hier eigentlich los? Ich werde verfolgt vom Mr. Softsurf. Was? Keine Sorge. Noch hat er die Oberhand, aber ich bin am Nachdenken. Und so wird der Jäger ganz schnell zum Gejagten. Ja! Dark, wieso soll ich noch hierbleiben? Kannst du mir das sagen? Ich muss schon wieder pinkeln. Bleib unten! Okay, das nächste Mal gehst du gleich durch die offene Tür. Ich arbeite danke dir. Was ist das? Was ist das? Oh, hi Carrie. Hey, ich hab ne Idee. Heute zum Essen tragen wir alle passende Shirts, ha? Also, ich hatte was anderes vor heute Mittag. Ach, dann vergisst du das einfach, Baby. Wir müssen doch Zeit zusammen als Familie verbringen. Bevor ihr euch verseht, werdet ihr aus dem Haus sein und... Stopp, 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 stopp. Hey, lasst euch noch ein bisschen Platz, denn ich mache Blaubeermuffins. Bob, wer ist diese Frau? Äh, das... das ist Cheryl. Die Casting-Agentur hat sie geschickt. Also, sie sind vom Haken. Was? Hey, Carrie. Oh, Mr. Kaufman. Die haben jemanden geschickt, ne neue Mom. Aber wissen Sie was? Sie gefällt mir die Rolle und... Schon in Ordnung, Carrie. Ich wollte Sie bitten, wieder mit ins Büro zu kommen. Ähm, aber ich geb nicht so schnell auf. Oh, die Schütze kannst du mir gleich wiedergeben. Oh, ist schon okay. Gib sie mir sofort zurück, oder ich mach dich alle. Verstanden? Carrie? Ja? Ich glaube wirklich, Sie... Nein, Mr. Kaufman, das ist doch unfair gegenüber Bob und besonders gegenüber Charlotte und Kenny. Wenn einfach so die Mutter gewechselt wird, ich meine, da muss man nicht Oprah sein, um zu wissen, dass sie das verkorksen wird. Die Wahrheit, warum sie ausgetauscht werden, ist, es gab Beschwerden über sie. Was? Ich werde im Auto auf sie warten. Also, Sie waren das? Doch nur, weil wir uns alle bei Ihnen ein bisschen unwohl fühlten. Naja, diese... diese Küsschen und... Familienschläfchen. Und, äh, ihr seid damit einverstanden? Ich meine, dass sie ab jetzt eure Mom spielt. Aha. Zuerst waren sie echt cool und dann wurden sie eine Dumpfbacke. Oh, ich bin also eine Dumpfbacke, aber ich war keine Dumpfbacke, als ich dir den Splitter rausgezogen habe. Und für dich war ich keine Dumpfbacke, als ich Mathe für dich gemacht habe. Ganz toll, ich hab nur fünf Minus gekriegt. Das ist nicht der Punkt, okay? Der Punkt ist, ich habe das alles nur aus Liebe getan. Und das ist der Dank, den ich bekomme? Na schön, wenn ihr es so wollt, könnt ihr einiges vergessen. Keine Kekse mehr und keine Ratschläge und vor allem die hier nicht. Ja, Bob, du hast wohl gedacht, ich hätte nicht gesehen, wie du den Anblick genossen hast. Irrtum. Carrie? Ich bin schwul. Was muss ich denn bloß noch alles ertragen? Ich gebe Ihnen 1200 Dollar. Aber ich habe Ihnen 3000 gezahlt. Na schön. Hey, Kleiner! Ja. Fang! Danke. Hey, ist der Truck zu verkaufen? Na klar. Mein Name ist Kerl. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wissen Sie, das ist eine tolle, kleine Investition. Hat mir ein Apartment bis Florida finanziert. Das ist ein kleines. Frisch gebackene Kekse. Oh, wie süß von dir. Willst du immer noch Monopoli spielen? Ich rauche erst mal eine Zigarette. Bitte sehr. Oh, danke. Sieht so aus, als stünde sie auf mich. Was? Die hat sie mir gegeben, diese Brezeln. Und die anderen haben was? Blöde Erdnüsse. Und? Ich war neulich hier und habe ihr gesagt, dass ich allergisch gegen Erdnüsse bin. Und Sienna hat sich das gemerkt, Mann. Das heißt nicht, dass sie auf dich steht, klar? Sie will nur nicht deinen Hals mit einem Stift öffnen müssen. Okay, weißt du was? Sieh der Tatsache ins Auge. Der Bus mit den hübschen Ladies hat gerade sein Ziel erreicht. Und zwar Spence will. Komm schon, Mann. Du musst wählen. Na schön. Ich schätze, ich würde mir eher die Füße abschneiden lassen. Du hättest also keine Füße anstatt keine Hände? Und wie willst du dann laufen? Keine Ahnung, Mann. Du hast gesagt, such dir was aus. Ich weiß, aber die logische Wahl wären die Hände. Ich meine, man braucht Füße doch, um rumlaufen zu können. Du hast Füße und läufst trotzdem nicht rum. Das kommt also bei einem ernsthaften Gespräch mit dir raus. Was ist denn los? Sonst kommen wir zu spät ins Kino. Ich komme nicht zu spät. Ich habe ja Füße. Viel Glück beim Laufen auf den Knöcheln. Ja? Alles in Ordnung? Äh, ja. Und, äh, das hier ist für Sie. Danke. Moment, Sie kriegen noch was zurück. Oh, vergessen Sie es. Ist für Sie. Oh, ich danke Ihnen vielmals. Äh, wie viel hast du ihr gegeben? Keine Ahnung. Fünf Mäuse? Fünf? Von mir hat sie nur zwei und wir hatten eine gleich große Rechnung, Mensch. Hey, Mann. Ich war auch mal Kellner, klar? Ich weiß, wie es ist, Idioten wie dich zu bedienen. Damit hast du mich blamiert, Frau Sienna. Nein, das Ding, was da aus deiner Nase hängt, hat mir das abgenommen. Über den Film muss ich nachdenken. Wieso lebt keiner auf dem Merkur bis jetzt? Weil man bei 430 Grad in zwei Sekunden verbrennt. Nein, wir würden Spezialanzüge tragen, so wie Nick Nolte und Martin Lawrence PS. Die wären auch gut in der Duck und Dickens Story. Oh, ich habe zwei Nachrichten. Ich bin's, hör zu, ganz kurz. Da ist ein Kuchen im Kühlschrank, der ist für meinen Buchclub. Bitte rühre ihn nicht an. Duck, bitte. Bye. Wir werden sehen. Hi, ich hoffe, du bist der Duck-Häfernen, den ich in den Hemdens kennengelernt habe. Hier ist Jessica. Ich kann nicht aufhören, an das vergangene Wochenende zu denken. Wie gut du gerochen hast. Und wie deine Lippen geschmeckt haben. An das, was wir am Strand getan haben. Na ja, du hast ja meine Nummer. Ruf doch mal an. Was war das eben, Mann? Ist es möglich, dass ich ein Blackout hatte? War ich in den Hemdens? Und hab mein echt scharfes Teil naschen lassen an mir? Glaub ich nicht, nein. Aber was sollte das dann, verdammt? Keine Ahnung, vielleicht gibt es noch einen Duck-Häfernen und sie hat sich die falsche Nummer rausgesucht. Das muss ich löschen. Carrie darf das nicht hören. Wieso? Hast du es doch getan? Nein, nein, glaub mir. Sie würde ganz sicher ausrasten, wenn sie das hört. Okay. Ich mein's ernst, Mann. Neulich im Supermarkt schaute ein Mädchen zu mir rüber und bekam von Carrie ein volles Pfund. Ich hab die Nachricht nie gekriegt. Genauso wenig wie die mit dem Kuchen. Ja, hallo. Tag. Ja. Hi, hier ist Jessica aus den Hemdens. Ich hoffe, du erinnerst dich an mich. Ja, hör zu, ich bin froh, dass du anrufst. Ja? Ja, und weißt du was, das war nicht ich der da. Wer ist das? Äh, meine Mom. Hm. Oh gut, ich brauche Ihre Kreditkartennummer, wenn Sie die Theaterkarten noch haben will. Okay, ich, 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 ich frag sie gleich. Entschuldigung, tut mir leid. Schon okay. Hey, sexy. Du bist es wert, dass man auf dich wartet. Hör zu, also ehrlich, ich, ich bin nicht der für den, du... Meine Stimme klingt am Telefon tiefer. Äh, ja, komisch. Ich sprech doch so wie immer. Hey. Hast du die Kreditkartennummer? Äh, noch nicht. Ich komme wieder kaum zu Wort. Du kennst ja meine Mom. Es ist so. Klingt, als würde das bei dir gerade nicht gut passen. Ich ruf später nochmal an. Nein, 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 schon gut. Nein? Du meinst, nein, wie du es am Strand gesagt hast? Wozu? Sag ihr, ich zahle die Karten mit meiner Kreditkarte. Oh, okay. Alles klar, sag ich ihr. Mach's gut, schlaf schön, sexy. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Mom, Mom, Mom. Hallo? Hallo. Das war heute Morgen schon das dritte Mal. Wirklich? Ja, zweimal, als du geduscht hast. Hör zu, sag deiner Freundin, sie soll wenigstens warten, bis ich im Büro bin. Hey, Carrie. Ach, mach's gut. Bis klar. Sie hat wieder angerufen. Wer? Jessica. Carrie ging ran und er hat sie aufgelegt. Aber woher weißt du, dass sie es war? Glaub mir, sie war, sie ist besessen von mir. Du meinst von dem anderen, da Kaffern. Nein, von mir auch. Gestern Abend rief sie an und wir haben uns unterhalten. Warum hast du nicht gesagt, ich bin der Falsche? Das wollte ich ja, aber Carrie stand direkt daneben. Und sie glaubt, du bist der Dark Hafferner, mit dem sie geschlafen hat? Ja, und ich fürchte, ich hab gesagt, ich liebe dich. Wow. Weißt du, für jemanden, der nichts angestellt hat, hast du dich tief in die Scheiße geritten. Oh gut, ich hoffe, das ist sie. Hallo? Hi, Sexy. Jessica, es ist Jessica. Hätte ich nicht gedacht. Hey, ich bin froh, dass du anrufst. Hör zu, die ganze Sache ist außer Kontrolle geraten. Aber der Punkt ist, ich bin nicht derselbe, mit denen du in den Hamptons warst. Diese Nacht hat mich auch verändert. Nein, 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 du verstehst nicht, ich bin's nicht, ich kenn dich doch gar nicht. Was soll denn das jetzt, Dark? Gestern Abend hast du noch gesagt, dass du mich liebst und heute Morgen geht irgendeine merkwürdige Frau bei dir ans Telefon und auf einmal kennst du mich nicht mehr? Ja, klingt das nicht gut. Hör zu, spiel keine Spielchen. Wenn das nur eine einmalige Sache war, dann sag es einfach und du hörst nie wieder von mir. Das ist keine einmalige... Sag es einfach! Es war ein One-Nut-Stand für mich. Oh, ich wusste es, ich wusste es. Hey, komm schon, nicht weinen, bitte. Nein, hör zu, es liegt nicht an dir, es ist an mir. Sienna, klar! Ehrlich, du bist eine unglaubliche Person und eines Tages findest du jemanden, der so gut ist wie ich. Naja, dann hatte ich ja wohl Glück, wenigstens eine Nacht mit dir verbracht zu haben. Nein, Jessica, wir beide hatten Glück. Ich wünsch dir noch ein tolles Leben. Nein! Ich brauche nur eine Minute. Jetzt kommt Kugel 4 dran. Japp. Man muss zufrieden sein mit dem, was man hat, Deacon. Was meinst du? Kelly, liebe deine Frau, Mann. Klar, liebe ich meine Frau. Das ist gut, du solltest sie auch lieben. Denn ich betrachte Curry nicht mehr als was Selbstverständliches. Ich hab meine Lektion gelernt. Welche Lektion? Du hast doch nichts getan. Naja, wir hatten keinen Sex im traditionellen Sinn. Wer hatte denn gar keinen Sinn Sex? Klingt, als bedauerte jemand, dass die Nachricht nicht auf seinem AB war. Okay, also, ich lass jetzt hier 5 Dollar für sie liegen und ich dachte, dass du ihr heute nichts gibst. Was? Nein, das werd ich nicht machen. Ach komm, du schuldest mir was, du Trinkgeldgeber. Und übrigens sagte mir meine Mom, 12% sind sehr großzügig für Getränke. Weißt du was? Das Ganze ist mir zu blöd. Da mach ich nicht mit. Oh, ich verstehe, was hier abgeht. Was soll das, Mann? Du hast doch ein Bombentrinkgeld gegeben, weil du Angst hast, ich lerne jemanden kennen, ziehe aus und du bist dann allein. Oh, ja, ja, das wär ein Grund, weil ich's nicht mehr sehen will, wie du jeden Tag Pilates oben ohne machst. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du seit dem Urlaub immer besitzergreifender geworden bist und das haben viele bemerkt. Oh, wirklich? Ja. Na toll. Sienna, ich möcht' zahlen. Okay, also. Bezahlen muss ich 10,85. Hier sind 20. Behalten Sie den Rest. Oh, vielen Dank. Oh, okay, also, ähm, das ist für das Essen und, äh, hier ist noch ein kleines Extra für Sie. Das ist ein 100 Dollar, Shans Benz. Jupp, und es gibt noch viel mehr davon, da wo der herkommt. Ich habe keine Ahnung, was Sie dafür erwarten von mir, aber ich bin nicht zu kaufen. Wir sehen uns zu Hause, Moppel. Hm, das ist ja so gut, Baby. Was ist denn nur los mit dir? Nichts, ich hab nur die tollste Frau auf der Welt und das soll ihr zeigen, wie sehr ich sie schätze. Tag, das ist so süß von dir. Oh. Hier sind die Heffernens. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Hi, Doug. Hier ist Jessica. Ich weiß, ich hab versprochen, nicht wieder anzurufen, aber... Ich trinke gerade einen Schluck Wein und musste an den letzten Samstag denken, wie wir nackt im Sand gelegen haben. Ich zittere immer noch, wenn ich daran denke, wie toll es mit dir war. Daran wie wir... Oh nein, was tue ich denn? Ich hätte nicht anrufen sollen. Tut mir leid, passiert nie wieder. Ich liebe dich. Dicken, der kann tausend Stimmen nachmachen. Na komm, ich... Was zum Teufel war das da gerade? Oh Gott, nicht was du denkst, verstanden? Hör zu, es gibt noch einen Duck, Heffernens, und... Und die Kleine hat die falsche Nummer, und ich hab ihr gesagt, ich bin nicht ein Duck, aber... Sie hat mir nicht geglaubt, und ich musste Schluss mit dir machen, und... Das alles klingt blöde, aber... Sie steht echt auf mich. Carrie, ich schwör dir, ich würde nie was tun, was dich verletzen könnte. Ich... ich muss kurz... Ist ja schon gut, hör zu! Jetzt beruhig dich. Ich glaub dir. Ja, wirklich? Ja. Aber das nächste Mal sei nicht wieder so ein Idiot, und erzähl's mir gleich, okay? Oh, Baby, komm zu mir, du zitterst ja. Ist ja gut, Schatz. Hey, wie du das aufnimmst, ist cool, echt. Komm schon, ich wusste gleich, dass du nicht gemeint sein konntest. Äh... Was bitte heißt, ich war nicht gemeint? Oh, dass ich dir vertraue, und diese Nachricht, ich meine, komm schon. Am Samstagabend war ich gar nicht hier, ich sagte, ich gebohlen, aber das kann ich nicht beweisen. Ich hab bar bezahlt, also war ich vielleicht doch damit gemeint. Das ist wahr. Dennoch... Verflicks und zugenäht, mein Hemd war zerrissen, als ich nach Haus kam. Weißt du das nicht mehr? Ja, das ist an der Kugelrückgabe passiert, hast du gesagt. Oh, das glaubst du einfach so? Ich meine, jeder vernünftige Mensch würde sagen, ich hab dich betrogen. Hm, okay, Baby. Und muss an den letzten Samstag denken, wie wir nackt im Sand gelegen haben? Ich zittere immer noch, wenn ich daran denke, wie toll es mit dir war. Oh, daran wie wir. Sie hat doch nicht gerade von Zittern gesprochen. Doch, hat sie, und Doug hatte Angst, ich könnte denken, er wäre gemeint. Es sieht so aus, als wäre dieser andere Doug Hever nun ein ziemlich toller Bursche. Finde ich auch. Was tust du denn jetzt? Ich werde ihn googeln, den Kerl. Einfach mal so. Weißt du, als Doug und ich verlobt waren, bekam ich kalte Füße und fuhr zu einer Seherin nach Coney Island. Und sie sagte, ja, Doug Hevernen ist genau der richtige Mann für sie. Hoffentlich ist das auch der richtige. Also, du bist sauer, weil sie dir geglaubt hat? Ja, ich meine, ich gebe eine halbherzige Erklärung und sie akzeptiert die einfach so. Oh, weißt du, was ich tun sollte? Eine Affäre anfangen, nur um es ihr zu zeigen. Ist das dein Ernst? Nee, klingt nach einer Menge Arbeit. Oh Gott. Was ist? Das rote Licht blinkt, das ist sie wieder. Könnte auch sonst wer sein. Oh, bitte, du bist hier. Wer ruft sonst schon bei mir an? Hey, Doug Hevernen, hier ist Hector, Jessicas Freund. Sie sind ein toter Mann, verstanden? Ihr Gesicht ist tot, ihre Beine sind tot, ihr ganzer Körper ist tot, sie sind tot. Das fängt an, richtig lustig zu werden. Halt die Klappe, ja, ich muss mir was einfallen lassen. Ich muss, äh, sie finden diese Jessica und sie mit dem anderen Doug zusammenbringen. Damit schaffe ich mir ihren Freund vom Hals. Eins kann ich dir sagen, du hast Glück, dass du nicht dieses Charisma hast. Wieso muss ich mit ihr reden? Weil's deine Schuld ist, dass sie denkt, ich halte sie für eine Prostituierte. Oh Gott, ich kann's kaum noch erwarten, dass du ausziehst. Dann gibt's keine Scherben mehr von dem, was du dein Privatleben nennst. Ja, okay, jetzt geh, geh. Was darf sein? Äh, ein Gezapftes. Eigentlich, äh, wollte ich mit ihm über meinen Freund da reden. Was ist mit ihm? Nun, die 100 Dollar, die er ihm gegeben hat, das hat er wirklich nicht böse gemeint. Nur, neulich, als sie ihm Brezeln gegeben haben, statt Erdnüssen, kam er auf die blöde Idee, dass sie ihn mögen. Das ist doch so. Wie bitte? Ja, ich mag ihn sehr. Reden wir über den gleichen Kerl, oder? Ja, Spence. Wegen der 100 Dollar bin ich deshalb so ausgeflippt, weil ich dachte, er respektiert mich nicht. Sie sagen also, es ist Ihnen echt ernst mit ihm? Ja. Aber, hm, was ist, wenn er euch wirklich versteht und zusammenzieht? Was ist mit seinem Mitbewohner, hm? Was ist mit dem Auto, das sie sich teilen und dem Konto? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Entschuldigen Sie bitte. Und? Sorry, Bruder. Sie steht nicht auf Kerle. Was? Ja. Hat ja einer Lust auf Ikea? Na, komm. Ja, hi. Ich möchte gern einen Termin haben bei Dr. Heffernan. Ah ja, und was ist mit nächster Woche? Ausgebucht? Den ganzen Monat? Hören Sie, ich muss Ihnen wirklich sprechen. Wie sieht's mit Mittagessen aus? Sie müssen mir beistehen, Mildred. Bitte! Können Sie mir ein Bild schicken von ihm? Nein, Sie sind verrückt! Ich möchte zu Doug Heffernan. Wohnt er hier? Ja. Er hat mit meiner Freundin rumgemacht und ich werde ihn platt machen. Na schön, beruhigen Sie sich erst mal, Muskelprotz. Hören Sie, Sie haben den falschen Doug Heffernan, okay? Hey, hier ist die Adresse von dem Kerl, nach dem Sie suchen. Falls Sie einen Termin bekommen. Sekunde, ich komme am besten gleich mit. Warten Sie! Wer ist da? Hier ist Doug Heffernan. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, nein, nicht, 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 oh mein Gott, nein, nein, es ist nicht das, was Sie denken. Es geht... Ich... Ich brauche nur eine Minute hier, sieht schrecklich aus. Sie... Sie müssen nicht aufräumen, ich will bloß... Doug? Äh, wo ist Doug? Das wird ihm jetzt einen Kick geben. Also hören Sie, wenn wir da sind, dann möchte ich zuerst reingehen und mir den Kerl ansehen. Danach dürfen Sie ihn rupfen wie ein Truthard. Okay. Oh, können Sie nicht auf die Schlaglöcher aufpassen? Ich habe mir fast das Auge ausgestochen. Entschuldigung. Ist Ihnen eigentlich klar, wie fertig ich war, als Sie mit mir Schluss machten? Hey, das ist ein schlimmer Tag für uns beide gewesen, okay? Und jetzt bringe ich Sie zu dem Doug, den Sie... Ja, aber nur, weil Sie Angst haben, dass mein Freund Ihnen in den Arsch tritt. Sie meinen den Freund, den Sie bei unserer Affäre nie erwähnt haben. Hören Sie, es ist schon kompliziert genug, okay? Oh Mann. Sie mögen den Strand? Okay, Sie haben fünf Minuten. Okay. Wenn Sie noch einmal mit dem Finger auf mich zeigen, werde ich Ihnen den brechen. Na schön, dann mal los. Okay. Carrie? Hey! Hör zu, ich hab's eilig. Wir sehen uns dann zu Hause. Wow, wow! Ich steige gerade aus dem Auto mit einer anderen Frau, derselben, die sexuell spannende Nachrichten auf unseren AB hinterlassen hat. Alles klar, ich muss flitzen. Hey, Sekunde, ja? Ich hätte doch leicht mit dir schlafen können. Nein, hättest du nicht. Klar, hätte er. Die pennt doch mit jedem. Danke sehr. Okay, die wird's mit jedem Mann machen, klar? Und weißt du was? Ich bin jedermann, ja. Entschuldigung. Sekunde, was tust du eigentlich hier? Komm sofort mit nach Hause. Du kannst dich auf was gefasst machen. Ich hab ja einen Arzttermin. Du bist unglaublich. Komm schon, du hattest die ganze Woche eine falsche Affäre. Ich will mich auch mal amüsieren. Nein, nein. Du gehörst zu diesem Doug Heffernan und nicht zu Dr. Zitter. Los nach Haus. Komm schon, komm mit. Doug, ich bitte dich. Ich bin ganz hierher gefahren. Lass mich ihn wenigstens mal kurz ansehen. Nein, wenn ich niemanden haben darf, dann du auch nicht. Oh, bitte. Tu ihm nicht weh. Tu ihm nicht weh. Oh, nein, nein, nein. Ich tu ihm nicht weh. Ich bring ihn um. Aber, Hector, bitte. Er ist ein toter Mann. Oh, Gott. Dr. Heffernan. Da unten ist offensichtlich schon wieder eine Ihrer Frauen. Oh, das ist die vom Strand. Ich geh hinten raus und mach mich vermag. Hi, hier ist Ken. Ich hoffe, das ist der Doug Heffernan, den ich letzten Sonntag auf Fire Island kennengelernt habe. Ich würde jedenfalls gern mal mit dir einen Kaffee trinken gehen. Ruf mich an. Was ist denn hier nur los, Doug? Das hier, glaubst du? Hey, Mann. Hey. Was ist mit der Tasche? Oh, ich überlege, ob ich Mitglied im Fitnessstudio unten an der Ecke werde. Oh. Und wenn ich einen dazu überreden kann, mit einzutreten, kostet es nur den halben Preis. Wird ich ja, aber ich hänge an meiner wunderbaren Figur. Parma, helf an Herrn Rhein hier. Was will der denn von uns? Keine Ahnung. Oh, ich hab ein Paket fallen lassen und deinen Namen auf die Schadensmeldung geschrieben. Aber ich frag mich, was er von mir will. Sir, bevor Sie Parma wegen des kaputten Pakets fertig machen, sollten Sie wissen, das war er überhaupt nicht. Das war ich. Also meine Frau, die hatte eine Blasenschwäche. Ähm, Sie wissen es vielleicht nicht, aber, ähm, also ich habe in den letzten paar Jahren ein Problem aufgebaut und zwar ein, äh, Alkoholproblem. Ehrlich? Das ist ja echt nicht zu fassen. Ja, und, äh, bei unserem Firmenpicknick letzte Woche habe ich es scheinbar bei ein paar Ehefrauen ein wenig zu weit getrieben. Hey, wer tut das nicht, Mann? Das ist doch ein Picknick, hu! Also es ist so, die, äh, die Rechtsabteilung und ich haben entschieden, dass ich eine Reha mache und zwar sofort, schon gleich ab morgen. Dazu fahre ich nach Syracuse. Toll! Äh, ich habe ein, äh, ein Sweatshirt von Syracuse. Ich würde es in Geline, ähm, es ist aber XXL, würde Ihnen nicht passen. Ich hätte da noch ein Orneonta-Sweatshirt und, äh, man hat mich gebeten, jemanden, äh, als meine Vertretung auszusuchen, während ich, äh, Urlaub mache. Naja, weil Sie beide die, äh, dienstältesten Fahrer sind, äh, wer immer den Job haben will, mir ist es egal. Ich muss jetzt meinen Namen in meine Unterwäsche schreiben. Und, äh, wie entscheiden wir das jetzt? Ist ganz einfach. Ich will's nicht werden. Okay, klasse, echt stark. Aber du weißt, dass ich Kelly davon erzählen muss und die erzählt Scary. Ach, richtig. Ich weiß, wie sehr sie hinter dir ist, dass du mehr aus dir machen sollst. Ja, sie rollt immer noch diesen Stein auf den Berg. Aber weißt du was? Ich bin mein eigener Herr. Ich brauche keine Befehle von ihr. Ich mach, was ich will und wenn ich nicht will, mach ich's auch nicht. Bist du sicher? Aber ja, Mr. Supervisor. Ich mach ein Nickerchen und spiel dich bloß nicht als Boss auf. Ich hatte gerade einen Anruf von Mr. Kaufmanns Assistentin. Sie will sicher gehen, dass alle Sekretärinnen hier sind. Ach ja, wieso? Ich glaube, wir kriegen Geschenke für unsere harte Arbeit bei dem Eastside-Projekt. Oh ja, und was? Also drüben bei Bader und Nash hatten die auch so einen Riesendeal und alle Assistenten kriegten Autos. Don, wir kriegen sicher keine Autos, Schätzchen. Obwohl die Partner ungefähr eine Trillion Dollar verdient haben bei dem Deal. Ja, nur hat Mr. Kaufmann nicht in dem Memo geschrieben, dass er ihn zu schätzen weiß, unseren Drive? Ja, ganz richtig. Oh mein Gott, stellt euch mal vor, wir kriegen Autos. Ob wir uns die Farbe aussuchen dürfen? Oh, meine Güte, mir wird ganz schlummig im Kopf. Hey, was ist das? Nur ein Dankeschön von Mr. Kaufmann für all die harte Arbeit. Was ist das? Ist das Seife? Und eine Lotion aus Senfsamen. Gratuliere! Okay, wisst ihr was? Ich sehe hier eine Menge Seidenpapier und ganz wenige Autoschlüssel. Was hat dir das gekostet? Zehn Mäuse? Das scheint mir aus dem Hotel zu sein, was wir zur Zeit gerade abreißen. Wie war das? Die haben das umsonst gekriegt? Ich finde es gar nicht schlecht. Dann riecht es bei mir zu Hause, als wäre ich in einem tollen Hotel abgestiegen. Ich glaube es einfach nicht. Das ist doch so gut wie nichts. Das ist wie ein Schlag in die Fresse. Ah, Ladies. Wie ich sehe, haben Sie Ihre Geschenkkörbe schon? Wir haben und lieben Sie. Hey, Baby. Was ist das für ein Senfgeruch? Mein Bonus. Ganz kurz. Ich hatte heute die Chance vorübergehend Supervisor zu werden, aber ich habe Dickon gesagt, er soll das machen. Oh, okay. Ich meine, dir ist klar, dass das ein Dauerjob sein könnte, aber ich fahre gern und ich will ihn nicht. Dick, hör zu. Ich weiß, alles, was du möchtest, ist Fahrer zu sein. Ich habe nichts dagegen. Ah, ich weiß, was das werden soll. Ein kleines psychologisches Umkehrspiel. Du sagst, oh, er kann nicht mehr als fahren und ich sage, oh, der werde ich's zeigen. Weißt du was? Das hat schon bei Rudge in der Fernsehshow nicht funktioniert und bei mir auch nicht. Tag, nur ganz kurz. Setz dich hierhin. Weißt du noch, wie ich dich vor ein paar Monaten zu diesem Investment-Seminar in der Stadt schickte? Ja. Ich wollte, dass du was über Geldmanagement lernst und in unsere Zukunft investierst. Und womit kamst du zurück? Ein paar Kätzchen. Kätzchen. Ganz recht, Baby, ja. Und während ich rumgefahren bin, um sie irgendwo unterzubringen, wurde mir was klar. Und weißt du was? Dich zu was auch immer zu drängen, hat noch nie was gebracht. Denn du bist du. Und das finde ich gut so. Ehrlich? Ja. Gab es Tränen? Sicher. Habe ich an eine Einfachkarte nach Miami gedacht? Aber ja. Aber weißt du was? Ich habe damit Frieden geschlossen und habe nichts dagegen. Der werde ich's zeigen. Guten Morgen, Ladies. Oh, guten Morgen. Eine Frage. Ist einer Ihrer Männer Mechaniker? Ich kriege leider die Sitzheizung in meinem neuen Bentley nicht in Gang. Äh, meiner auch nicht. Tut mir leid. Ich bin sicher, einer hat ein neues Auto gekriegt. Wisst ihr, was ich gern tun würde? Darüber gehen und sagen, ja, wissen Sie, woher Sie einen 500.000-Dollar-Wagen haben? Durch uns. Sie wollen einen warmen Sitz haben? Setzen Sie sich auf die billigen Kerzen, die Sie uns geschenkt haben. Ähm, bitte entschuldigen Sie. Ich hole mir sonst nie selbst einen Kaffee. Welcher ist der entkoffinierte? Oh, der, der ganz recht, Sir. Ja, wissen Sie, Sir, wenn Sie sich Ihren Kaffee mal ab und zu selbst holen würden, wüssten Sie, wo er ist. Wie war das, bitte? Vielleicht würden Sie dann verstehen, was wir hier so durchmachen. Wir haben wirklich sehr, sehr hart gearbeitet an dem letzten Projekt. Und was haben wir gekriegt? Körbe, die stinken! Sie wollen Ihren Sitz warm haben? Wieso setzen Sie sich nicht auf die billigen Kerzen, die Sie uns geschenkt haben? Wie ist Ihr Name? Dorn Morgan. Mach's gut, Dorn. Nun, Miss Morgan, Sie haben absolut recht. Ich war so beschäftigt mit dem neuen Auto und dem Sommerhaus. Wirklich, ich habe wohl die Leute vergessen, die das möglich gemacht haben. Danke, Dorn. Danke für Ihre Meinung. Dazu gehört Mumm. Und das ist ganz genau das, was wir hier brauchen. Sie werden es zu was bringen, das ist sicher. So ein Mist. Morgen. Hey Mann. Was soll denn das? Oh, weißt du, ich habe mich entschieden, dass ich doch Ersatzsupervisor werden will. Was? Ja, weißt du, was Carrie gestern zu mir gesagt hat? Sie sagte, sie akzeptiert mich so, wie ich bin. Hm. Das hat sich ja weh getan, aber ich habe mich hier schon eingerichtet. Wow, wow. Vielleicht sollten wir es zusammen machen. Zwei Köpfe sind doch besser als ein. Na ja, theoretisch schon, aber... Alles klar, los geht's! Uh, echt stark. Ja, ich bin sicher, das klappt. Ich bin sicher, das klappt. Was ist das, Stempelkarten? Schieb mal ein paar rüber von dem bösen Burschen her damit. Na schön, legen wir los. Okay, ups, ich brauche mal dieses Ding. Entschuldige. Was gibt's denn? Stimmt irgendwas an den Zahlen nicht? Nein. Wusstest du, dass Gomez zweiter Vorname Eugene ist? Der passt doch nicht. Okay, weißt du was? Stempelkarten sind wohl eher ein Ein-Personen-Job, also... Und was soll ich dann tun? Ich bin sicher, wir finden hier bestimmt was, was besser zu dir passt. Okay, so geht das nicht. Wir brauchen einen weicheren Übergang von salzig zu süß und... Weg mit den Rosinen, die machen die Jungs nur aggressiv. Das ist das Zeug, was Sie immer bestellen. Hey, ein neuer Sheriff in der Stadt, klar? Also mit wem kann ich über einen Tranchiertisch reden? Es sieht alles sehr gut aus. Alle Uhren sind auf die gleiche Zeit gestellt und ich... ...hab mit dem Hausmeister geredet. Als erstes am Montag neue Toilettensteine. Gute Arbeit. Ja? Oh, hey, Wallach. Sir, tut mir leid wegen der späten Lieferung heute Morgen. Die Brücke war... Besperrt. Schon okay. Nächstes Mal melden Sie sich über Funk und wir sagen Ihnen Alternativruhe. Das tue ich, Sir. Und danke, dass Sie nicht sauer sind. Kein Problem, hören Sie. Nennen Sie mich Dicken. Gern. Hey, und ich war auch nicht sauer. Aha. Nenn mich Dack. Die, äh... Die wissen doch wohl, dass ich auch Supervisor bin, oder? Dass du's nicht bist, wissen Sie nicht. Oh, entschuldige. Palmer, hallo? Nein, nein, die müssen bis drei dort sein. Gut, fangt schon mal mit dem Einladen an. Bye. Probleme an der Laderampe? Nein, nein, ich geh schon. Lass hier alles... Oh, Dicken ist nicht hier. Ich komm später wieder. Wow, 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 wow. Ich bin auch Supervisor, was gibt's? Ich wollte nur wissen, wo ich heute hinfahre. Oh, kein Problem. Ähm... Ah, hier, der ist es. Du fährst nach Jersey. Jersey? Ja, genau, New Jersey. Ich lief eigentlich nicht außerhalb der Stadt. Ich lief eigentlich nicht außerhalb der Stadt. Du fährst nach Jersey. Wow, wow. Du ziehst also wirklich in den 19. Stock, sag mal? Ja, und das alles nur, weil ich Mr. Kaufmann zusammengefaltet hab. Ich weiß gar nicht, wie ich auf das Ganze gekommen bin. Ich denke, ich schon. Ja, wisst ihr, die da oben veranstalten, eine Pizza-Party mir zu ehren? Ich muss rauf. Ich werd euch wirklich sehr vermissen, Leute. Oh, du bist ein Zuckerstück. Komm, ich helfe dir. Äh, Mr. Kaufmann? Ja, Carrie? Ich wollte Ihnen nur sagen, wir haben sehr hart gearbeitet an diesem Projekt und dafür haben wir nur diese lausigen Geschenkkörbe bekommen. Und wenn Sie Ihren Sitz angewärmt haben wollen, wieso setzen Sie sich nicht auf diese billigen Kerzen, die wir von Ihnen kriegten? Ja! Sie wiederholen doch bloß, was Dawn gesagt hat heute Morgen. Dawn hat Ihnen das gesagt? Sie waren doch dabei, Sie standen da. Oh, nein, ich war nicht dabei. Naja, wir weißen Hühner sehen auch alle gleich aus. Was ist denn los? Na schön, hören Sie, alles, was Dawn Ihnen gesagt hat, stammte von mir. Was? Ich hab's zuerst gesagt, zwar hinter Ihrem Rücken, aber es stammte von mir. Nicht von ihr, von mir. Das mag ja stimmen, Carrie, aber sie war es, die den Mumm hatte, es mir ins Gesicht zu sagen. Aber der Mumm, das war meiner. Sie hat mir meinen Mumm gestohlen. Entschuldigen Sie mich, ich habe einen Termin außer Haus. Also dann... Mr. Kaufmann, ich hab wirklich Mumm und ich werd Ihnen jetzt auch was ins Gesicht sagen. Sie sind fett. Sie sind ein glatzköpfiger Fettsack. Mhm. Und das sollten Sie wissen, ich klau hier gern was. Und keinen Kleinkram, nein, nur Fettmütze. Mumm genug? Carrie, für Stählen kann man gefeuert werden. Eine Art Vergehen, das Sie hier vielleicht noch brauchen könnten? Tut mir leid, ich entschuldige mich nochmal. Sie bekommen Ihre Lieferung gleich morgen früh. Okay? Wieso hast du denn die Routen verteilt? Ich dachte an das Co. in Co. Supervisor. Wieso? Was ist das? Du hast vier Teile für einen Fernseher auf vier verschiedene Trucks verteilt. Oh, der Präsident und sein Vize nehmen auch nie dieselbe Maschine. Noch irgendetwas? Oh ja, erklär mir mal, wieso heute niemand nördlich der Hillside Avenue seine Pakete gekriegt hat. Na schön, du negative Null. Wie sieht südlich von der Hillside aus? Die haben Pakete gekriegt, nur leider die falschen. Ich sag dir was, dieses Co. Supervisor-Ding funktioniert für mich nicht. Was soll denn das heißen? Dass du ein Versager bist und ich dich hier nicht will. Okay, aber ich geh nirgendwo hin. Das wirst du tun. Geh schon. Los, raus hier. Na los. Gut, weißt du was? Wir werden schon einen Weg finden, das zu klären. Klar. Machen wir einen Anstallwettbewerb. Doug, wir reden hier über unsere Karrieren und ich werde dir die Sache nicht entscheiden durch einen... Du hast geblinzelt. Ich habe gewonnen. Aber dieser Anstallwettbewerb hat nicht stattgefunden. Aber klar doch, du hast mich angestarrt. Kein Mensch auf der Welt würde mir da widersprechen. Na schön, weißt du was? Du bist jetzt Supervisor. Viel Spaß. Klar, für den werde ich haben. Du hast Teamgeist. Bist ein guter Mann. Mist, Terl. Nenn mich Doug. Hey, hier ist Danny. Irgendwas stimmt mit der Route nicht, die du mir gegeben hast. Du fährst die 95, dann die 27. Ich kann hier nicht weiterfahren. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Am besten versuche ich zu drehen und dann langsam zurückzufahren. Wo, 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 Alter. Du bist ein IPS-Fahrer. Da muss man manchmal sein Leben riskieren. Das denke ich nicht. Wenn du jetzt zurückkämpfst, würdest du mich furchtbar vor Dicken blamieren. Fahr weiter, verdammt. Ja, gut. Weil ich es war, die das zuerst gesagt hat, also verdiene ich das Büro. Wenn du das nicht einsiehst... Ach, vergiss es, du Idiotin. Hey. Ruf deine Mom an. Okay. Hast du es, äh, schon mal mit einem Supervisor gemacht? Ich? Oh ja, bei Shoe Town. Und in der Schnapsscheude. Okay, weißt du was? Ich wollte nur niedlich sein und keine ehrliche Antwort. Aber hier vor dir steht der neue IPS-Supervisor. Und du hast gedacht, ich wäre für immer nur Fahrer, richtig? Das tut sich ja weh. Eigentlich gar nicht so sehr. Das ist genau der richtige Zeitpunkt. Ich hab heute meinen Boss zusammengefaltet und könnte meinen Job verlieren. Was? Das Gleiche gilt für meinen Job. Was? Ja, ich hab alle Fahrer in die falsche Richtung geschickt und... ...hab in einem Imbiss mein Fahrtenbuch liegen lassen. In welchem weiß ich nicht. Ich werd gefolgt. Nein, Baby, ich bitte dich. Das war doch dein erster Tag. Das wird besser. Denkst du wirklich? Nein! Das war ein Idiot! Du hast doch auch Mist gebaut. Nicht so ein Schlimm wie du. Dann geh doch wieder zurück zu deinem Shoe Town-Supervisor. Nein, der ist jetzt schwul. Ach ja, wieso? Hör auf, komm schon. Jetzt lass uns doch nicht so aufeinander losgehen, okay? Alles klar, ist schon gut. Also dann lass mich nachdenken. Wie viel wissen die in der oberen Etage davon? Nicht sehr viel. Ich reagier nicht auf ihre Anrufe. Okay, das ist gut. Sehr gut. Du tust folgendes. Du wirst gleich morgen früh Dickin davon überzeugen, dass er der Supervisor ist. Und wenn die merken, was alles schiefgegangen ist, dann wird Dickin die Prügel einstecken müssen. Das kann man nicht machen. Dickin wird gefeuert. Er wird nicht gefeuert. Er gehört zu einer Minderheit. Na schön. Und was mich angeht, ich werde alles tun, was ich kann, um meinen Job zu behalten. Und ich meine alles, was dazu nötig ist. Einverstanden? Ich habe den Eindruck, das tust du sowieso. Also... Du wolltest mich sprechen, Supervisor? Ja, Dickin, hör zu. Ich habe nachgedacht und... Du bist der, der hier sitzen sollte. Ach ja? Du hast ihn gewonnen, den Anstattwettbewerb. In Wahrheit habe ich zuerst geblinzelt. Aber du hast es nicht gesehen, weil ich so schnell blinzle. Genauso wie jetzt, siehst du. Nein, ich mache es zu schnell, aber egal. Ich gratuliere. Ein saurer Anrufer auf Leitung 3. Hältst du mich für so dämlich? Das war allein Carys Idee. Dann sag ihr, dass ich mich nicht für dein Versagen feuern lasse, Mann. Du wirst nicht gefeuert, du gehörst einer Minderheit an. Was? Hat Carrie auch gesagt, sie ist einfach unglaublich. Hey, Warlock. Ja, Sir? Hör zu, ich habe dich beobachtet, seit du hier bist. Und ich kann dir sagen... Du hast den richtigen Drive. Ich schlag dir mal Folgendes vor. Ihren Job will ich nicht haben. Gut, dann schick Danny rein. Danny ist nicht hier. Den hat seit gestern keiner gesehen. Mami! Mr. Kaufman. Hören Sie, ich möchte mich für alles entschuldigen, was ich gesagt habe. Mein Mann hat Blasenprobleme. Aber egal, ich wollte nur, dass Sie wissen, dass ich sehr glücklich hier bin. Und hoffe, Sie erlauben mir, auch noch weiterhin ein Teil dieser Firma zu sein. Hören Sie, Carrie, ich war sehr durcheinander durch Ihr Benehmen da gestern. Aber dann kam mir der Gedanke, dass dazu tatsächlich Mum gehört. Wirklich? Aber diese jämmerliche Zerschaustellung, unaufrichtige Unterwürfigkeit zeigt mir, dass ich damit falsch lag. Sie haben noch nicht mal die kleinste Spur von Mum. Also, auf jeden Fall lag mein Vater auf dem Fußboden vor meiner Mutter. Und ich fragte, ist alles okay, Dad? Er sagte, ja, aber ich bin nicht ein... Herr Ferman? Kann ich reinkommen? Was wollen Sie denn hier? Ich brauche ein bisschen Hilfe bei der Supervisor-Sache. Wie war das? Sie sind Supervisor? Ja, Sie sagten entweder ich oder Parma sollten es machen. Tatsächlich? Da war ich wohl nicht mehr ganz da. Könnte sein, richtig. Kommen Sie mal zurück. So schnell wohl nicht. Leider ist Patrick C. O'Boyle ein ziemlich kaputter Typ, müssen Sie wissen. Hätten Sie nicht wenigstens ein paar Ratschläge, denn dieser Stress schafft mich. Wie haben Sie das bloß hingekriegt? Sie sagen, Sie haben Ihr Insulin nicht gekriegt? Mein Lieferbericht sagt, Sie haben es gekriegt. Wir sind uns also einig, dass wir uns nicht einig sind. Bis dahin. Hey. Was tust du denn zu Hause? Ich wurde beurlaubt. Ich auch. Du trinkst? Es ist zwei Uhr nachmittags. Oh, Weib, lass mich zufrieden. Ist das Whisky? Du trinkst? Du trinkst? Ja. Ich bin einig, dass wir uns nicht mehr faire. Weckst du mich bitte in sieben Minuten? Douglas, gehst du vielleicht zufälligerweise raus? Du siehst, ich zieh eine Jacke an, also ist das ja wohl nicht schwer zu erraten. Entschuldigung, ich lebe in einem Keller ohne Isolierung. Ich brauche eine Jacke auch zum Fernsehen. Entschuldigung, wird angenommen. Egal, setz mich in der Stadt ab. Ich will heute mit meinen Freunden in Village abhängen. Das kommt nicht in Frage. Wieso nicht? Carrie und ich fahren zu Deacon und Kelly und das liegt in der anderen Richtung. Charles, könntest du mich fahren? Dad, ich fahr mit Doug. Wir sind bald wieder da. Bis dann. Na toll. Vielleicht sollte ich auf einen Güterzug aufspringen wie ein Penner. Dann pack dir ein paar Bohnen ein, damit die anderen dich mögen. Hier, das Dessert. Oh, danke. So, bitte sehr. Früchte. Ist das alles? Das ist alles. Ich werde vor Rührung gleich weinen. Oh, ich bin vielleicht neidisch. Ihr fahrt auf die Bermudas. Das Hotel hat grad ne Werbekampagne laufen. Das Ganze kostet fast nichts. Wenn ihr mir ein Souvenir mitbringen wollt. Also, dieser Cabana-Boy wird mir gefallen. Hey Deacon, hilfst du mir beim Kaffee? Na klar. Oh, und nochmals danke, dass ihr Major übers Wochenende nehmt. Kein Problem. Wart mal Sekunde. Was hat er gerade gesagt? Oh, wollte ich dir noch sagen. Major ist am Wochenende bei uns. Au! Wolltest du mir sagen? Wann denn bitte? Wenn du mal gute Laune hast, aber sowas kommt ja nie vor. Au! Hey! Hey! Ich danke dir, danke. Tag, ich schufte die ganze Woche und das Wochenende gehört mir. Carys Zwei-Tage-Pause. Wenn du da bist, reicht das. Oh, du musst nichts für ihn tun. Das mach ich allein. Das läuft dann genau wie mit der Schildkröte. Okay, zum allerletzten Mal. Ich wusste nicht, dass der Panzer angewachsen ist. Hey! Ein toller Deal. Vier Tage Wochenende, 700 Mäuse. Vier Tage? Ist ja irre. Irre ist, vier Tage ein Wochenende zu nennen. Als Kind hab ich gelernt, das ist fast eine Woche. Wisst ihr, was das heißt? Das ist eine lange Zeit. Das heißt, es ist... Ist das nicht einmalig? Sie bringt mich immer noch zum Lachen. Hey, wieso bist du nicht im Bett, kleiner Mann? Ich will, dass du mir eine Geschichte vorliest. Kumpel, wir haben doch Besuch. Das mach ich morgen Abend. Soll Onkel Doug dir eine Geschichte vorlesen? Ja! Doug, aber das musst du nicht. Ich weiß, dass ich das nicht muss, aber ich will es. Kommt, kleiner. Dass ihr Major nehmt, wissen wir wirklich zu schätzen. Oh, den bekommt ihr nicht wieder. Danke fürs Mitnehmen, Daniel. Ach, kein Problem. Oh, nur, dass du's weißt. Seit letztem Monat fahr ich jeden Dienstag in die Stadt. Äh, und mach eine Therapie. Ich bin nicht verrückt oder so, weißt du. Ich meine, ich hab ein paar Probleme zu lösen. Tu mir einen Gefallen und erzähl Doug nichts davon. Aber, ähm, ich schäme mich nicht dafür, weißt du. Ich, äh, es geht mir gut. Wirklich gut. Vielleicht kann dein Therapeut mit dir dran arbeiten, nicht mehr so ein Idiot zu sein. Wow! Wir kommen gut voran. Wir sind gleich in der Innenstadt. In fünf Minuten. Wir züchen hier durch wie nichts, stimmt's? Ja, dank dir kann ich auf der Fahrgemeinschaftsspur fahren. Hey, du solltest dich an Einzelfahrer vermieten. Damit könntest du ne Menge Geld machen. Das glaub ich auch. Das glaub ich auch. Aber Jimmy lernte schnell, dass das kein gewöhnlicher Stift war. Es war ein Zauberstift. Wenn er einen Schneemann damit malte zu Jim! Dann war da ein Schneemann. Und zwar mitten in seinem Zimmer. Und zwar mitten in seinem Zimmer, ja. Und, und malte er ein Schloss mit ihm. Presto! War da ein Schloss und er war der König. Du kennst die Geschichte wohl sehr gut, hm? Ich kenne sie auswendig. Oh, okay. Das werden wir gleich sehen. Und das Beste war, eines Nachts, Jimmy konnte nicht schlafen, malte der Zauberstift... Schlauschige, große Schafe, die Jimmy zählen konnte. Äh, das steht hier nicht. Hier steht was völlig anderes. Hier steht, ähm... Der Zauberstift fasste sich an den Bauch und übergab sich... Und brach einen großen Hummermann aus. Mit riesigen Klauen. Aber mit ganz normalen Menschenfüßen. Und, und er kam immer näher und näher auf Jimmys Bett zu. Und Jimmy schrie, oh nein, tu mir nichts, tu es nicht, bitte. Und der Hummermann sagte, ich breche dir jetzt das Genick und fresse dich. Und deine Familie wird dich nie wiedersehen. Und dann fingen alle an zu lachen, die da waren. Weißt du, das war alles nur ein Streich, das ist ein Streich gewesen. Und dann sagte der Hummermann noch, hey, kommt schon, lasst uns tanzen. Und ein paar von den Leuten packten sich Jimmy und, ähm, setzten ihn auf einen Stuhl. Du weißt schon, wie, bei der Barmitz war und, äh... Und er ist kein Jude. Das zeigt dir, wie sehr sie Jimmy mochten. Einfach nur so. Das Ende. Okay, geht's dir gut, du siehst so aus. Alles klar, Kumpel. Gute Nacht. Nein, Kelly, ich verstehe das ja alles. Ihr müsst tun, was ihr für das Beste haltet. Ich meine, wir nehmen den kleinen Kerl gern übers Wochenende. Aber wenn er nicht zu uns will, sollte er es auch nicht. Alles klar, wir telefonieren nachher nochmal. Bis dann. Gib mal mein dickes Küsschen, Baby. Was ist passiert? Major kommt am Wochenende nicht zu uns. Was? Ja, sie liefern ihn irgendwo anders ab, weil du dem Jungen gestern Abend deine Heidenangst eingejagt hast. Hast du... hast du das für mich getan, Baby? Denn wenn das so ist, dann... Sekunde. Er... er... hat heute noch Angst wegen meiner Geschichte? Ja, was hast du ihm denn bloß erzählt? Kelly sagt, sie mussten ihre ganzen Stifte wegwerfen. Nur eine kleine Geschichte über einen Zauberstift, der ein Halb-Mensch-Halb-Homa-Wesen ausbricht, das kleine Jungs verspeist. Au, klingt ja unheimlich. Ein großer, böser Wolf kann eine Oma fressen, das ist okay, ja? Schon gut, schon gut, komm schon, beruhig dich, hör zu. Kelly sagte, es geht Major besser, alles wird gut. Okay, ich... ich hab ein Kind verängstigt, mein Patenkind, und zwar so sehr, dass es kein Fuß mehr in mein Haus setzt. Ich weiß, gib Mama ein dickes Küsschen, na los. Geh weg, hör schon raus damit. Du verstehst das nicht, ich mein, Kinder mögen mich, weißt du, sie kommen zu mir gerannt und klettern rum auf mir. Weißt du, weswegen ich mein Gewicht behalte? Das ist für die Kinder. Die Fahrgemeinschaftsspur ist toll, nicht? Ja, ich war froh über Ihre Anzeige. Ach, übrigens, zu meinem Service gehört auch, Sie zu unterhalten. Aber wenn Sie über Politik reden wollen, sollte ich Sie vorwarnen, da habe ich eine sehr eigenwillige Meinung. Das ist schon okay, ich brauch keine Unterhaltung. Die Botschaft war deutlich und ist angekommen. Entschuldigen Sie bitte. Schrotflintenarty, wir bringen Sie schneller hin. Am Flughafen um drei Uhr, hmm, Sekunde, ja? Da hole ich schon jemanden ab, aber das Geld für eine Flughafenfahrt kann ich nicht sausen lassen. Was jetzt? Na ja, ich weiß nicht so recht. Könnten Sie Ihre Schuhe bitte wieder anziehen? Keine Sorge, es wird jemand da sein. Wer will sich auf leichte Weise Geld verdienen? Was ist, Mann? Ich bringe nur was zurück, deine Earth, Wind & Fire CD. Die hattest du zwei Jahre. Die besten zwei meines Lebens. Hey, ist Major... Schon möglich. Wieso? Ich will dem kleinen Kerl nur Hallo sagen. Nein, das ist keine gute Idee. Ich bin sein Patenonkel, ich will nur kurz Hallo sagen. Komm, jetzt die nächste Geschichte über einen Killer-Hummer. Schon gut, das war ein Hummer-Mann. Halb-Mann, halb-Hummer. Killer-Hummer, hast du sie noch alle? Hey, du da, hey, Major Degen Expressway, was geht ab? Wie geht's, Kumpel? Okay. Also dein Dad sagte mir, die Geschichte, die ich dir gestern erzählt habe, hätte dir Angst gemacht, hä? Aha. Weißt du, in der Zeitung habe ich heute gelesen, dass dieser Hummer-Mann gefangen wurde. Und jetzt sitzt er im Knast. Du kannst also beruhigt sein und zu Onkel Duck und Tante Carrie kommen. Nein, der Hummer-Mann wird mich holen. Jetzt hör mir gut zu, Kumpel, okay? Ich habe doch gerade erzählt, dass man ihn geschnappt hat und er im Knast sitzt. Er kann dich nicht holen. Ich will nicht mehr zu euch. Du erzählst diese blöde Geschichte bestimmt wieder. Ähm, zu deiner Information. Die meisten Kinder lieben diese blöde Geschichte. Also, das Problem liegt vielleicht gar nicht an der Geschichte, sondern an die. Na schön, weißt du was? Onkel Duck muss jetzt leider gehen. Nein, Mann, schon okay, er muss sich das anhören. Nein, muss er nicht. Du bist gruselig. Ich bin nicht gruselig, ich bin dein Patenonkel, okay? Ist mir egal. Das ist dir aber nicht mehr egal, wenn dein Eltern mal was Schlimmes passiert und dich alles betrifft, was du doch hast. Passiert euch was, Daddy? Nein, nein, Daddy wird nichts passieren. Raus hier. Mach's gut, ich hab dich lieb, Kumpel. Ein Mr. Jenkins wird dich abholen, und zwar an der Ecke Northern und Third. Ach, eins noch. Er klang etwas eigenartig am Telefon, also lass die Tür unverriegelt. Hier, bitte, Arthur. Das ist für die Brooklyn-Fahrt. Oh, danke sehr, Flora. Ich habe da einen Kunden, der fährt nach Jankers. Hättest du Interesse? Oh, Jankers, das finde ich ganz hinreißend. Nur ein kleiner Tipp. Es wäre gut fürs Geschäft, wenn du noch ein Knöpfchen mehr aufmachst. Und jetzt hat Major solche Angst, dass Deacon oder mir was geschieht, dass nur einer zur Zeit die Wohnung verlassen kann. Tut mir so leid. Du kannst nichts dafür, aber dein Mann ist ein Idiot. Glaub mir, wenn bei seinem Job nicht eine Zahnarzt-Zusatzversicherung mit drin wäre, wäre ich schon lange weg. Unsere Reise lässt sich nicht stornieren. Wir verlieren 700 Mäuse. Es sei denn, wir finden jemanden, der sie für uns antritt. Du bist ja spitze. Wie war das bitte? Du hast den Kleinen gestern so fürchterlich verängstigt, dass Deacon und Kelly ihre Reise jetzt gar nicht machen. Aber rat mal, wer sie macht. Ich gebe dir einen Tipp. Es reimt sich auf Schmuh und Schmich. Wir treten die Reise nicht an. Tut mir leid. Ach, wirklich? Die Tickets sagen was anderes. Carrie tun wir nicht. Ist das klar? Dark, das müssen wir, Schatz. Für Deacon und Kelly. Sonst verlieren sie 700 Mäuse. Sie mussten die Reise im Voraus bezahlen. Und was wird noch im Voraus bezahlt? Dein Ticket in die Hölle, denn du bist ein Teufelsweib. Also, wenn du mit Hölle die Bermudas meinst, dann... Ich muss zu ihm gehen und die Sache klicken. Was ist... Nein, Dark, stopp! Na schön, ich gebe zu. Je mehr du den Jungen quälst, desto besser wird es für mich. Aber jetzt denke ich wirklich nur an Major. Ja, sicher. Das stimmt. Denkst du denn wirklich, wenn du da nochmal hingehst, machst du die Sache besser? Wäre möglich, ja. Nein, Schatz, jetzt hör mir zu, okay? Major liebt dich. Aber er braucht ein bisschen Abstand von dir. Eine Zeit zumindest, um diese gruselige Sache zu vergessen und sich wieder an die schönen Zeiten zu erinnern, die ihr hattet. Ja, Tachendeck, der Bursche nicht... Ich weiß, ich weiß, ganz gut. Ich mach jetzt Besorgung und du fährst in die Reinigung. Und wenn du wieder da bist, kriegst du eine Riesenpastete. Ja? Ich hatte zwar schon eine, aber ich nehm noch eine. Tja, ich versichere Ihnen, ich hatte keine Ahnung, dass Joel unter einer Reisekrankheit leidet, als er hier anfing bei Schrotflintenarten. Natürlich, wir bezahlen die Reinigung Ihres Autos. Arthur, der Scheck von dir ist geplatzt. Genau wie meiner. Wisst ihr, er bezahlt uns lausige 10 Dollar. Und 20 behält er selbst. Das ist ne verdammte Lüge! Was steht da in den Büchern? Die sind vertraulich, du bist gefeuert. Rauscht mit dir. Arthur, du hast vorhin gesagt, ich soll ganz bis nach Philadelphia fahren. Und wie komm ich von da wieder zurück? Du hast doch einen Daumen, oder? Ich bin eine Frau. Ich treib mich doch nicht draußen rum, allein in der Nacht. Glaub mir, was du zu bieten hast, interessiert keinen. Diese Arbeitsbedingungen sind furchtbar. Los, wir gründen eine Gewerkschaft. Ja! Ihr solltet wirklich eine Gewerkschaft gründen. Eine für Undankbarkeit. Dass ihre Eltern sterben werden, hab ich ihm nicht gesagt. Sondern falls sie das tun. Den kleinen Unterschied hat er nicht begriffen. Weißt du, solche Sachen klingen vielleicht unbedeutend, aber das kann einen traumatisieren. Und zwar sehr lange. Du bist ja verrückt. Wie bitte? Ich bin nicht verrückt, okay? Ich meine, dir gefällt vielleicht nicht, was ich sage. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Und weißt du wieso? Ich habe da etwas gelernt von meinem Therapeuten. Dass die einzige Meinung, die überhaupt zählt, allein meine ist. All die Jahre wollte ich Leute zufriedenstellen. Zuerst mein Vater, dann meine Lehrer und das Finanzamt. Das ist vorbei. Okay? Von jetzt an geht es nur noch um mich. Verstehst du? Zum ersten Mal in 41 Jahren ist Danny Heffernan ein glücklicher Mann. Alles klar? Nicht zu übersehen. Ich warte im Auto. Gibt's morgen schon wieder eine Party, Mr. Bibi? Ja. Kinder lieben Clowns. Hey, wait! Was? Oh mein Gott! Arthur, du hast vorhin gesagt, ich soll ganz bis nach Philadelphia fahren. Und wie komme ich von da wieder zurück? Arthur, der Scheck von dir ist geplatzt. Los, wir gründen eine Gewerkschaft. Los, wir mischen ihn auf. Letzte Woche war das Leben noch so viel einfacher. Da gab's nur mich, einen Kunden und die weite Straße. Wollen Sie die Schnellstraße fahren? Äh, ja. Hey! Hey! Keine Sorge, das mache ich heute umsonst. Hallo? Hallo, tut mir leid, dass ich Sie störe, aber ich bin hier eben erst eingezogen und muss diesen blöden Zugangscode vergessen haben. Willkommen hier im Haus. In welche Wohnung sind Sie denn gezogen? Oh, in 3G. In 3G wohnen die Randalls. Oh, Entschuldigung, es ist 3E. E, äh, E, Sie enden, Mann. Dark. Dicken, komm, lass mich rein. Dark, verschwinde. Ich hab ne coole Überraschung für Major, komm schon. Lass mein Kind in Ruhe, verdammt. Dem werd ich's zeigen. Was soll denn das? Was tust du da? Was getan werden muss! Hör zu, Ronald McDonald, du wirst mir diesen Urlaub nicht versauen, also kommen wir jetzt sofort wieder runter. Nein! Verdammt, diese Riesenlarge. Dark, das ist doch idiotisch. Nein, ich will das wieder glatt bügeln. Dark, nicht! Stopp! Baby, vergiss diese ganze Geschichte. Nicht wegen mir, nicht wegen des Trips, aber wegen Major. Wenn du sagst... Gut, sehr gut. Na komm mit, Schatz. Fahren wir heim. Yes! Du bist ja irre! Oh! 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 Entschuldigung, dass ich vorhin so verschreckt war. Aber als Sie ins Auto stiegen, dachte ich, Sie wollen was ganz Bestimmtes anbieten. Nein, nein. Das ist ein Service, den ich sicher nicht anbiete. Aber hier in dieser komischen Gegend könnten Sie Vermögen damit verdienen. Ah ja, das glaub ich auch. Das glaub ich auch. Das Kino fängt in 15 Minuten an. Jetzt hau mal rein. Verzeih mir, dass ich kaue. Kartoffelbrei kannst du schlucken, ohne 40 Mal zuzubeißen. Nicht jeder von uns hat einen funktionierenden Magen. Ich verdauere das meiste von meinem Eschen in meinem Mund. Und den Rest verdaust du auf deinen Pullover. Oh, hey Danny. Hey Kumpel, was geht ab? Das Spiel von den Netzen ist gleich vorbei. Oh, fabelhaft. Fünf Punkte Vorsprung, nur noch 90 Sekunden. Hast du etwa auf sie gesetzt? Ja, ein paar Schäkelchen. Komm schon, Baby, komm schon. Klasse, lauf schneller als die Uhr. Hier, die Rechnung. Nein, wartet, wartet. Das übernehme ich heute unter die New Jersey Nets. Danke, Mann. Danke. Ich nehme auch gerne hübsche Gucci-Tasche von euch. Sollst du kriegen. Willst du vielleicht auch eine da gehen? Was ist jetzt passiert? Da ist der Gleichstand. Das war ein Dreipunktwurf und zwei technische Fouls. Habe ich echt noch nie gesehen. Mein Gott, jetzt ist der Ball auch noch weg. Du musst ihn decken, Mann. Warum deckst du ihn nicht? Zwei Monatsmieten. Was mache ich jetzt nur? Tiermann, wir müssen los. Vielen Dank fürs Essen. Doug und Carrie sind weg. Was machst du noch hier? Beobachten, wie du mit Donnergetöse ganz unten im Sumpf landest. Was? Du hast dringend Hilfe nötig. Deine Glücksspielerei gerät völlig außer Kontrolle. Nein, nein. Ich habe nur einen Durchhänger, klar? Und dann kommt immer eine Glückssträhne. Genau dasselbe habe ich gesagt, als ich 44 auf Dewey gesetzt hatte und Roosevelt Präsident wurde. Ich lernte, mich zu beherrschen. Und das wirst du auch lernen. Arthur, ich weiß das zu schätzen, aber ich habe kein Problem. Sieh dich doch mal an. Zweifelt und pleite. Lauerst du auf dem Klo auf Trucker, die du für ein paar Dollar bedienen kannst? Nein, ich muss nur pinkeln. So fängt es an. Na gut, vielleicht habe ich ein Problem. Aber was macht man da? Gibt es anonyme Glücksspieler? Da lullen sie dich nur ein mit Unterstützung und Mitgefühl. Lass das. Ich will nicht kurieren. Wirklich? Ja. Vom heutigen Tag an bist du nur noch einem hörig. Und der jemand bin ich. Ich habe nur gesagt, dass du nie wieder einen Film aussuchen wirst. Ja, weißt du, wenn du die 3D-Brille nicht tragen willst, darfst du auch nicht stänkern. Wow, deine Mötze kommen ja auf mich zu. Heute nicht, Schatz. Hey, warum sperren sie die Straße? Ich nehme an, dein Dad hat im Hustensaftrausch Nachbarn angegriffen. Hey, Lou, was ist hier los? Ähm, wir machen eine Blockparty. Oh, cool. Wann fängt sie denn an? Ihr bringt mich in eine unangenehme Situation. Wieso? Sind wir nicht eingeladen? Ich wollte, dass ihr auch kommt. Die anderen haben mich aber überstimmt. Entschuldige. Ach was, macht ihr keinen Kopf. Ist okay. Ja, wir hätten sowieso keine Zeit gehabt, weil wir gerade dabei sind, eine Runde Schiffe versenken zu spielen. Oh, das klingt aufregend. Das ist es. Verdammt aufregend. Hey, ich hab's gefunden, aber die meisten Stifte sind weg. Ja, die hat mein Dad wohl für Tic Tacs gehalten. Kann nicht sein. Er besteht auf seinen ekligen Atem. Eigentlich mag ich überhaupt nicht spielen. Der Hals tut mir so weh. Massier mich doch ein bisschen. Ja, klar. Die gehen alle auf diese Blockparty. Und sie haben eine Reggieband und ein Blech Vanille geschnitten. Lass bitte auf, da so rüber zu starren. Die scheinen viel Spaß zu haben. Oh, wirklich? Und wie spät haben wir es? Viertel nach neun schon. Ich ruf die Polizei. Jerry, also bitte, lass den Mist. Was hast du für ein Problem? Ich mein nur, findest du's nicht auch eigenartig? Da ist eine Blockparty und alle feiern mit. Bloß uns wollen sie nicht. Vielleicht sogar der Typ, der angeblich seine Frau umgebracht hat, ist da. Das ist eine Blockparty. Im Ernst. Was verpassen wir? Oh, ich liebe die Röstzwiebeln. Oh, wie billige Wachse ist verschwunden. Ich will's nicht verpassen. Ich liebe Röstzwiebeln. Und ich muss sagen, Billy ist riesig geworden. Okay. Das Gespräch ist sowieso sinnlos, weil die Nachbarn uns hassen. Gut, meinetwegen sollen sie. Und warum gehen wir nicht einfach runter und zeigen denen, dass wir keine üblen Typen sind? Ne bessere Idee. Du gehst da hin und ich nasch noch ein paar von den Schmerzpillen von meiner Zahn-OP. Oh Mann. Lou wird gleich ins Wasser geworfen. Ich muss da hin. Hey, da Köffernen. 3121. Oh. Ja, Sie haben doch die Cops gerufen bei unserer letzten Blockparty. Sie sagten, da würde ne Straßengang rumrandalieren. Wissen Sie, das war meine Frau. Ehrlich gesagt haben wir nicht viel gemeinsam. Hey, Phil. Oh. Hey, Doug. Hey, Glenn. Hey, ganz ehrlich. Ich finde es toll, wie Ihr Garten aussieht. Wie bitte? Durch die Hitzewelle ist fast alles verdauert. Weniger ist oft mehr. Hey, wer ist denn der hübsche Kerl, ha? Das ist Sparky. Mögen Sie Hunde, Doug? Nein, kann man so nicht sagen. Ich nenne es Lieben. Oh. Sie haben wohl einen Hund? Nein, ich hab keinen. Aber bei so einem Prachtstück würde ich wohl auch schwach werden. Wenn Sie wollen, nehmen Sie ihn mit. Wie bitte? Sehen Sie, Sparky gehört nicht mir. Ich arbeite als freiwilliger Helfer im Tierheim und nehme ihn manchmal übers Wochenende. Na, wie sieht es aus, Doug? Ist in Ihrem Herzen genug Raum? Doug? Was ist das? Ganz ruhig. Tut mir leid, aber es ist etwas ungewohnt, morgens aufzuwachen mit einem fremden Hund in unserem Bett. Aber es ist schon halb zwei nachmittags, also... Ist das dein Ernst? Wow. Dann stimmt die Aufschrift nicht in Verbindung mit Alkohol. Wieder eine neue Erfahrung. Jedenfalls, das ist mein Hund Sparky und ich bin in Kürze wieder da. Wow, 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 wow. Was läuft hier? Nichts. Ich hab den Hund adoptiert. Gestern Abend. Normale Menschen bringen von einer Blockparty ein paar Reste mit nach Hause. Kein Hund. Hey, ich hab Kuchen mitgebracht, aber der ist alle, denn wir haben halb zwei. Ja, schön. Bring den Kleinen jetzt einfach wieder dahin, wo er hergekommen ist, bitte. Ach, Carrie, komm schon. Seinetwegen mag man uns jetzt endlich. Und durch das Ganze gerenne und gespiele mit ihm. Bonus. Weißt du wieso? Waschbrett! Ah, er soll dir abnehmen helfen. Okay. War nicht genau das auch schon dein Zauberargument beim Kauf deines Dünen-Buggys? Hey, hey, was hab ich durch den Kieferbruch beim Sturz verloren? Vier und halb Pfund. Okay, weißt du was? Du willst den Hund meinetwegen, aber du bist für ihn verantwortlich. Du fütterst ihn, führst ihn aus, alles dein Job. Absolut, das war auch meine Absicht. Komm, bitte, ein bisschen Kuchen haben wir. Nicht vergessen, Weißes von Buntem zu trennen. Ja, aber es fällt mir etwas schwer zu erkennen, was weiß ist. Hüte deine Zunge, Junkie. Also, ich verstehe das nicht. Wie soll es mir bei meinem Spielproblem helfen, wenn ich deine Wäsche mache? Als du hierher gekommen bist, was wolltest du mehr als alles andere? Zuerst mal ein Fenster öffnen. Dann wollte ich den Buchmacher anrufen und Wetten platzieren. Ich mag die Nicks und die Lakers sind echt gut. Und hast du die Wetten dann platziert? Nein. Und warum nicht? Weil du deine Telefontasten mit Kaugummi verklebt hast. Nein, weil ich deine Wurstfingerchen immer beschäftigt halte. Jetzt mach gefälligst weiter. Ich sag dir, Junge, wenn du das Dehn vergisst, merkst du's morgen. Wer ist das? Das ist mein neuer Hund Sparky. Sparky? Das ist Arthur. Was immer du tust, schnüffel nicht an seinem Hintern. Nur damit das klar ist, die Leberkräcker im Schrank sind meine. Oh, ist das das Nicks-Spiel? War es. Sie haben gewonnen gegen die Trailblazers. Oh, ehrlich? Und weißt du zufällig, wie die Lakers so drauf sind? Gewonnen. Mit 30 Punkten. Wirklich? Anscheinend hat jemand wieder eine dicke Glücksspiel. 유 Engelber ist. Mit 30 Punkten. Das ist das Nicks-Spiel wars in der Knochen. Ich sage, wie die Lakers. Ich sage, wie die Lakers so drauf sind? 若 ich die Lakers so reinige. Ich sage, wie es sich ein Knochen abgerämmt. Ich sage, wie mir das so drauf ist. Ich sage, wie das Job der Knochen geht, wögelfreien Schrank ist. Ich sage, wie eine solche Bahnsteigerung ist. Ich sage, wie es ein Knochen geht, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, Fett Charlie, ich weiß, ich habe eine Glückssträhne. Wenn man vom Teufel spricht, nicht aufliegen. Hey, Arthur. Hey, wie geht's meinem Lieblingsrekommunizenten? Ach, mein Hetzer durch. Komm, setz dich. Weg mit den ganzen Bootskatalogen. Reden wir doch über, von welchen Teams dein krankes Spielerhirn heute wieder besessen ist. Gut. Weißt du, statt Unterhaltungen über Basketball und Elektroschocks mit der Autobatterie, dachte ich, warum suchen wir nicht, ich weiß nicht, nach der Wurzel meines Problems. Was meinst du? Naja, vielleicht hängt diese ganze Spielsache damit zusammen, dass mein Vater nie was von mir gehalten hat. Gut, damit können wir arbeiten. Sehr gut. Großer. Also, wenn dein Vater dich fragen würde, auf wen du heute setzt, welches Team würdest du wählen, um dir seine Anerkennung zu erwerben? Die Celtics oder die Timberwolves? Was? Die Celtics, schätze ich. Aha. Und wenn seine Liebe davon abhängen würde, dass du drüber oder drunter wählst? Drunter? Drunter! Wie interessant. Ja, siehst du, ich muss das wirklich für mich geregelt kriegen, weil ich, ich weiß auch nicht, manchmal so verzweifelt bin, dass ich am liebsten auf irgendein Dach steige und... Das besprechen wir lieber morgen. Nur nicht zu viel auf einmal. Bis dann. Hey, was geht ab? Ich war eben gerade oben und anscheinend hat jemand Gewisses in den Flur gepinkelt. Ja, das war ich. Hör mal zu. So läuft das hier nicht, kapiert? Wovon sprichst du? Dark, du hast einen perfekt erzogenen Hund gekriegt und machst ihn zu einer faulen, fetten Fressmaschine. Und sollte es dir noch nicht aufgefallen sein, so eine haben wir hier schon. Oh ja, zeig's mir. Komm, machst du mit uns gemütlich, wir essen ein paar Chips und sehen gerne. Nein, Dark. Von jetzt an läuft es folgendermaßen. Du wirst immer morgens früh aufstehen und mit ihm eine Runde laufen. Und dann fütterst du ihn mit Hundefutter. Und pinkelt er wieder ins Haus, wischst du es auf. Und wenn du das nicht auf die Reihe kriegst, verschwindet er wieder dahin, wo er hergekommen ist. Du wirst mir fehlen, Junge. Komm, mein Großer, du darfst hier weg. Glaub mir, wenn ich mit dir tauschen könnte, dann würde ich es. Carrie! Oh, wie schön, dass ich sie erwische. Ich wollte ihr nämlich dieses Hundetrainingsvideo bringen. Und gesprochen wird es von Betty White. Oh, nett. Das ist super, aber eigentlich brauche ich es gar nicht mehr, der... Alles okay? Ja, ich habe einen eingeklemmten Nerv im Nacken. Das tut so weh. Ich hatte genau dieselben Schmerzen. Und jetzt habe ich einen Massagesessel. Es ist wie ein neues Leben. Weiß ich, aber ich kenne auch die Preise. Da muss ich wohl erst mit einem Verkäufer schlafen, um mir das leisten zu können. Da kann ich Ihnen helfen. Einer meiner Klienten baut ihn nämlich. Ich besorge ihn ein für ein Drittel des Ladenpreises. Wirklich? Würden Sie das? Ich finde, als Dank dafür, dass Sie Sparky gerettet haben, ist das doch das Mindeste. Möge Gott ihr gutes Herz segnen. Das war doch Ehrensache. Möge Gott alle Kreaturen segnen. Wir müssen ihn behalten. Was ist passiert? Glenn organisiert mir sehr preiswert einen Massagestuhl, weil er uns für liebe Menschen hält. Das muss ich aufrecht erhalten. Dann viel Spaß. Ich will ihn nicht mehr. Ich will einen Vogel haben. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Du hast den Hund mitgebracht. Ich will mich nicht um ihn kümmern. Lass dir was einfallen. Und? Ich grübel über einen Vogelnamen. Wie wär's? Shit. Okay. Wie wär denn das? Wir bringen ihn wieder ins Tierheim und behaupten, er wäre weggerannt. Damit kriegen wir immer noch Lob für die Rettung plus Mitleid für den Verlust. Zweimal gewonnen. Würde nicht funktionieren. Glenn isst jeden Tag im Tierheim und putzt Lamas und so. Wir bringen ihn einfach aus der Stadt nach Jersey. Zu nah, zu nah. Pennsylvania, zu den Amischleuten. Na gut, aber das wird hart für ihn. Er liebt Fernsehen. Hey, hängen die Hund verloren, Poster? Ja. Lou hat mich so vor Mitleid gedrückt, ich glaub, meine Schulter ist gebrochen. Keine Bange, Glenn sagt, der Massagestuhl wird heute noch geliefert. Oh, bestimmt ist er das. Es geschehen Zeichen und Wunder. Sparky? Er ist wieder da? Es ist nicht zu fassen, wie weit er gelaufen ist. Lancaster in Pennsylvania. Glück für Sie, dass man seinen Mikrochip scannen konnte. Mikrochip? Wow. Kennen die Amisch den Scanner? Na, auf jeden Fall ist er nun wieder bei Ihnen zu Hause und die Familie ist vollständig. Dankeschön. Arthur, hey! Ah, da bist du ja. Testen wir gleich mal deine inneren Dämonen bezüglich des Pacers Cavaliers Spiels heute. Was soll ich sagen, das interessiert mich nicht. Ich mag nicht mehr wetten, schon seit Tagen. Was? Ja, ich denke, ich bin wirklich kuriert. Deine Therapie wirkt. Und als Dank kriegst du diese Pflanze. Du Vollidiot, das zu glauben ist Teil der Krankheit. Hey, dafür habe ich sechs Mäuse abgedrückt. Ist doch egal, sag mir, wer heute Abend gewinnt. Moment mal. Du machst wetten und nutzt meine Tipps? Hallo? Entschuldige, ich hielt das für eine rhetorische Frage. Aber natürlich habe ich es gemacht. Ah, daher kommt also das viele Geld. Und die Weiber. Und die Pelzüte. Du hast gesagt, du tust das für mich. Okay, ich habe dich benutzt und das war gemein. Aber das ändert nichts daran, dass ich dir helfen wollte, damit aufzuhören. Ich liebe dich, Daniel. Also, Pacers oder Cavaliers? Du bist einfach unglaublich. Bisschen. Wenn ich beim Spiel heute Abend mein Geld verdoppeln kann, schaffe ich es raus aus diesem Höllenloch. Das kannst du vergessen, okay? Du hast dich zum letzten Mal an Dennis' Bus genähert. Einmal nuckeln. Nein! Gut, dann mache ich selbst. Ich brauche deine Hilfe nicht, um mir Teams auszusuchen. Also dann, Cavaliers Pacers, ah, wo, äh, Cavaliers Pacers. Mein Cousin Jeffrey fuhr doch mal ein Pacer. Allerdings war er kein Kavalier im Straßenverkehr. Gratishund, hier gibt's einen Gratishund. Das ist Menschen, bester Freund. Jeder sollte einen haben. Lady, nehmen Sie ihn ruhig mit. Er ist lieb und sauber. Na, kommen Sie, Opa. Wollen Sie nicht, nehmen Sie ihn doch. Niemand will ihn haben. Willst du wissen, wieso? Weil keiner sieht, wie er sich bewegt. Er sieht aus wie du, deswegen will ihn keiner. Du wolltest mich. Ja, vor einer Million Jahren, Kumpel. Okay, lass mich jetzt versuchen. Ich versuch's jetzt mal. Oh, 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 wohin wollen Sie so schnell, mein Lieber? Wie bitte? Tja, sehen Sie, dieser Hund ist uns gerade zugelaufen und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Sie wirken wie der klassische Hundehalter und ich liebe Hundehalter. Ja, das ist sehr schön. Ich bin spät dran, bitte auch. Alles klar. Klasse gelaufen. Es war ein Versuch. Beim nächsten Mal mach einen Knopf auf und lass sie anfassen. Hund mit Zulage. Oh, sieh mal da drüben, die Familien bei den Schaukeln. Los, komm, von denen nimmt Ihnen bestimmt eine. Na los, Mann. Hol ihn dir. Na komm schon. Los. Los, geh. Jetzt tauch schon ab, wir wollen dich nicht mehr. Hör zu, wir gehen einfach. Gut. Hey, Mann. Was tun Sie denn da? Ähm, wir spielen mit unserem Hund. Ein kleines Spiel namens. Jetzt tauch schon ab, wir wollen dich nicht mehr. Wenn in Ihrem Herzen nicht genug Gefühl vorhanden ist für so eine kleine, arme Kreatur, geben Sie ihn mir gern wieder. Angenommen. Das klingt wirklich großartig. Halt, noch eine schnelle Frage. Wenn wir ihn wieder zurückgeben, wo stehen wir zwei dann? Massagestuhl-mäßig. Carrie, versprochen, es halte ich auch. Der Stuhl kommt heute noch. Ein Mann, ein Wort. Großartig. Ich find Sie echt toll. Sie werden sicher den Nachbarn davon erzählen. Nein, Dark. Ihr selbstsüchtiges und böses Verhalten bleibt unser Geheimnis. Na, das wird ja immer besser. Schlagen Sie ein. Schon gut, Kumpel. Sie sind der Größte. Bis zur nächsten Blockparty, Wandscherz. Wir kommen nicht. Also sind wir quitt, Fett, Charlie. Dad, was ist hier los? Ich hatte nur ein paar Wettschulden einzulösen. Und du gibst dem Kerl meinen neuen Massagestuhl? Und Dark Snowland Ryan Baseball mit Autogramm. Ich töte dich, alter Mann. Wie, jetzt raus, sofort. Das ist nicht so. Das ist unmöglich. Ich sag doch, dass da böse Menschen wohnen. Gehen wir, Schneefucke. Gehört der Mann zu Ihnen? Er hat sich bei den Arme schrum getrieben. Mir. Nur fürs Protokoll. Du klebst das hässliche Duftding nicht in unser Auto. Hm. Dann sitzt bitte du halbnackt vorne und dufte nach Vanille. Na toll, er fängt an, die Felden zu putzen. Das kostet uns wieder einen Extra-Dollar. Hey, was denkst du, wer den silbernen Toyota da fährt? Was? Den mit dem Nummernschild Sexy for You. Äh, bestimmt die Prostituierte da drüben. Schon möglich. Schon möglich. Ich schlag was Unorthodoxeres vor. Da, das chinesische Paar. Was? Du hast sie doch nicht alle. Gut, wollen wir wetten? Na schön. Zehn Mäuse. Okay, und was für eine Quote? Quote? Ich setze auf das chinesische Paar. Niemals. Die Wette gilt. Na dann mal los. Verdammt. Ich wollte sagen, der Blödmann da. Wir sind dran. Na komm. Da. Oh, fello, loco, gatschipa. So, wie sieht's mit den Steaks aus? Boah, 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 man öffnet einen Räucherofen nicht mitten beim Räuchern. Du bist ja ein Banause. Aber das räuchert seit Mittwoch. Läuft das Ding eigentlich? Äh, ich denke, ich weiß, ob mein Räucherofen an oder aus ist. Alter, das Ding ist total kalt. Schnauze, oder willst du nur Krautsalat essen? Verzieh dich! Er ist noch leicht roh, aber das kommt schon. Was zeichnest du denn da, Hübsches? Onkel Duck, und er isst eine Wurzel. Eine Wurzel? Du hast ja viel Fantasie. Mann, Spence, wie viele Appletinis hast du jetzt schon? Das sind jungfräuliche Appletinis. Eigentlich mehr Saft in einem Martini-Glas. Was ist mit dem Hobbit los? Er hat seinen Job vor ein paar Wochen verloren. Junge, so schlimm ist das nicht. Weißt du, wie oft ich gefeuert wurde? 76 Mal. Meine Arbeit in der U-Bahn war eine so schöne Aufgabe. Und ich weiß gar nicht, naja, was mein Leben jetzt noch für einen Sinn hat. Dagegen ist schwer anzukommen. Ist das Essen bald fertig? Die Leute haben Hunger. Ja, es kommt. Okay? Wir haben einen fabelhaften Barbecue-Grill da stehen. Du musst erst mal genauestens deine Einstellung. Geräuchertes Fleisch ist nämlich ein Privileg und kein Naturrecht, okay? Willst du das Privileg verlieren, hä? Hat jemand ein Problem mit meinem Räucherofen? Ehrlich? Tja, ich will's gar nicht hören. Aber schön, euch alle zu sehen. Geis jetzt. Hey, Baby. Wo ist Kirby? Was? Wir haben abgemacht, dass du ihn holst. Und meine Mailbox-Nachricht? Du solltest ihn holen, damit ich nicht mit flüssigem Ice hier erscheine. Ich hab sie nicht abgehört. Und wofür hast du sie dann eingerichtet, weißt du? Seit du wieder angefangen hast zu arbeiten, hast du... Jetzt tragen wir ja nicht wieder mit der Blöden an. Leute, Leute, Leute. Ich fahr Kirby abholen, okay? Spence, das musst du aber... Nein, ehrlich, das ist mir ein Vergnügen. Und ein Grund, mich erst später zu erschießen. Danke, Mann. Leute, das ist... Das Bild hab ich für Sie gemalt. Oh, das find ich aber lieb von dir. Was ist das, sowas wie ein Zombie-Monster? Aber das sind Sie doch. Mach nur so weiter, Picasso. Ah, da ist ja mein attraktiver Schwiegersohn. Ich borg dir nichts mehr ab. Zu deiner Information, ich bitte dich nicht um ein Darlehen, sondern um ein Geldgeschenk auf Dauer. Wovon sprichst du? Ich möchte eine Spange. Du meinst, für die Haare? Nein, für meine Zähne. Majors Bild von mir hat mir die Augen geöffnet. Arthur, der sieht doch gar nicht aus wie du. Gut, bis auf die Affenhände. Für mein ganzes Leben schäme ich mich für meine Zähne, deshalb ist nichts aus mir geworden. Es waren die Zähne, nicht die Wutausbrüche, klar. Zwei bis drei Jahre eine Spange tragen, dann bin ich ein neuer Mann, sagt der Kieferorthopäde. Wie schön wäre es, mit Frauen anbändeln zu können, ohne sich einen Fächer vor den Mund zu halten. Arthur, du hast keine schiefen Zähne. Douglas, deine tiefe Zuneigung zu mir macht dich blind für die Wahrheit. Guck dir diese Vorher-Nachher-Bilder an. Das ist eine extreme Großaufnahme meines Oberkiefers. Nimm das weg. Also, was sagst du? Für nur 3.200 Dollar bekomme ich ein Millionen-Dollar-Wertes-Löcheln. Nur 3.200, weißt du was? Gib mir die Broschüre mal, ich werde ein bisschen rechnen und dann sprechen wir darüber, okay? Dankeschön, Douglas. Besiegeln wir's. Yo! Hey, Baby. Hi, Schatz. Wow, das duftet ja gut. Nicht die Schüssel anfassen, sie ist furchtbar heiß. Oh, hi Deacon, was trinkst du? Ähm, ein Bier? Kommt sofort. Was macht mein Freund hier mit einer Schürze? Wir waren uns doch einig, dass wir Hilfe brauchen und das ist jetzt Spence. Also dann ist Spence unser neues Mädchen? Nein, nein, er ist mehr wie ein Hausboy. Er ist ein guter Koch, kommt mit den Kindern klar und er war verzweifelt. Ich bezahle so gut wie nichts. Bier, dein Biergroßer. Oh, danke, Mann. Gefrostetes Glas. Eine nette Idee. Ich weiß, dass du das gerne hast. Jetzt hab ich meinen Hausboy. Ja, wenn mein Großvater das noch hätte erleben können. Sitz, Sitz. Sitz, Sitz, Sitz. 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 Was machst du da? Ich trainiere meinen virtuellen Hund. Sitz, Sitz. Hey, knurrst du mich etwa an? Schatz, kann ich dich mal für eine Sekunde sprechen? Sekunde. Ich will ihm nur einen mit der Zeitung verpassen, ja? Komm schon, Platz. Oh, gut. Was gibt's? Ähm, mein Dad hat mir von der Spange erzählt. Spange? Eins steht mal fest, dein Dad ist nie langweilig. Doch ist er. Aber das war witzig. Um ehrlich zu sein, ich hab ihm gesagt, dass er sie haben kann. Was? Soll das ein Witz sein? Wie hätte ich sie ihm abschlagen können? Er wollte sie doch unbedingt. Er will dauernd Sachen. Er wollte ein Helikopter. Er wollte mich als Bürgen für einen Muffin-Shop. Ich bitte dich, ja? Du kannst doch auch Nein sagen. Ehrlich, du verdirbst ihn. Herrgott noch mal. Hör zu, Dark. Ich weiß, dass das verdammt teuer ist. Aber ich glaube, es würde seinem Selbstvertrauen auf den Weg helfen. Auf den Weg helfen? Du willst es sicher nicht hören, aber dein Dad wird bald die Ausfahrt erreichen. Hey, wenn ich er wäre, würde ich mich langsam rechts einordnen. Okay, du hast recht. Es ist wirklich lächerlich. Aber er ist mein Vater. Ich sag ihm nicht, tut mir leid, lohnt sich nicht mehr. Nein, du sagst nur, die Spange wirst du ebenso wenig bekommen, wie du die Jumbo-Flasche Shampoo kriegst, weil die Zeit nicht mehr auf deiner Seite ist. Klar, da ist er ja. Dad, das hat er doch nicht so... Nein, nein, er hat absolut recht. Wie konnte ich denken, dass ich eine Zukunft hätte? Danke, Douglas, dafür, dass du einen alten, närrischen Mann aufgeklärt hast. Kein Problem. Und wie findest du's? Stell dich nicht zu nah an die Bahnsteigkante, der Zug kommt bald, dauert nicht mehr lang. Und pass immer gut auf deine Sachen auf. Das ist der U-Bahn-Sicherheitssong. Stell dich nicht zu nah... Oh, Sekunde. Hallo? Ja? Danny, ich hatte dich gebeten, mich nicht bei der Arbeit anzurufen. Ach was, wie kommst du darauf, dass ich wütend bin? Ich erwarte nur etwas Rücksicht. Nein, du... Wir besprechen das nachher, okay? Bis dann! War das deine Frau? Nein, nur... Nur der nervtötendste Mann auf der ganzen Welt. Oh. Nur keine Angst, ihr kleinen Schätzchen. Ihr werdet mich noch für lange Zeit hier haben. Wie geht es? Als du kamst durch die Tür, now I'm glad. Aber manchmal sind die Dinge, die sich umherlautend sind. No one's spared. All hands, look out below. There's a change in der Status quo. Gonna need all the help that we can get. According to our new arrival, life is more than mere survival. We just might live a good life, yeah. Hättest du gern was von meinen Huevo Schercheros? Ich bin satt. Starr, bitte nicht ständig auf seinen Mund, ja? Das sieht aus wie ein Loch voller Maden. Bevor ich's vergesse. Douglas, könntest du mir 50 Dollar leihen? 20, wenn du in die andere Richtung guckst. Wofür brauchst du das Geld denn, Dad? Für die Anmeldung. Durch mein neues, viel schöneres Aussehen beflügelt, besuche ich demnächst wieder die Schule. Im Ernst? Zeig her. Die Universität von Texas. Okay, das klingt nett, aber ich bin sicher, du könntest auch Gratiskurse im Queensborough Gemeinde College belegen. War denn Queensborough nominiert als Nummer 1 Partyschule in Amerika? Nicht, dass ich wisse. Arthur, du hast deine Zahnspange bekommen, aber ich bezahle dir kein College. Oh, wirklich? Womöglich deshalb, weil ich für dich schon zu alt bin, um eine Flasche Shampoo zu verbrauchen. Fang doch erst einmal an und nimm Shampoo. Orgenmehl funktioniert besser und kostet den halben Preis. Schon gut, schon gut. Dad, ich werde mir das ansehen und dann sprechen wir. Na, wie schön. Und falls das nichts wird, ist die San Diego meine zweite Wahl. Sieh dir das an, Mann. Spence hat auf mein Panini-Sandwich heute sogar meine Initialen getoastet. Wahnsinn. Wie schön. Freut mich, dass es gut für dich läuft. Hast du Probleme? Wie sollte ich? Ich bin nur 4000 Dollar los und besichtige zurzeit mit einem Greis Universitäten. Also mein Hausboy hat echt ein super Händchen für Sandwiches. Und dein Sohn ist an allem schuld. Er hat das Scheißbild von Arthur gemalt. Wieso kann er seine Buntstifte nicht essen wie ich früher? Tja, schade, dass es für dich nicht so gut läuft wie für mich. Was meinst du? Vor ein paar Monaten hat er Kelly gemalt und für ihren Po hat er einen ganzen Farbeimer gebraucht. Sie hat einen Blick drauf geworfen und stand postwendend auf dem Stepper. Wirklich? Gott ist gut, Bruder. Könnte Major auch mal Carrie zeichnen? Wozu? Die hat doch nicht so viel. Weiß ich, aber es gibt auch Verbesserungen in der Richtung. Viel weniger, das muss viel weniger sein. Aber so sieht sie doch aus. Okay, los, gib mal her. Und jetzt schreibt Major drunter. Ich mach ein romantisches Essen für Deacon und Kelly und du musst Major vom Schlafen abhalten. Hey, kühl die Düse, Hazel. Guck mal, toll, nicht? Wieso hat Carrie so einen komischen Körper wie ein Junge? Das Gleiche könnte ich nicht fragen. Mann, das riecht ja gut. Packst du mir was ein? Oh nein, erst wenn du mir 5,50 Dollar die Stunde bezahlst. 5,50 Dollar. Und, äh, wie waren die Broschettas? Einfach toll. Ja, super. Nicht zu ölig? Minimal, nur einen Hauchen. Ich, Dummi. Das sind die Schrimps fra Diabolo. Der Fehler wird sich nicht nochmal wiederholen. Hättest du bloß den Mund gehalten? Hab ich dafür nicht von den gefüllten Pilzen geschwärmt, hä? Komm, äh. Hey, Danny, wir sind gerade mitten beim Essen. Wird nicht lange dauern. Was, was willst du denn hier? Du blockst meine Anrufe und meine SMS werden nicht beantwortet. Was würdest du tun? Jedenfalls nicht am Arbeitsplatz auftauchen. Die Parmas sind gerade am Essen. Du weißt, wie ich werde, wenn mein Essen auflammt. Und das natürlich meine ich. Allerdings. Oder wo ist mein Staubsauger mit dem Partikelfilter? Es wäre jetzt, wenn du deine 15 Minuten Essenspause nehmen möchtest. Nein, nein. Die Essenspause mache ich, wenn die Küche ordentlich ist und ich dir dein Bad eingelassen habe. Und was ist mit meinem Bad, hä? Oh, jetzt verstehe ich, worum es geht. Es geht nicht um meine Tätigkeit. Du bist sauer, weil ich dich nicht mehr bediene. Wahnsinn, aber zu Hause machst du kein Stück mehr, Mann. Ich habe seit zwei Wochen kein warmes Essen mehr gekriegt. Oh, das sind... Hier, bitteschön, dann ist... Hier sind Schrimps, Knobibrot, ein alter Pecorino. Da sitze ich schon hin. So, wir müssen beide früh raus. Ich muss jetzt kurz drinnen schlafen. Na, lecker. Na toll, da arbeitet man sich die Finger wund und an... Was ist? Was meinst du denn? Es ist köstlich. Es ist nicht zu ölig? Einen Tick. Aber du weißt, das mag ich gern. Hey, alles klar? Geht so. Weißt du, was so ein Typ mir heute am Telefon gesagt hat? Aus welchem Land stammen sie denn? Klinge ich nicht wie eine Amerikanerin? Was für ein Idiot. Kannst du mir was aus dem Kühlschrank geben? Was denn? Äh, das Relish. Wofür? Ich weiß nicht mehr, wie es riecht. Hab es völlig vergessen. Tust du mir diesen kleinen Gefallen? Danke. Was ist das? Oh, tja, Major, war es peinlich, dass er neulich nicht auch ein Bild von dir gemalt hat und... Da haben wir es. Hier, viel Vergnügen beim Erinnern. Danke. Ja. Ich sag also, hören Sie, wenn Sie finden, dass ich nicht wie eine... Mann, der Kleine ist ein echtes Naturtalent. Das sieht genauso aus wie du. Unsinn, das sieht doch aus wie ein Junge, hör mal. Oh mein Gott, jetzt bin ich aber ins Fettnöpfchen getreten, tut mir leid. Ich versteh nicht, wieso denn? Dass ich gesagt habe, sehe dir ähnlich und du es als, ähm, als Junge siehst. Was bedeutet, dass du Kinderformen hast? Von mir aus. Ich geh jetzt duschen. Ja. Carrie, mir tut das Ganze ja so leid. Was meinst du? Majors Bild von dir. Ich sehe doch, wie traurig es dich macht. Der Bursche weiß nicht, wie verletzend das ist. Ach, das macht mir nichts aus. Sieht so aus, aber weißt du was? Du bist sehr tapfer. Was, äh, was meinst du? Plötzlich fühle ich mich tatsächlich gehemmt. Das ist dumm, ha? Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, dein Dad hat's auch gewohnt. Und was hat er getan? Ich ziehe meinen Hut vor ihm, ja. Da ist etwas, ja. Vergiss es, nein, vergiss es. Oh ja, vergessen wir es einfach, dass mein kleines Mäuschen leidet. Och komm schon, Baby, sag es mir. Gut, einverstanden. Es gibt etwas, was ich immer an meinem Körper ändern wollte. Oh mein Gott, denkst du, ich sollte da was machen lassen? Du weißt, dass ich dich liebe. Und so wie du bist, bist du die Schönste. Aber wenn du den Wunsch hast, etwas zu ändern oder... ...oder zu vergrößern... ...wird ich dir dabei behilflich sein. Ich sag dir was. Ich werde es machen. Ich möchte diese Wadenimplantate. Ist Waden ein Markenname, oder...? Nein, nein, ich denk da öfter mal dran. Aber bei den Preisen, wie schön wär's, wenn ich meine Traumform hätte. Dann würden meine Beine in der U-Bahn richtig auffallen. Oh, Schatz, danke. Oh ja. Ja. Okay. Gut, ich werde mir so runterlaufen. Oh ja, klar mit dem, Baby. Tu's klar. Arthur, was machst du? Ich kauere Sahnebonbons. Aber du sollst nichts Klebriges essen, sagt der Zahnarzt. Na und? Aber das macht die Spange kaputt. Prima. Ich hasse sie. Was? Weil sie mich immer im Seniorencenter hänseln. Blechmaul. Metallfrösche. Ebenso grausam wie treffend. Was soll's? Das blöde Ding kommt raus. Und zwar auf der Stelle. Was? Verarschst du mich? Ich hab 3800 Dollar springen lassen. Und ein paar tausend mehr muss ich für ein Körperteil von Carrie bezahlen, den ich nicht mal ansehe. Geht das in die Schublade? Mein Mund. Meine Entscheidung. Und er könnte mir auch Jennifer Lopez-Waden machen? Du bist meinen Arm los. Au! Du hast mich gebissen. Du bist so zitterlust. Nein, nein, nein. Das war nichts weiter. Das war nur der Fernseher. Also wie wär's Dienstag? Stell dich nicht zu nah an die Bahnsteigkante. Der Zug kommt bald, dauert nicht mehr lang. Und pass immer gut auf deine Sachen auf. Das ist der U-Bahn-Sicherheitssong. Hey, 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 hey. Stell dich nicht zu nah an die Bahnsteigkante. Der Zug kommt bald, dauert nicht mehr lang. Hinsetzen, junge Lady. Heute kümmere ich mich ums Frühstück. Was immer du möchtest, sag es mir. Oh, okay. Wie wär's mit richtig schönen Pfannkuchen? Okay, ich mach Eier. Okay. Zwei Spiegeleier, bitte. Schon alles gerührt? Prima, perfekt. Oh, da ist ja Schale drin. Scheiße. Na warte, ich krieg dich. Komm schon, Kumpel. Los an den Rand, los an den Rand. Los an den Rand. Na geht doch, geht doch. Verdammt. So geht's nicht. Dann machen wir's einfach mal so. So geht's. Ups, jetzt ist ein Haar drin. Los an den Rand. Auch Haare gehören dahin. Na geht doch. Alles klar. Zum Teufel, was ist das denn? Weißt du was? Ich hol mir was bei der Arbeit. Komm schon, was es auch ist, die Hitze killt es. Geh nicht. Hey, Arthur. Hey. Kann ich Carrie sprechen? Nein, die ist mit Freunden aus. Ich hab grad fern gesehen in ihrem Bett. Behalt das für dich. Sie sagte, sie hätte ein Buch über Bewerbung, was sie mir leihen will. Ich brauch einen neuen Job. Mein Arbeitslosengeld läuft in der Woche aus. Oh ja, Schluss mit der Nuckelei an der Brust des Steuerzahlers. Richtig. Wissen Sie zufällig, wo das Buch ist? Spencer, solche Bücher sind Zeitverschwendung. Von mir erfährst du alles, was du wirklich wissen musst. Aha. Arthur, ich denke, ich lerne lieber etwas von einem, der wenigstens mal ein bisschen Erfolg hatte. Treffer. Ja, richtig. Ich hab keinen der Jobs lange behalten, aber dafür hab ich 74 davon gehabt. Einen sogar als Frau. Ja, also ich such jetzt mal nach dem Buch. Hör zu, Spencer. Ich sitze den ganzen Tag im Keller, löse Kreuzworträtsel und wünsche mir den Tod. Könnte ich jemanden zum Erfolg verhelfen? Wär's auch ein Erfolg für mich. Lass mich leben. Du, ich dich. Na schön, also was tun wir? Komm mit runter. Wir spielen ein paar Vertrauensspiele, dann sehen wir weiter. Komm schon, na los, Baby. Das war wirklich mal was anderes. Das war die letzte Zauberschober, der ich war. Ich muss keine Karten ziehen oder Kaninchen beglotzen. Und ob sie Metallringe zusammensetzen oder auseinandernehmen können, ist mir völlig egal. Tja, ich fand's einfach toll. Ich bin sehr sauer, weil der Typ gesagt hat, er braucht eine größere Säge, um dich zu halbieren. Wenn ein Zauberer verletzend wird, ist er nicht sehr gut. Okay, nächstes Wochenende tun wir was nach deinem Geschmack. Wir haben doch schon Pläne fürs nächste Wochenende. Stimmt doch gar nichts. Doch, das tut es. Ich wollte warten, aber den ganzen Abend habe ich schon was Hartes in der Hosentasche. Denkst du, der hält bis zum nächsten Wochenende? Weißt du, was das ist? Haben wir es gekriegt? Ich habe alles unterschrieben heute. Was ist denn los? Wir haben ein Ferienhaus. Was? Ist das zu fassen? Das ist überhaupt nicht zu fassen. Ich habe die Untertaschen vergessen. Und wo liegt es? Zwei Stunden außerhalb der Stadt, direkt an einem kleinen See. Ihr werdet es klasse finden. Oh, hey, wisst ihr was? Das feiern wir mit ein bisschen Kuchen. Das ist fantastisch. Was ist? Sag nicht, es ist kein Kuchen da. Nein. Was ist es dann? Was es dann ist? Wie kannst du fragen, was es dann ist? Sollte ich besser wer sagen? Dark, Sie haben sich ein Ferienhaus gekauft. Ein Ferienhaus. Oh, jetzt verstehe ich es. Weil deine Freunde glücklich sind, bist du traurig. Komm, weint nicht rund auf. Nein, nein, hör doch mal zu, Mann. Ich meine, wieso können wir uns kein Ferienhaus leisten? Du verdienst genauso viel wie die, Ken, und sie arbeitet gar nicht. Vielleicht ist der reiche Onkel tot. Von einem reichen Onkel wusste ich nichts. Der existiert auch nicht. Komm schon. Ach, Sie, vielleicht haben Sie sowas wie ein Schmerzensgeld bekommen. Oh, aus einem Kunstfehlerprozess. Vielleicht eine verpfuschte Operation? Ja, ja. Oh, sieh dir das an. Kellys Möpse sehen irgendwie schräg aus. Ihre Möpse sehen so gut aus wie deine oder meine? Hey, ziemliche Arbeits- und Kuchen anzuschneiden. Habe ich recht, wir kommen gleich zu euch. Zauber ein Lächeln auf dein Gesicht und tu so, als würde es dir gefallen, wenn andere mal Glück haben. Na los, sie warten. Nee, ich kann nicht. Ich erfinde eine Entschuldigung oder sowas. Ich, ich gehe ins Bett. Carrie, hör zu. Die haben vielleicht ein Ferienhaus am See. Aber wir haben was viel Besseres. Was denn? Wir haben das hier. Na, bist du mit der Bewerbung fertig? Ich will um vier am Pool sein. Ja, hier, sehen Sie. Name Spence Olschin. Gefällt mir nicht. Mein Name? Was hältst du von Claude Gable? Was? Claude Gable öffnet dir alle Türen. Das wird sie umhauen. Oh, ihr Name ist Claude Gable. Sie sind eingestellt. Ich bleibe lieber bei Spence Olschin. Es ist deine Beerdigung. Also, was hast du unter besondere Begabungen geschrieben? Oh, ähm, tippe 60 Wörter die Minute, äh, kenne mich mit Excel und PowerPoint-Computerprogrammen aus, spreche Spanisch und, äh, erste Hilfe-Kenntnisse. Mhm, das heißt, du bewirbst dich um einen Job in der Fabrik für lange Weile? Was soll ich denn machen, Arthur? Nichts, auf Papier bist du eine Niete. Also, dann probieren wir's mal mit einem Bewerbungsgespräch. Okay, alles klar. Also gut, Mr. Olschin. Sagen Sie mir, wieso Sie ein Gewinn wären für diese Firma. Äh, nun, äh, während meiner Dienstzeit bei der Metropolitan Transit lernte ich, mit Menschen umzugehen. Und ich denke, das gibt mir... Was tun Sie da? Dir zeigen, wie es in der realen Welt zugeht. Jetzt denk mal nicht mehr an meine Hand, sondern erzähl mir, wo du dich selbst siehst, sagen wir, in fünf Jahren. Wissen Sie, in fünf Jahren, da... Wir freuen uns schon sehr darauf, dass ihr Samstag zu dem Haus kommt. Das Wetter soll ganz toll werden. Ich sag mal ganz ehrlich, solange das Wetter den Fernsehempfang nicht stört, ist mir das vollkommen egal. Nein, nein, das ist eine ganz andere Welt da oben. Und wir haben ein tolles Restaurant gefunden. In einer umgebauten Scheune. Ist es nicht fantastisch, wenn man Dinge findet? Seid ihr schon mal die Straße runtergelaufen und habt einen Riesenbatzen Mäuse gefunden? Ist euch das schon mal passiert? Gibt's sowas? Passiert das? Keine Ahnung. Tut's das? Und, äh, wie geht's eurem reichen Onkel? Ich hab keinen reichen Onkel. Nicht mehr? Entschuldigt bitte. Hallo? Oh, hi, Denise. Alles okay mit den Kindern? Ja, wir sind in zehn Minuten da. Major hat schon wieder eine Ohrenentzündung. Oh, nein. Ich brauch nur noch die Rechnung. Oh, nein, 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 wir Zeit, wir Zeit. Los, zischt los, kümmern uns, Major. Wir sehen uns. Danke, Leute. Ich hoffe, Major geht's gut. Ha. Was ist? Kapierst du, was hier passiert? Wir übernehmen die Rechnung. Genau das passiert dauernd. Carrie, ihr Kind ist krank. Ach, wirklich? Wissen wir, was sie tatsächlich zu Kelly gesagt hat? Nein, wissen wir nicht. Gibt es überhaupt Denise, die Babysitterin? Ich hab sie gesehen. Sie ist heiß. Und es geht nicht nur ums Essen bezahlen. Ich mein, Kelly hat nie einen Cent dabei. Ich bezahle ihr Kaugummi, ihre Magazine und sie sagt, das kriegst du alles wieder, aber bis heute hab ich nichts. Ja, du hast recht. Neulich waren Deacon und ich doch bei Jimmys Junggesellenabschied. Rat mal, wer die Striperin für ein paar extra scharfe Sachen bezahlen musste. Ich! Weil du so ein guter Kerl bist, Baby. Oh, und wer passt denn dauernd auf ihre Kinder auf und das umsonst? Dadurch sparen die beiden verdammt viel Geld. Teufel, ja, Denise ist nun mal teuer. Und heiß. Okay, das hattest du bereits erwähnt. Ich sag ja nur, dass sie heiß ist eigentlich. Sollte sie Model sein oder sowas. Hey, wie groß darf man als Model sein? Sie ist nämlich 1,80 Meter. Ich muss da auch mit dieser Denise, okay? Oh, da fällt mir noch was ein. Wer hat denn für die Zaubershow bezahlt, in der wir neulich waren? Oh, abracadabra wie? Ganz genau, ja. Oh, warte Sekunde, Sie sagten, wir bezahlen das Essen. Ah ja, du hast recht. Das Dumme ist nur, dass wir gar nicht essen gegangen sind, weil Kelly unbedingt bei uns anhalten wollte, um dort aufs Klo zu gehen. Ja, was zu essen gibt's bei uns immer und das umsonst. Gott, sind die gut. Deswegen können sich die beiden ihre schicke Fluchtburg leisten, denn wir haben sie ja mitbezahlt. Hier ist die Rechnung und das ist der Rest für ihre Freunde. Weißt du was, das nehme ich für mich mit. Na, wie findet ihr's? Wow! Und seht euch mal den Blick auf den See an. Wow! Schmeißt eure Sachen einfach auf die Bank. Wow! Geh das rauf. Macht's euch gemütlich. Denkt daran, unsere Kassa ist zu Kassa. Okay. Wie recht sie hat. Ich sag dir, wenn ich das hier sehe, denke ich, das gehört mir. Das ist mein Kamin, mein Wohnzimmer, mein scheiß hässliches Kissen mit Enten in Regenmänteln drauf. Das gehört alles mir. Sieh dir das an, die haben ein Kanu. Ich sag dir, das Ding nehme ich mit nach Haus. Toll, was tust du mit einem Kanu in Queens? Was könnte ich denn nicht tun mit einem Kanu in Queens? Dark, wir können nicht übers Wochenende hierbleiben. Man kann nicht mit Leuten auf einem Tandem fahren, die man hasst. Ich sag dir mal was, ich werd nur so tun, als ob ich trete. Ja, mal sehen, wie die das hier raufziehen auf den Bear Mountain. Ja! Oh nein, wenn man uns so hört. Komm schon, das können wir nicht machen. Tut mir leid, aber die ganze Sache hat unsere Freundschaft kaputt gemacht. Nehmen wir den nächsten Bus nach Haus. Harry, das sind unsere besten Freunde. Es muss doch einen Weg geben, das gerade zu biegen. Gut, vielleicht geht's so. Wir zahlen keine Rechnung mehr, gratis Babysitting ist gestrichen, es gibt nichts mehr. Ja, Sie kriegen kein Stück mehr vom Kuchen. Keine Witze darüber, dass ich vom Kuchen nie was abgebe, okay? Wir sind im selben Team, ruinier das nicht. Hey, Arthur. Hey, Spencer. Heute gehen wir die Ja und Neins bezüglich der Kleidung bei der Bewerbung durch. Das ist ein Nein. Hier, ich hab was gefunden. Einen echt tollen Job bei einem Verlag. Was meinen Sie? Wirklich? Ja, sehen Sie sich das an. Großzügiges Anfangsgehalt, Beihilfen, kreative Umgebung, keine Erfahrung von Nöten. Da stelle ich mich vor, Montagmorgen. Das ist wundervoll, mein Junge. Du kriegst diesen Job und dann wird dein Sieg ebenso mein Sieg sein. Arthur, ich möchte mich für Ihre Hilfe bedanken. Ich muss zwar sagen, Ihre Methoden waren ein wenig aufdringlich, aber ich hab dadurch die nötige Selbstsicherheit gekriegt. Ist nicht der Rede wert. Weißt du was? Ich leihe dir eine Hemdbrust von mir. Sie ist unten in meinem Büro. Wissen Sie was? Ich sprühe sie mit Febräis ein und du trinkst sie. Danke, Arthur. Ähm, Arthur, was tut Ihre Hand da unten? Gehört das auch zum Bewerbungsgespräch? Sicher. Hey, wo sind Duck und Carrie? Wir haben für acht reserviert. Oh, die kommen gleich. Wow, ist doch schön, dass Sie hier oben bei uns sind, ne? Ja, Sie sind wirklich toll. Wenn man geizige Weiße mag. Ich weiß, was ist denn los mit Ihnen? Ich meine, Sie wohnen in unserem Haus und wir bezahlen alles für Sie. Das Essen, die Jetskis. Hoffentlich bezahlen die heute mal das Essen. Oh, das werden Sie. Das war gut. Okay, ich hab eins für euch. Titanic. Bill Paxton oder Bill Pullman? Bill Paxton. Richtig. Während du schläfst. Paxton oder Pullman? Bitte, das ist ein purer Pullman. Fällt euch keine bessere Frage ein? Ich hab eine für dich. Kasper, das freundliche Gespenst. Paxton oder Pullman? Den hab ich gerade erst gesehen. Das war doch Paxton. Nein, das war falsch. Schade. Ich dachte, das ist eine Rechnung. Das Essen ist jetzt vorbei. Na, das ist vorbei. Danke, Leute. Es war toll. Oh, nein. Wir danken euch. Die Metz sind richtig gut dieses Jahr. Ja, das sind sie. Neuer Starter-Tittin, gut. Aber sehen wir mal, wie es weitergeht. Oh, Kelly, da sitzt eine Fliege vor dir. Oh, hab daneben gehauen. Also liegt das an mir oder haben wir eine Million Grad hier drin? Das liegt nur an dir. Seht mal auf die Uhr, wir müssen jetzt los. Es ist schon verdammt spät. Oh, Gott! Jack, was ist denn los? Bist du verletzt? Ich hab mir gerade das Buttermesser in den Fuß gerannt. Ich bin schwer verletzt, ja. Das sollten wir uns lieber mal ansehen. Das sollten wir entschuldigt. Mit dem Klapp wird es nie langweilig, richtig? Wir sehen uns nachher im Haus. Du warst klasse. Oh, ja. Ich spiele, um zu gewinnen. Lass uns gehen, mein Schuh füllt sich mit Blut. Okay. Hi, ähm, Spence Olchen. Ich hab um 10 einen Termin mit Bob Stilman. Setzen Sie sich doch erst in einer Minute bei Ihnen. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen, Mr. Gable. Nennen Sie mich Claude. Wir schaffen das schon zusammen. Arthur, was tun Sie denn hier? Mich erfolgreich bewerben. Sie bewerben sich um den Job, von dem ich erzählt hab? Wer verschläft, verliert. Ich hab nicht verschlafen, ich bin sogar früher hier. Tut mir leid, Spence, aber versteh doch, das ist meine letzte Chance, Erfolg zu haben. Nein, Sie sagten, wenn ich erfolgreich wäre, leben Sie durch mich. Kleine Planänderung, du lebst durch mich. Mr. Olchen? Mr. Stilman möchte Sie jetzt sehen. Okay. Hören Sie, Arthur, ich werde da jetzt reingehen, dich schwer beeindrucken. Dann hab ich den Job. Sie hätten sich Ihre Anstrengungen schenken können. Wenn wir sehen. Ich hab ziemlich über dich gelästert. Okay, wir sind fertig. Ja, ist gut. Hey, Schätzchen, der Tank ist leer. Oh, okay. Ich kann den Wagen auftanken, während ihr packt. Das wäre toll. Danke. Hast du eine Texaco-Karte oder... Die, äh, hab ich schon eingepackt. In welche Tasche denn? Doug wird sie holen. Hol sie. Schon okay. Sie liegt gut da, wo sie liegt. Es ist doch so, wir haben den Sprit schon für den Hinweg bezahlt und das war nicht billig. Oh, ich weiß, was billig ist. Ich weiß auch, was billig ist. Da bin ich mir sicher. Ich weiß wirklich, was billig ist. Ach ja, was ist denn billig? Ihr zwei. Was? Ja, ganz richtig. Ach, tatsächlich? Bruder, du hast dir in den Fuß gestochen, nur um die Rechnung nicht zu bezahlen. Ja, weil es die einzige Möglichkeit war, dass wir nicht immer dran sind. Wovon redest du? Sag mal, das ganze Wochenende ging auf unsere Kosten. Wir haben euch zwei Jahre lang unterstützt. Was? Kaugummis und Stripperin gibt's nicht umsonst, Kumpel. Ja, und von Weihnachtsgeschenken wollen wir gar nicht erst reden. Ja, feiert ihr nun Weihnachten oder Quanzer? Ihr müsst euch entscheiden. Ich glaub's nicht, was ich da höre. Wie viele Mäuse gebe ich jeden Tag beim Mittagessen für dich aus? Hey, ich bezahle doch immer die Hälfte. Aber vom Essen kriege ich nicht die Hälfte. Na schön, okay, hört zu. Wenn ihr uns nicht seit Jahren aussaugt und keinen totenreichen Onkel habt, könnt ihr uns dann vielleicht mal sagen, wieso ihr euch so ein Haus leisten könnt und wir nicht? Das geht euch zwar überhaupt nichts an, aber das kommt, weil wir für dieses Haus lange gespart haben. Wir nehmen jede Woche einen Teil meines Gehaltschecks und packen ihn beiseite. Wir gehen kaum noch aus, schenken uns kaum was. Wir haben echt was geopfert. Deine Lebensgeschichte interessiert nicht. Außerdem können wir auch sparen, wenn wir wollen. Und wieso tun wir es nicht? Wieso nicht? Du fragst mich, wieso nicht? Ist das etwa meine Schuld? Äh, entschuldige mal, aber ich bin's nicht, die Ihren Gehaltscheck dauernd im Imbiss auf den Kopf haut. Sekunde mal, ich hab immer einen Gutschein dabei. Sowas hast du aber nicht, wenn du deine Holstenkleider kaufst. Ach ja? Ich habe gar kein Holstenkleid, du Idiot. Wir leben nicht 1979. Ich warte im Auto. Ich hab doch gesehen, wie du diesen schicken Kram eingepackt hast und das bedeutet Bargeld. Du kannst doch Bargeld noch nicht mal buchstabieren. Erzählen wir was von der verpuschten Operation? Nein, das ist unser Geheimnis. Ich meine, Sie sehen doch besser aus, oder? Oh ja. Mr. Gable, wir haben Ihren Lebenslauf geprüft. Keine Ihrer Referenzen hat jemals von Ihnen gehört. Und Ihre Sozialversicherungsnummer ist die Hotline-Nummer der anonymen Spieler. Wir müssen Sie bitten zu gehen. Na gut, schön. Also, erzähl was von deinem neuen Job, mein Großer. Netter Versuch, mein Kleiner. Ich wurde gefeuert. Hotline-Nummer Check-in-C Baby, der Gesichtsausdruck wirft uns weit zurück, hier im Schlafzimmer. Entschuldigung, ist es nur, na ja, das Highschool-Treffen macht mich heiß. War nicht zu übersehen, du hast meinem Make-up-Spiegel einen Karate-Schlag verpasst. Weißt du was? So war ich bereits in der Highschool, ich war in einer ziemlich harten Gang. Nicht wundern, wenn du heute Abend einen Anruf von den Cops bekommst. Und wieso? Sind Stone-Wash-Jeans illegal? Das klingt, als ob jemand um sich schlägt, weil es ihn verunsichert, dass ich heute Abend allein ausgehe. Nein, Schätzchen, ich wünsche dir wirklich viel Spaß. Ich leih mir einen Film aus und werde mich entspannen. Na schön, aber du spielst mit dem Feuer. Denn viele der Ladies haben dieses Gerät schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Hast du deine Laktose-Pillen genommen? Nein, noch nicht mehr. Okay. Was ist? Sag mal was zu deinem Haar, Superman. Oh Gott, laut der Cosmopolitan ist dieser Haarschnitt in ganz Europa angesagt. Noch ein Grund, nicht nach Europa zu fahren. Oh, übrigens, Spence, wenn ich heute Abend was aufreiße, schläfst du woanders, klar? Laut Vereinbarung. Wart mal, und wenn ich was aufreiße, dann wirst du woanders schlafen müssen, laut unserer Vereinbarung. Ich habe es zuerst angemeldet. Du kannst nichts anmelden, ich bezahle die Hälfte der Miete. Na und, das ist nur noch die Hälfte der Miete. Was heißt nur uns? Jungs, Jungs! Ist das mit einer Frau abschleppen schon irgendwann mal vorgekommen? Entschuldigen Sie bitte, wo ist Ihre VHS-Abteilung? Direkt hinter Ihnen. Das ist alles? Sind das die einzigen Bänder, die Sie haben? Eins für jeden Menschen, der noch einen Videorekorder hat. Warten Sie, ich kenne Sie doch. Sind Sie nicht der alte Mann, der dafür gesorgt hat, dass sich bei Java Hut gefeuert wurde? Nicht, dass ich wüsste, aber Sie sehen schon wie ein Mensch aus, der die Nerven strapaziert. Erst nach drei Monaten hatte ich endlich einen neuen Job. Ich musste zum Sozialamt gehen. Aber das hier ist doch ein gutes Comeback. Entschuldigen Sie mich. Dad? Oh, hallo, Darling. Hey, ist ja witzig, dich hier zu treffen. Oh, ich leih mir nur einen Film für heute Abend aus. Ach ja, ich auch. Da ich leider keinen digitalen VD-Player in meinem Zimmer habe, ist die Auswahl ziemlich spärlich. Da beneide ich dich. Ich habe eine viel zu große Auswahl. Man kann es keinem recht machen. Gut, wir sehen uns morgen. Hey, Dad, wie wäre es, wenn du dir einen Film ausleihst, den wir uns zusammen ansehen? Lieben gern. Wir haben keinen Film mehr zusammen gesehen, seit du acht warst. Weißt du den Film noch? Ein Mann sieht rot. Aber diesmal kann sich meine Kleine den Film aussuchen, den sie will. Okay, gut. Mal sehen. Und was haben die denn hier? Oh, wie wäre es mit in den Schuhen meiner Schwester? Der soll wirklich gut sein. Veto. Wieso? 1987 hat Shirley MacLaine sich in der Schlange in einer Apotheke einfach vor mich gedrängelt. Deswegen kriegt diese Frau keinen müden Cent von mir in keinem ihrer Leben. Viel Spaß. Und es gibt jede Menge zu trinken. Und was zu essen. Und was zu essen. Ja, ich kapier schon. Ich bin Fettsack. Matthew Klein, du schlanker, kranke Mann. Doug, toll dich zu sehen. Gott, ich dachte, dass du längst im Gefängnis sitzt. Naja, stimmt auch beinahe. Ich bin verheiratet, kapierst du? Hä? Hast du sie verwirklicht? Deine Stuntman-Pläne? Oh, nein, nein, nein. Ich bin Hausmann zurzeit. Aber wenn man drei kleine Monster zu Hause rumlaufen hat, ist das auch gefährlich. Okay, Mann, wir sehen uns. Also, was hältst du davon, wenn wir ein wenig früher verschwinden und dem Casa Danny eine kleine, hübsche Nummer schieben? Nein, danke. Ach, komm schon. Ich weiß noch, wie du mich im Bio-Unterricht dauernd angestarrt hast. Das galt nicht dir, sondern deinem Mitschüler Jake. Ich bin mit ihm verheiratet. Mann, selbst heute versuchst du noch, mich eifersüchtig zu machen. Ziehen wir die Sache durch, oder was? Ich bin allergisch gegen jede Art von Nüssen. Bin ich auch. Ich hab ein Bild von Mr. Peanut an meinem Dartboard, aber ich kann nichts damit anfangen, weil ich auch allergisch gegen Dartfedern bin. Oh, das kann ich überbieten. Wenn ich auch nur eine Banane sehe, lauf ich schreiend weg. Mann! Ich kann's kaum glauben, dass wir auf derselben Highschool waren und uns nie begegnet sind. Nicht mal in der Allergiker-Kafeteria. Aber ich, ähm, ich bin sehr froh, dass wir uns heute kennengelernt haben. Ähm, weißt du, ich sprech mal kurz mit meinem Freund. Nur ne Sekunde, ich bin gleich wieder bei dir. Hm, möchte ich dir auch raten. Ist das öde hier. Gehen wir ins IHOP. Ich denke, ich werde die Wohnung wohl heute brauchen. Was? Siehst du die Süße da drüben an der Bar? Wenn's läuft wie geplant, werden wir zusammen abhauen. Melinda Rayburn? Ich erinnere mich gut. Sie hatte ihr Coming-out im letzten Schuljahr. Coming-out? Aus was? Sie ist lesbisch. Hast du sie noch alle? Zum Abschluss bald erschien sie im Smoking. Und sie kam mit einer anderen. Auch die trug ein Smoking. Tja, weißt du was? Ähm, dann wird der alte Spence sie in die Männerabteilung zurückbringen. Oh, aber vielleicht ist dir da nicht klar, dass du zur Männerabteilung gehörst. Was soll das heißen? Denk doch mal nach, Mann. Hier ist es dunkel und sie hat ein paar getrunken. Da erscheinst du hier in Leder und diesem Miro-Käsen-Schnitt. Möglicherweise hat sie da was falsch verstanden. Was? Du denkst wirklich, sie hält mich für lesbisch? Ich spüre da einen gewissen KD-Leng-Klang in der Luft. Ach komm, das ist doch lächerlich. Ich bin eindeutig ein Mann und daran wird sich nichts ändern. Tja, wenn du das sagst. Also dann, Spike. Wenn ich auch nur eine Banane sehe, lauf ich schreien weg. Die ist wirklich bildhübsch. Oh ja, ich bin schon auf der Suche nach meiner Nächsten. Meine Frau sagt immer, wenn man dich zu Hause nicht findet, dann bestimmt im Fotoladen. Und mich im Baubahn. Ja. Kommt schon, Jungs. Wollen wir heute Abend nicht was Verrücktes anstellen wie damals, meine ich. Richtig durchdrehen. Und was? Und wir könnten ein paar Streber verarschen. Hey, dieser Spence ist hier. Das ist spitze. Oh, klasse! Jeff, das Biest, Sussman! Ruf den Sicherheitsdienst. Seh nur, wer hier ist. Willkommen, schön, dich zu sehen. Wie geht's dir, Mann? Ein Glück, dass du hier bist, Mann. Es ist brutal da drüben. Squires wollte eine Runde Bridge mit mir spielen. Folgendes wird dir gefallen. Rat mal, wer jetzt stellvertretender Rektor ist. Wer? Das bin ich. Ja, du und stellvertretender Rektor. Was? Ja? Aber du hast unseren stellvertretenden Rektor damals in Brand gesetzt. Ich hab ihn nicht in Brand gesetzt, sondern eine Mülltonne, weißt du? Und er hat Feuer gefangen, als er sie löschen wollte. Also wirklich, du warst der verrückteste Junge hier in der Schule, Mann. Ich weiß auch nicht. Das wurde erst anders, als ich Hilfe bekam und älter wurde. Entschuldigen Sie, Mr. Sussman? Ja, Rektor Nägel. Wie geht's Ihnen? Das Soda ist beinahe alle und ich möchte, dass Sie runter in den Laden gehen. Ja, aber könnte nicht einer der Kellner runtergehen, denn ich unterhalte mich hier gerade mit Doug. Hey, Sir. Wie geht's Ihnen? Herr Fönnen. Sieht aus, als hätte die Senkrechte die Waagerechte bei Ihnen nie eingeholt. Oh, und bringen Sie auch gleich noch was von dem Ginger Ale mit, das ich so mag. Selbstverständlich, Sir. Keine Sorge, Darling. Das ist kein echter Gorilla. Das ist nur ein Kostüm, in dem ein Mann steckt. Ja, ich hab den Reißverschluss gesehen. Jetzt kommt der beste Teil. Der Gorilla wird ihm Angst machen und er wird ohnmächtig. Ach, er hat's getan. Hast du's gesehen? Wieso lachst du denn nicht? Weil du mir die ganze Zeit verrätst, was passiert, bevor es passiert. Und dann während es passiert. Und nochmal, nachdem es passiert ist. Was, was soll denn das jetzt? Ich geh nochmal in die Videothek und hol einen Film, den du nicht so hast. Nein, Dad, nicht nötig. Ich find ihn gut. Ich meine... Nein, jetzt sag mir einfach, was mein kleines Mädchen sehen will. In den Schuhen meiner Schwester. Ich werd schon was fehlen. Ginger Ale, Ginger Ale, Ginger Ale. Wo ist denn das Ginger Ale? Oh Mann, vielleicht müssen wir noch woanders gucken. Na komm, dann nimm doch einfach das hier. Zitronenlimo, die schmeckt genauso. Nein, die hab ich schon mal probiert. Das war ne üble Woche. Dieser scheiß Nägel, ehrlich. Hey, erinnerst du dich noch an seinen brandneuen Chrysler Cordoba, den wir mit Eiern beworfen haben? Ja, das war ein tolles Ding. Witzig, den hat er gerade verkauft und sich einen Prius gekauft. Von dem Bonus für Berichte, die ich geschrieben hab. Prius, hm? Ja. Wenn wir gleich zurückgehen, sollten wir uns den mal genauer betrachten. Komm schon! Nein, nein! Nein, 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 nein. Hey, hör mal zu, er hält mich für dick und dicht, Jeff Sussman, lässt er schwitzen wegen Ginger Ale. Zeigen wir ihm mal, wo's lang geht. Wir sind keine Kinder mehr, Doug. Ich weiß wirklich nicht. Ich sag dir was, wir sind auch noch nicht tot, okay? Dies eine Mal nur. Und dann kehren wir in unser dämliches, langweiliges Leben zurück. Die Abgelaufenen stinken viel mehr. So ist es gut, Dante. Versuch ein bisschen zu schlafen. Ich, ich kann gar nicht glauben, dass du all das für mich tust. Du bist eine Zeugin. Das ist mein Job. Ist das wirklich nur dein Job? Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, dass da noch mehr ist. Ich bin in 20 Minuten wieder da. Wollen wir nicht zu dir gehen und da weitermachen? Na klar, aber gern. Bevor wir jetzt gehen, darf ich da noch eine kleine Frage stellen? Was denn für eine? Weißt du was, es ging um eine Sache, die mein idiotischer Freund gesagt hat. Vergiss es. Okay, Sekunde. Ja, ja. Willst du deine auch erfrischen? Hey, wie geht's denn? Also dann bis nachher. Hey, du bist doch Danny Heffernan. Ja? Justin Raver, schön dich zu sehen, Kumpel. Oh ja, Mann, ich weiß, wer du bist. Käpt'n des Football-Teams, Abschlussballkönig, Mathe-Ass. Ich bin überrascht, dass du dich an mich erinnerst. Natürlich tue ich das. Du warst im Team der einzige männliche Cheerleader. Ja, bist du im Sturz von der Pyramidenschlütze. Das war irre. Hey, wollen wir hier verschwinden? Ja. Auf zum nächsten Treffer. Oh ja. Feindchen. Oh, klasse. Ich kann's kaum glauben, dass du mich das überredet hast. Oh Mann. Ja, von oben bis unten. Weiter geht's. Das macht wirklich Spaß. Das ist spitze. War ne tolle Idee. Fühlt sich gut an. Hey, Sussman. Sie haben hier gar nichts bekannt zu geben. Das ist mein Job. Ja, Sussman. Sie können jetzt nicht telefonieren, weil ich das Telefon für Farbgespräche brauche. Hol Sie mir mein Ginger Ale, Sussman. Hol Sie mir mein Ginger Ale. Hol dir dein Ginger Ale doch selbst. Hol dir dein Ginger Ale doch selbst. Guck mal, schön. Ja. Sieht so aus, als wären die Eier ein. Dann müssen wir neue holen. Wollen wir nicht lieber zum Treffen zurückgehen? Erstmal in den Laden. Du fährst. Ich mach noch ein paar Briefkästen platz. Komm schon. Ein sehr guter Film, Dad. Ne tolle Wahl. Danke, Darling. Und das Popcorn ist köstlich. Du bist eine Zauberin an der Mikrowelle. Du mein Daddy, ich werde ganz bis nach drüben schwimmen. Du schaffst es, Schätzchen. Das werde ich. Wirst du gleich sehen. Das erinnert mich an die Zeit, als du noch so klein warst. Ja, Dad. So war es bei uns auch, wenn ich dich zum Schwimmen brachte. Nicht ganz. Was redest du da, sag mal. Jeden Samstag waren wir schwimmen. Und wir haben viel Spaß gehabt. Äh, nein. Wir waren nie schwimmen. Ich durfte im Auto warten und du machtest Wasser-Aerobic. So blieb ich in Form. Und jemand musste die Parkour füttern. Das verstehe ich. Und wieso hast du das Fenster nicht mal einen Spalt aufgelassen? Nichts war je gut genug für Prinzessin Carrie. Prinzessin? Okay, Dad. Ich kenne nicht viele Prinzessinnen, die jeden Monat mitten in der Nacht packen mussten, um umzuziehen. Ich hatte Pech mit den Vermietern. Nein, Pech war das nicht. Du hast bloß nie Miete gezahlt. Deswegen flogen wir raus. Aber ich hätte die Miete sehr gut bezahlen können. Hätte ich nicht so ein unlangbares Kind gehabt, das meine Erfindung kaputt gemacht hat. Okay, redest du von dem Steckrübenschäler? Aber den hast du nicht erfunden. Das war ein simpler Kartoffelschäler mit einem schicken Griff. Ich meine, ich war acht und wusste das. Jetzt reicht nicht. Weißt du was, Dad? Als ich heute Abend in der Videothek war, wollte ich erst so tun, als hätte ich dich nicht gesehen. Und dann dachte ich, nein, er ist dein Dad. Wäre doch schön, sich ein Video mit ihm anzusehen. Das nächste Mal gehe ich weiter. Diese Einstellung war der Grund, dich nie mehr zum Schwimmen zu nehmen. Tja, sieht so aus, als würdest du im Auto schlafen heute Nacht. Also weiß sie, dass du ein Mann bist? Hör zu, jede Beziehung hat ihre kleinen Geheimnisse. Ich will nur sehen, wohin die Sache führt. Gut, ich sag dir wohin. Nirgendwohin. Okay, na klar, du bist eifersüchtig. Ich hab jemanden aufgerissen und du niemanden. Oh, ich denke, der Käpt'n des Footballteams ist kein Niemand. Käpt'n? Justin Raybo? Yep. Er ist schwul und will was von dem Kerlchen hier. Was? Ich versteh' nicht. Was hast du denn vor mit ihm? Keine Ahnung. Wir kippen ein paar Bier, sehen fern. Wer weiß. Das tust du doch nur, um mich fertig zu machen. Du bist ein Arsch. Ich bin ein Arsch? Wenigstens hält mich hier jemand für einen attraktiven Mann. Hör zu, weißt du was? Wenigstens wartet auf mich am Ende des Regenbogens eine Vagina. Und was wirst du tun, wenn sie an der dritten Base merkt, dass ein Mann in der Frauenmannschaft ist? Ich überquere die Brücke, wenn es Schluss damit. Ich will heute die Wohnung. Ja, das will ich auch. Übrigens, mein Name ist Justin. Ah, wir haben uns beim Homo-Fest kennengelernt. Nein. Nein. Was soll denn das? Nein, sie können doch nicht einfach dicht machen. Was soll denn der Scheiß aufmachen? Hey, hör doch auf, Schassmann. Komm schon. Was ist denn, Mann? Du drehst jetzt völlig durch, Alter, oder? Komm schon, Nägels Auto. Sieht doch gut aus. Ich bin sicher, dass eins der Fenster offen war. Das war's. Ich hab reingepinkelt. Hör mal, was hältst du davon, wenn ich dich nach Hause bringe? Du hast recht, Heff. Hast recht, hast recht. Alles klar. Ja! Was soll denn das? Wir müssen hier verschwinden. Los! Ganz ruhig. Die kommen meistens erst acht Minuten später. Acht Minuten vor Mann gerechnet, als die Mülltonne durchs Fenster flog? Oder von jetzt an? Was ist jetzt, Mann? Oh, ich muss aufs Klo. Hier, Oranges Schuhe. Wofür hat er den Einbruch bei ihm, Mann? Der hat eine Sammlung echt seltener Münzen. Die klauen wir, verkaufen sie und ab geht's nach Mexiko. Versuch mal damit auf dem Mund dein Ginger Ale zu schlürfen. Hey, Kumpel, ich denke, ich werde jetzt verschwinden und ich wünsche dir einen schönen Einbruch. Wir sehen uns beim 25. Jahrestag, Herr. Ich freue mich, Sie mal wiederzusehen, Heff. In den Schuhen meiner Schwester. Könnte ich den kriegen? Ich fürchte, wir haben geschlossen, Sir. Aber er ist für meine Tochter. Tut mir leid, aber Sie werden wohl morgen wiederkommen müssen. Hören Sie, ich hatte nie Zeit für meine Tochter. Hab ihr nie die Kindheit gegeben, die sie verdiente. Ich dachte immer nur an mich. Sie klingen genauso wie mein Dad. Dann wissen Sie ja, wovon ich spreche. Es wäre wundervoll, wenn ich heute mit ihr in den Schuhen meiner Schwester sehen könnte. Natürlich wär's das. Da drüben steht er. Beeilen Sie sich. Oh Gott, die Alarmanlage. Und nur die Magen schittert den Code. Jetzt werde ich gefeuert. Mit Sicherheit. Lassen Sie mich wissen, wo Sie dann jobben. Wir sehen uns in Mexiko! Ich hätte nicht gedacht, dass es so könnte. Ich werde mich nicht drauf machen. oh mein gott sie haben es gesehen es ist mir direkt fürs auto gerannt du wirst doch nicht komm schon nein du stirb nicht es geht ihm gut weiß einer von ihm wem es gehört warten sie mr kaufmann heute komme ich wohl nicht allein zu spät ich war schon um sechs uhr hier was haben sie da ein buch die tochter des schlangenmenschen es geht um einen bettlägerigen professor und seine wachsende desillusioniertheit im 17 jahrhundert in preußen das klingt ja faszinierend hier ist es ich hab's ende gelesen heute morgen ich gibt sie gern bitte ich würde so gern mit jemandem darüber sprechen meine frau findet dass 1100 seiten zu viel sind für ein buch aber manchmal vergesse ich dass sie erst 29 ist also dann viel spaß habe ich ganz sicher so ein mist das heißt wir nehmen keine hühner ist da das tierheim oder nicht ich wette für ein hund oder eine katze rollen sie den roten teppich aus hallo hallo also willst du einfach hier raus oder als jürgen sein verkrüppeltes bein mit salbe behandelte dachte er zurück an die zeiten als er noch bäckerlehrling war das erste brot was jürgen gebacken hatte war ein pumpernickel wie lang ist dieses rezept denn hey ich bin wieder da wo warst du bloß ich warte seit zwei stunden mit dem essen auf dich das war vielleicht ein tag kann ich dir sagen ich musste heute ganz nach platzburg raus eine irre geschichte ich liefer gerade was in china town aus klasse richtig schön saftig so 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 Schluss damit! Was ist denn bloß los mit dir? Liegt mir so die frische Luft. Oh mein Gott. Hey, Doug. Hey, Glenn. Was ist los? Nichts, es ist albern. Probleme sind nicht albern, aber Menschen, die sie ignorieren, sind es. Naja, ich habe heute einem verletzten Huhn geholfen und es ist mir ans Herz gewachsen. Und als ich nach Hause komme, wartet Carrie schon mit dem Essen auf mich. Lassen Sie mich raten, Hühnchen. Ja, ich sagte ja, es wäre alber. Nein, Doug. Das ist es nicht. Haben Sie die leiseste Ahnung, was auf einer Hühnerform passiert? Das ist barbarisch. Hey, mit dem Hühnchen essen ist es jetzt vorbei, denke ich. Gut, dass ich mich nicht mit einer Kuh angefreundet habe, wissen Sie? Nach der Betäubung kommt das Vieh auf die Todesrutsche. Dort wird es getötet, zerteilt und für die weitere Verarbeitung vorbereitet. Ist er endlich vorbei? Nein, erst wenn Sie gesehen haben, wie man Hautdocks macht. Ist doch okay. Ist schon okay. Was ist denn los? Glenn hat mir gerade in einem Film gezeigt, wie Tiere geschlachtet werden. Jetzt kann ich kein Fleisch mehr essen. Komm schon. Carrie, ich meins ernst. Ich war gerade unten am Kühlschrank und was habe ich gegessen? Ein Apfel. Oh mein Gott. Und ein Schokoriegel, aber dennoch, es ist... Doug, ich verstehe das nicht. Du isst Fast Food drei, vier Mal die Woche. Ist dir nie in den Sinn gekommen, dass Tiere was damit zu tun haben? Nach Tieren sieht das Essen ja nicht aus. Ich meine, das ist verdammt clever von denen. Was soll das werden? Geht über Fleisch und Fummel an mir rum, dann kriege ich wieder eine bessere Verbindung dazu. Nein, okay, okay. So schmeichelhaft das auch ist, ich habe eine andere Idee. Wieso hörst du mit dem Fleischfutter nicht auf? Ich meine, so ein Apfel tut es auch. Oh Gott, nein, mein Körper hat versucht, ihn abzustoßen. Zum Glück hat der Schokoriegel ihm den Weg versperrt. Doug, vielleicht ist das Ganze auch ein Wink des Schicksals. Eine Chance für dich, deine Ernährung umzustellen. Dafür lebst du dann ein bisschen länger und tröbst weniger. Ich kann es ja versuchen. Ich meine, ich futtere seit über 40 Jahren Fleisch und was Neues kommt wohl nicht auf den Markt. Jetzt macht mal, wir sitzen schon die ganze Nacht hier. Irgendwelche neuen Burgerideen? Okay, wie wäre es denn mit dem Miami Staple? Das Thema hatten wir schon ein Dutzend Mal. Kein Brötchen auf der ganzen Welt trägt, fünf Buletten, physikalisch ausgeschlossen. Sie haben recht, keiner will ein Burger, der dauernd runterfällt. Stift, Stift! Der schiefe Turm von Pizza-Burger. Das Brötchen unten ist eine Mini-Pizza. Ich denke, der alte Hund hat noch brauchbare Tricks auf Lager. Oh, ich liebe sie. Was? Nichts. Tolle Lager. Na, sieh mal einer an. Sie scheinen dir ja gut zu schmecken, die Tofu-Würstchen, auch wenn kein Fleisch drin ist. Weißt du, wieso sie so gut schmecken? Weil ich weiß, dass ich das Richtige tue. Und durch eine Menge von dem scharfen Zeugchen. Ich bin mächtig stolz auf dich, Schatz. Ach, ist doch kaum der Rede wert. Eine Brille, seit wann hast du die denn? Oh, der Arzt sagte, die hätte ich schon seit Jahren gebraucht, aber das wusste ich erst, als ich das Zeug las, das Glenn mir gegeben hat. Russischer Fluss mit fünf Buchstaben. Volga. Was ist? Ach, nichts. Dann komm schon, sag's mir. Na ja, man sollte eigentlich keinen Kaffee trinken. Wieso? Ist da Fleisch drin? Nein, aber die Menschen, die die Bohnen pflücken, arbeiten wirklich unter schrecklichen Bedingungen. Dieser nette Kerl mit dem Esel in der Kaffeewerbung ist nur ein Schauspieler und verdient damit sein Geld. Wow, Seite 480, Sie haben die Hälfte ja schon fast geschafft. Oh, ich kann's einfach nicht mehr weglegen. Wissen Sie, das sollte verfilmt werden. Ob die das tun? Oh nein, das heißt, es wäre unverfilmbar. Hören Sie, am Samstag findet eine kleine Feier statt, und zwar zur Eröffnung des Seven Water Plaza. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommen. Wirklich? Ich dachte, das wäre nur für die Partner und, ähm, oberen 10.000. Ja, heißt es auch. Und für meine Lesepartnerin. Die werden sicherlich reichlich Gesprächsstoff haben. Dugan Group? Hey, Babe. Hey, Schatz, was ist denn? Ach, nichts. Ich wollte dir nur sagen, iss nicht zu viel, denn zum Abendessen gibt's Bohnensteaks. Schon wieder? Super! Oh, Sekunde, da fällt mir gerade ein, dass ich heute Überstunden machen muss. Wirklich? Ja. Oh, na gut, ähm, falls du Hunger kriegst, ich hab dir Kichererbsen in deine Tasche gepackt. Ja. Hab ich gesehen, aber das nächste Mal pack sie bitte in eine Plastiktüte. Die ist biologisch nicht ab. Du musst los machen, Babe. Du musst los machen, Babe. Hi, Carrie. Was tust du denn hier? Erzählt es nicht, Doug. Ich wollte nur mal wieder was mit Gesicht essen. Okay, sag mal, was ist eigentlich mit dem los? Das ist die neue Leidenschaft von ihm. Nur ein wenig nervig ist sie leider. Ein wenig nervig? Sag ihm, er soll aufhören, meine Hose mit Farbe zu beschmieren. Cord ist ein Tier, glaubt ihr. Hey. Hey. Wie ist der neue Job? Ja, wie wohl, Mann? Ich steh den ganzen Tag mit diesem Ding auf dem Bürgersteig. Naja, da wird dich wenigstens keiner anpinkeln, wie bei dem Job bei der U-Bahn. Ha, von wegen. Oh, die Tochter des Schlangenmenschen. Da war neulich eine wirklich gute Kritik in einer Büchersendung im Radio oder so. Wirklich? Ja. Hey, ähm, könntest du es vielleicht für mich lesen und eine Zusammenfassung schreiben, bitte? Du würdest mir echt helfen. Gern, aber dazu müsste ich Zeit haben. Ich steh die ganze Woche mit dem Schild hier auf der Straße. Gratis-Telefone. 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 Hm? Das sieht Jürgen ähnlich. Hey, Babe. Hey. Oh, nur, dass du's weißt. Ich hab für unseren Hochzeitstag einen Tisch bestellt. In der Sprossenhütte. Ist das okay? Spence hat das Buch schon ausgelesen? Nein, er sagte, er ist nur bis Seite 5 gekommen. Wie schön, dass er meinetwegen gefeuert wurde. Ich versteh sein Problem nicht. Ich find's sehr interessant. Du liest es? Ja, die ersten 100 Seiten sind ein bisschen schwierig, aber wenn man geschnallt hat, dass es allegorisch gemeint ist, ist es spannend, muss ich sagen. Hey, Schätzchen, könntest du es bis zur Kaufmanns Party am Samstag zu Ende lesen und es mir dann erzählen? Ja, ich denk schon. Oh, apropos Party. Ich hab dir was zum Anziehen gekauft. Oh, wirklich? Ja. Sieh's dir an. Sieh dir das Etikett mal an. Das ist 100% reiner, unbehandelter Hanf. Aus der Woody Harrelson-Kollektion. Schätzchen, das ist lieb von dir, wirklich. Aber ich finde, es ist ein bisschen viel, was du mir zumutest. Ich gewöhne mich grad dran, die Klospülung nur einmal am Tag zu benutzen. Du wirst, äh, wirst es doch tragen, oder? Ja, du machst mit dem Buch weiter, Baby, und ich werd's für dich anprobieren. Gleich jetzt. Das ist meine Kleine. Ja. Größe. Menschlich. Machst du dir immer noch Sorgen, dass jemand dasselbe trägt? Heute sicher nicht. Hier, vergiss das Kleid. Ich muss die Notizen durchlesen, die du mir für Kaufmann gegeben hast. Thema Symbolismus. Brot als Motiv? Schreibt man Motiv so? Was denkst du? Harry, Duck, schön, dass Sie kommen konnten. Bestimmt erinnern Sie sich noch an meine Frau Amy. Hi. Ja, aber natürlich, sie war hier Praktikantin letzten Sommer. Und schon im Schinkenmantel? Sie hat Amy gemacht. Sie besucht gerade einen Kurs aus dem kulinarischen Institut. Hier, bitte. Nein, ich... Herzlichen Dank. Haben Sie keinen Hunger, Duck? Doch, ähm, ich bin sehr hungrig. Es ist nur so, ähm, ich bin Vegetarier. Schatz, das sind doch nur ganz kleine Hüppchen. Isst wenigstens eins davon. Du weißt doch, Tiere esse ich nun mal nicht. Schon gar nicht, wenn sie in andere Tiere eingepackt sind. Es gibt auch Melone. Ich nehm den Prosciutto raus. Nein, ist schon in Ordnung. Ja, das würde gehen. Wissen Sie was? Ich nehm das Fleisch aus ein paar Pilzköpfen raus. Es darf aber nichts mehr drin sein. Keine Risse. Na, Carrie? Haben Sie die Tochter des Schlangenmenschen schon ausgelesen? Nicht gelesen. Ich habe es verschlungen. Und? Oh, einmalig. Ich wusste es, gell? Ja, wissen Sie, was mir klar wurde? Jürgen war nie wieder so frei, wie in der Zeit, als er ans Bett gefesselt war. Ja. Und was ist mit seiner Besessenheit von diesem Schirm? Was will er uns damit sagen? Oh, oh ja, der Schirm. Das war seine Sehnsucht nach Schutz in einer unwirklichen Welt. Das ist ja scharfsinnig. Wissen Sie, ich bin froh, dass es ihm genauso wie mir gefallen hat. Oh ja, das hat es. Ich verrate Ihnen mal was. Nichts auf der Welt genieße ich mehr, als mich einzukuscheln mit einem guten Buch und einer schönen Tasse Kaffee. Oh, Dark, ich hatte schon total gepunktet mit diesem dämlichen Buch. Und dann kommst du und erzählst Mr. Kaufmann irres Zeug über diesen Kerl und seinen Esel. Das war kein irres Zeug, sondern eine Schule. Spitze, mein Saatgut ist da. Hallo, frische Radieschen. Ich finde, jetzt reicht's wirklich. Wo liegt dein Problem? Wo mein Problem liegt? Okay, seit du aufgehört hast mit der Fleischfresserei und angefangen hast zu lesen, benimmst du dich wie ein Arsch. Also, wie lange willst du noch so weitermachen? Also, zunächst mal finde ich sie schrecklich, deine Ausdrucksweise. Nun zu deiner Frage für immer und ewig. Solange ich lebe. Oh nein, kannst du nicht endlich damit aufhören? Womit denn? Mit der ganzen Arie. Du sagst was und dann kommt eine Pause, um es zu betonen. Und dann sagst du das Gleiche nochmal, nur mit einer kleinen Änderung. Das ist doch krank, kann ich nur sagen. Jetzt verstehe ich. Du fühlst dich bedroht von mir. Was? Ja, ganz recht. Weil ich mich entwickle und du, du stagnierst in deiner ignoranten Denkungsweise. Okay, weißt du was? Jetzt reicht's mir. Es reicht, okay? Ich hab genug von den Komposthaufen, Stromatratzen. Ich sag dir noch was, Kumpel. Die Tage deines Lesens sind vorbei. Ja! Hey! Hey! Wirf es ruhig weg! So viele Bücher, wie du willst! Der neue Dakeffanen ist hier und der wird auch ganz sicher nicht verschwinden! Also, die Zahlen sind ziemlich klar. Wenn Sie nur mal einen Blick auf den Vergleich zwischen... Ja, was ist denn? Das kommt von meinem Spion bei Ultra Burger. Sie haben einen ganz neuen Burger. Wird ab 1. Mai landesweit verkauft. Das untere Brötchen ist eine Pizza. Oh mein Gott. Okay, ich sag Ihnen was. Sie gucken an sich ab jetzt nur noch um eins. Die kriegen eine entsprechende Antwort am 1. Diese Mistkerle wollen einen Burger-Krieg. Den werden sie bekommen. Fünf Buletten, Mama Mia. Die fallen doch sofort runter. Der Schiefe-Turm von Pizza Burger. Jetzt bei Ultra Burger. Preisunterschiede möglich. Das Räucherhaus. Es geht nicht um die Fleischmenge. Es geht um den Geschmack. Ein perfekt geräucherter Burger. Jetzt bei DCJRs. Fünf Buletten, Mama Mia. Die fallen doch sofort runter. Der Schiefe-Turm von Pizza Burger. Jetzt bei Ultra Burger. Hey! Was tust du da? Harry ist schuld, dass ich den anderen Job verloren habe. Aber der hier ist viel besser. Hier, nimm einen Gutschein. Du feuchst es von mir, Satan. Wo sollst du denn hin? Ich geb dir so viele Gutscheine, wie du noch willst. Get alto! Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin... Ich bin. Ich bin. Gute Nacht, Freunde. Oh Mann, es lebt. Es ist... Morgen, Douglas. Wo willst du denn einschlagen, geölter Blitz? So etwas nennt sich Stil. Es ist wichtig, dass ich ein gewisses Image bewahre. Denn schließlich bin ich der Unterhaltungsdirektor im Seniorenzentrum, falls du das vergessen hast. Wenn du den Stuart Little Look wolltest, hast du das hingetreten. Deine kleinen Stichelein können mich nicht ärgern, Douglas, denn ich habe eben gerade eine der größten Sängerinnen aller Zeiten für uns gebucht. Ava Sinclair. Wen? Ava Sinclair, die jüngste von den Sinclair Sisters. Oh, die jüngste, ja. Hab noch nie von ihr gehört. Aber klar hast du das. Überleg mal, der große Hit. Mein Lolliladen ist zu und so bleibt es auch. Leck weiter an deinem Lollipop, Mister, aber nicht an meinem Bauch. Sag mir nichts. Hermione hat das geradezu umwerfen parodiert. Schluss jetzt mit Namen, die ich gar nicht kenne. Du solltest das Mundwasser benutzen, das du von mir hast. Dieken, was wählt ihr als erstes ein, wenn ich sage, leck meinen Lollipop? Ähm. Nein? Hier, Post für euch. Oh, danke. Was ist denn das? Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Apartment im Stäuversandtower frei geworden ist. Sie haben 30 Tage Zeit für Ihre Antwort. Ihr zieht nach Manhattan? Nein. Oh mein Gott. Da haben wir uns kurz nach der Hochzeit beworben. Ja, es ist ein Zwei-Zimmer-Apartment. Die Waschküche ist im Keller und Sie können den Portierservice nutzen. Ich gehe kurz mal ran. Sehen Sie sich gern um. Hier ist Bert. Ist das nicht klasse? Ich glaube, die Miete ist preisgebunden, also könnten wir sie uns leisten. Es ist nur ein bisschen klein, oder? Ja, klar ist es das. Wir sind in Manhattan. Aber weißt du was? Dann wohnen wir direkt gegenüber vom Park. Du hast gesagt, du willst anfangen, für den Marathon zu trainieren, richtig? Ist doch erst in drei Wochen. Ich will meine Form nicht zu früh verraten. Weißt du, was es noch im Park gibt? Ein Shakespeare-Festival. Ich meine, das könnten wir von unserem Fenster aus ansehen. Oh, du kennst mich. Ich liebe diesen Shakespeare. Aber wäre es nicht für praktische, sich irgendwas in Queens zu suchen? Da hätten wir ein Haus, wir hätten einen Hinterhof und wären in der Nähe unserer Freunde. Und wir schaffen uns einen Hund mit einem halben Schwanz an. Die tun mir immer so leid. Komm, sehen wir uns das Schlafzimmer an. Sie ist wirklich ganz scharf drauf, in der City zu wohnen. Das hier ist schon vermietet, wollte ich Ihnen noch sagen. Und die Wartezeit für dieses Gebäude ist sehr, sehr lang. Wie lang? Naja, ob Sie es glauben oder nicht, das könnten fünf bis zehn Jahre sein. Wirklich? Du willst sie also wirklich, ja? Ja. Das war immer mein Traum. Dann sollten wir es auch tun. Wirklich? Das würdest du für mich tun? Carrie, du bist doch jetzt meine Frau. Und das bedeutet, dein Traum ist mein Traum. Mein Dad hat ja so ein falsches Bild von dir, Doug. Also mal ehrlich, du hast den Menschen, den du am meisten liebst, angelogen. Und wurde belohnt. Danach gingen wir ins Kentucky Fried Chicken. Oh, das ist Carrie. Wäre besser, wenn sie das nicht sieht. Wieso nicht? Sie hängt noch immer an diesem Manhattan-Ding und fängt dann wieder damit an. Aber das wäre doch gar nicht gegangen mit zwei Zimmern und Arthur. Oh mein Gott, du hast recht. Hatte ich ganz vergessen, den verrückten alten Mann. Warte. Ich wette, ich kann mir damit ein paar Bonuspunkte holen. Und noch einen Besuch bei Kentucky Fried Chicken. Oh, da ist ja Post. Ja, aber nichts weiter als Rechnungen. Wie immer haufenweise das Übliche. Oh, was ist denn das? Stäufe-Sand-Towers? Oh mein Gott, Carrie, wir haben uns doch vor Jahren mal ein Apartment angesehen. Aha. Das wäre jetzt zu haben. Wow. Was? Ja. Oh mein Gott, das hatte ich ja total vergessen. Geht mir auch so. Du willst doch gar nicht in die City ziehen, oder? Ich weiß nicht, Mann. Ist doch dein Traum, oder? Ja. Tja, also vor zehn Jahren habe ich dann gesagt, was immer dein Traum ist, ist auch meiner nicht. Okay, du würdest es also tun? Lebe ich gerne in Queens. Ja. Liebe ich dich sehr. Aber sicher. Also werde ich sofort anrufen und sie reservieren lassen, okay? Mir fällt nicht ein einziger Grund ein, weshalb nicht. Ich meine, dir etwa? Nein. Okay, tun wir es. Ich warte im Auto auf dir. Nein, Moment, ich will nur sicher gehen, dass wir nichts vergessen. Ich meine irgendwas oder, äh, irgend, ähm, jemanden. Oh, mein, mein Dad, das können wir nicht tun. Da ist nur ein Schlafzimmer. Oh, ein Schlag in die Magengrube. Tja, zwei Sekunden lang war das richtig aufregend. Alles klar, ich rufe da nachher an und sage Ihnen, dass Sie uns von der Liste streichen sollen. Tut mir so leid, Babe. Schon okay, du hast es versucht. Leider ohne Erfolg. Weißt du was? Wir werden uns heute Abend ein kleines Trostessen gönnen. Ja, bitte hol uns Sushi. Tut mir leid, Sie zu stören, Miss Schinke. Ich wollte Ihnen bloß sagen, dass wir ein bisschen später anfangen. Nichts Schlimmes. Unser Tonmann hat Herzschmerzen. Das macht überhaupt nichts. Ich trete nicht auf. Aber wir haben ein volles Haus. Schicken Sie sie heim. Niemand will eine so furchtbare alternde Diva sehen. Sie sind nicht furchtbar. Sie sind Ava Sinclair. Nein, bin ich nicht. Ich bin Esther Levine aus Brooklyn. Ich weiß nicht, warum tue ich das nur. Wieso habe ich mich nicht vor Jahren zurückgezogen, als ich noch einigermaßen singen konnte? Und wieso habe ich nicht Wink-Dämonen geheiratet, als ich die Chance hatte? Miss Schinke, ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte. Wenn es nicht anders geht. Wir sind im Jahre 1962. Und mein Radiergummigeschäft ist einfach plötzlich pleite. Plötzlich waren Kugelschreiber der Hit. Ich war völlig fertig. Meine Verlobte verließ mich. Ich wollte mich umbringen. Aber Sie sind doch hier. Was ist denn passiert? Ich war bei Horn und Haddorz und habe mir ein heißes Wasser mit Zitrone bestellt. Und da hörte ich plötzlich einen Song im Radio. Leck weiter an deinem Lollipop, Mister, aber nicht an meinem Bauch. Es gab mir den Willen, doch weiterzuleben. Mein Song rettete Ihr Leben? Ja, und da verstand ich plötzlich, dass ich mich gar nicht umbringen konnte, selbst wenn ich wollte. Ich bin ein ziemlicher Fallkling. Bruna, am Erfrischungsstand ist der Pudding beinahe alle. In etwa fünf Minuten wird es hier einen riesigen Aufstand geben. Sagen Sie der Band Bescheid. Eva St. Claire is in the house. Oh ja, ihr könnt mich nicht aufhalten. Ihr könnt nur hoffen, dass ich gnädig bin. 19 zu 0. Wisst ihr was? Du und Deacon gegen uns, das ist nicht fair, Mernie. Haben die geheult, als wir alt aussahen beim Pictionary? Gib uns eine kleine Asthma-Pause. Gut. Ihr habt 40 Sekunden. Was ist eigentlich mit dieser Apartment-Geschichte? Oh, das hat sich erledigt. Dank AFA. Bleiben wir hier in Queens. Was? Carrie will umziehen? Ja. Hm. Ich habe dasselbe Problem mit Pummelchen. Okay, sag es ihm doch mal, diesen Lord Dummbatz, dass wenn man ein Haus kauft, das eine sichere Geldanlage ist, wenn man Miete bezahlt, kann man das Geld gleich ins Klo werfen. Ach ja, und wo wirfst du 1000 Dollar hin? In eine Massageschule. Oh, deine Füße hatten gestern Abend nichts dagegen. That's what it's gonna be. You can make the mollipop, mister. But you can't make me. No, no, no. You can't make me. Die mochten mich, ich glaube, die mochten mich. Mochten Sie? Hätten die Ihre Zähne drin gehabt, hätten Sie sie verspeist. Wirklich, Arthur? Ohne Sie hätte ich das nie geschafft. Ach, das meine ich ernst. Sie waren der Wind unter meinen Flügeln. Ich glaube es nicht. Ich bin Avers Sinclairs Wind. Hören Sie, Arthur. Ich brauche dringend jemanden, der mir hilft. Und zwar bei dem Rest meiner Tour. Hätten Sie Interesse? Fragen Sie das ernsthaft? Oh, selbstverständlich. Würde ich Sie bezahlen? Ach, Unsinn. Mit Avers Sinclair zu arbeiten ist Belohnung genug. Oh, wundervoll. Ich erwarte natürlich, dass Sie meine Reisespäßen übernehmen. Aber sicher. Und ich brauche einen neuen Anzug und ein bisschen Taschengeld auf die Hand. Wäre es denn nicht besser, wenn ich Sie einfach bezahle? Ich werde nicht einen Cent nehmen. Ich werde nicht mehr auf die Hand. Oh! Oh! Mist! Mist! Hey Dad, das Essen ist fertig. Das wird warten müssen. Ich hab ne unglaubliche Neuigkeit. Sollte es wieder um dein Exim gehen. Okay, mir ist noch von letzter Woche schlecht. Nein, ich hab vor zu heiraten. Was? Wen denn? Miss Ava Sinclair. Sofort nach ihrer Tour werden wir in Tahoe heiraten und ziehen in ihr Haus in Rockland County. Okay Dad, du heiratest bestimmt nicht. Du fühlst dich wohl bedroht von einer anderen Frau in meinem Leben. Du wirst jetzt folgendes tun. Du wirst ein paar von deinen blauen Pillen nehmen, wirst runtergehen und dort ein richtig langes Nickerchen machen und dann reden wir weiter. Ich bin ein erwachsener Mann. Also behandle mich nicht wie ein Kind. Dann genimm dich auch nicht wie ein Kind, okay? Ich lasse nicht zu, dass du irgendjemanden heiratest. Jemanden, den du doch überhaupt nicht kennst. Du bleibst hier. Es sei denn, du magst die wirklich gern. Wir können's tun. Na umziehen in die City. Was ist mit Arthur? Du weißt nicht mit wem? Dem alten Kerl. Riecht nach Käse, auch wenn er keinen gegessen hat. Genau der wird demnächst heiraten. Und wen? Diese komische Frau, die diesen dämlichen Lollipop-Song singt. Sie hat ein ziemlich großes Haus und lässt ihn bei sich einziehen. Also wenn das nicht Schicksal ist. Carrie, warte. Das hat er doch schon eine Million Mal gemacht. Er zieht aus und nach ein paar Tagen ist er wieder hier wie ein alter, faltiger Boomerang. Diesmal ist es was anderes. Glaub mir, ich weiß es. Und wieso? Weil er eine völlig Fremde heiratet? Kennst du wenigstens ihren Namen? Aber sicher kenn ich ihren Namen. Sie heißt Ava. Ava Rampapa. Oh, du bist eine tolle Tochter. Du kennst nicht mal ihren Nachnamen. Ihren neuen Namen aber Spooner. Komm schon, das ist ein Knöchelschlag wert, Kumpel. Hörst du dir eigentlich selbst mal zu? Okay, also Dark, ich hab mit ihr telefoniert und es klang wirklich so, als wäre sie unheimlich nett. Sie war Gast in der Merv Griffin Show schon 53 Mal. Denkst du, die würden sie so oft auftreten lassen, wenn sie eine miese Type wäre? Nein. Nein, Baby. Komm schon, ich weiß, du wohnst gern in Queens, aber das wirst du auch in der City. Das wird ein neues Abenteuer für uns. Und weißt du was, von dem Geld, das wir für das Haus kriegen, kannst du dir endlich deinen Scooter leisten. Wir haben ein Riesenglück. Oh, ich kauf mir den Scooter. Aber umziehen werden wir nirgendwo. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte zu Arthur Spooner. Ist schon in Ordnung, Martha. Das ist mein Schwiegersohn. Oh, und Martha, sagen Sie Nils bitte, er möchte den Wagen vorfahren. Ich hab Hunger auf einen gefrorenen Joghurt. Na, was führt dich hierher, hm? Es ist nur, das ist alles so schnell gegangen und ich wollte sehen, ob's dir hier auch gut geht. In unserem Haus hattest du's ja ziemlich gut. Ja, unten in der kalten, feuchten Miefbude. Ja, aber du hast ein Heizgerät gekriegt. Das Feuer fing. Weil du deine Socken drauf getroffen hast. Die waren Pislast geworden in der Pennerkammer. Okay. Wir könnten stundenlang darüber streiten. Schluss damit, du packst deine Sachen und kommst mit nach Haus. Los geht's. Alles, ich lebe hier wie Gott in Frankreich. Was ist denn los? Willst du's wissen? Die Wahrheit ist, ich vermisse dich. Wirklich? Dass du so empfindest, wusste ich nicht. Ja, weil ich einer dieser Menschen bin, der seine Gefühle nicht zeigt. Aber ich kann's nicht länger verbergen. Ich... Ich brauch meinen Yazi-Kumpel. Du hast mir bei unserem letzten Spiel die Würfel in den Mund gestopft. Manchmal liebe ich dich eben so sehr, dass ich dir wehtue. Also, ich bleibe hier. Aber ich versuche mal Zeit für dich zu haben an den Wochenenden. Weißt du was? Das reicht mir nicht, Arthur. Pack deine Sachen und komm... Ich fürchte, das werde ich nicht machen. Doch, das machst du. Komm schon. Nein, das mach ich nicht. Gut, hör mir zu, Arthur. Die letzten zehn Jahre musste ich mit ansehen, wie du dein Essen mit offenem Mund manfst und dir die Fußnägel schneidest auf meinem Bett. Und jetzt tust du mal was für mich. Du kommst mit mir nach Haus. Wir können das auf die leichte Art machen. Oder die andere die schwere. Hey, was ist das für ein Knopf? Ich lasse nur die Polizei wissen, dass ein übergewichtiger Kerl in meinem Haus ist. Hey, hey. Jungs, wir haben gleich eine Hausbesichtigung. Fasst euch kurz. Wirklich? Das wussten wir gar nicht. Das ist sehr witzig. Wir beide wollen nämlich auch ein Haus kaufen. Tatsächlich? Ich meine, das müsste schon ein richtig tolles Angebot sein, denn das hier finden wir nicht so spannend. Ich meine, es gefällt uns. Wir sind nur nicht so brennend verliebt darin. Wisst ihr, ich möchte nicht, dass ihr was kauft, was ihr nicht liebt. Also, zischt ab. Aber können wir uns nicht wenigstens mal umsehen? Okay, macht das. Aber stellt nicht irgendwas Schräges an. Ist das Leben in der City nicht einmalig? Und unsere erste Cocktailparty ist ein Hit. Ich brauche ungefähr noch 500 mehr davon. Und als ich erfuhr, dass Ivana am Freitag eine Wohltätigkeitsveranstaltung für das Krankenhaus macht, habe ich meine Auktion für die Obdachlosen vorgezogen auf Donnerstag. Gut gemacht, Carrie. Danke. Doug, richtig? Ja. Hi, ich bin Tucker Carlson. Ich wohne direkt gegenüber. Falls Sie mal Lust haben, über Politik zu reden, ich bin immer für Sie da. Nein! Doug, komm schon, steh auf. Komm schon, hier werden gleich eine Menge Leute durchlaufen, Mann. Was? Wieso denn? Die Hausbesichtigung. Carrie, hör zu. Wir sollten noch mal drüber reden. Errätst du, was das hier ist? Schlüssel. Für das Apartment in der City. Ich will da nicht hin. Was? Ich will nicht umziehen. Doug, was soll das? Du hast gesagt, das wäre okay für dich, dass mein Traum auch dein Traum ist. Das Ganze habe ich nur gesagt, weil ich wusste, es geht nicht wegen deines Vaters. Au! Ich kann es überhaupt nicht glauben, dass du so etwas tust. Carrie, wenn ich einen fliegenden Teppich hätte, würde ich in die Vergangenheit fliegen und alles anders machen, aber ich habe keinen. Hey, fliegende Teppiche fliegen nicht in die Vergangenheit. Tun sie doch. Nein, tun sie nicht. Sie bringen dich mittels Magie von einem Ort zum anderen, aber nicht in die Vergangenheit, Idiot. Dann nehme ich eben eine Zeitmaschine. Mit der kommt man doch zurück in die Vergangenheit, oder? Ja schon, ich nehme auch eine und fliege in die Zeit zurück, als es dich noch nicht gab. Hallo. Dies ist das Schlafzimmer. Wie Sie sehen, kann man hier eine Menge unterbringen. Sind das Kupferrohre? Nein, rostige Bleirohre. Raus hier! Hör zu, Dark, ich verstehe ja, dass du nicht in die City willst und wieso du mich belogen hast, aber das ist wichtig für mich. Wenn du einen Traum hättest, den du dein Leben lang geträumt hast und ich ihn erfüllen könnte, würde ich es tun. Ist ja super. Weißt du, was mein Traum ist, in einem Haus zu leben, ohne einen alten Mann im Keller? Lass uns da anfangen. Was sagst du dazu, Träumerle? Hä? Was tust du denn da? Oh, okay. Carrie, ich verstehe. Du bist verrückt. Tu nicht so, als ob du packst. Entschuldige. Was ist so toll an der City? Sag mal, sie ist voll, die Luft ist mies und laut Planet der Affen wird sie nicht mehr lange existieren, klar? Äh, was soll das? Was tust du da? Du, du verlässt mich? Nein, Dark, ich ziehe in unser Apartment in der City und ich hoffe, du kommst mit. Ich werde nirgendwo hingehen, okay? Ich werde für immer hier im Schlafzimmer bleiben. Weißt du was? Hey, ich bin froh, dass du abhaust. Oh, das tue ich. Gut. Äh, Carrie, Carrie. Was? Ähm, unser Berater, könnte der morgen vorbeischauen? Wir verkaufen nicht. Doch, das tun wir. Ich wäre jetzt sogar bereit, das Haus zu verschenken. Zieh doch in ein schickes Manhattan. Ich bleibe hier und werde mein Leben genießen. Die kommt wieder in fünf, vier, drei, zwei... Okay, was willst du? Das Porzellan holen. Oh nein, 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 nein. Mein Haus, mein Porzellan. Weißt du was? Nach zehn Jahren ist da bloß noch Narbengewebe. Das ist ein schickes... Das ist eine army. Ja... Das ist ein Spitzende. Das war schon mal... Das ist das Risiko. Das ist das ein Schicksal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey! Oh! Hallo! Was ist denn das? Die Aufseherin ist weg und ich habe meinen Scooter. Schön für dich, Dark. Nach nur einer Woche hast du das Aufräumen und Zu-Fuß-Gehen aufgegeben. Willst du nicht wieder nach Haus kommen? Nein, ich will nur ein paar Sachen abholen. Abgesehen davon ist mein Zuhause jetzt in Manhattan, klar? Du kannst mich da gern besuchen. Weißt du, was du tun solltest? Das Fenster aufmachen und die Temperatur prüfen, denn es gibt einen kalten Tag in der Hölle, bevor das passiert. Glaub mir, ich würde hier sehr gern mal ein Fenster aufmachen. Oh, ich verstehe. Du ziehst aus, ich bin hier ganz allein für mich und stinke ein bisschen. Okay, was willst du? Das Porzellan holen. Oh, nein. Nein, 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 nein. Mein Haus, mein Porzellan. Wozu brauchst du denn Porzellan? Gibst du eine Dinnerparty? Ich werde eine Dinnerparty geben und zwar jetzt gleich! Du wusstest doch gar nicht, dass wir Porzellan haben. Ich weiß, dass wir Porzellan haben und ich liebe es sehr. Oh, du liebst es, ja? Und was hat es für ein Muster? Ähm, schwul. Ja. Hör auf damit, das ist idiotisch. Nein. Weißt du was? Nach zehn Jahren ist da bloß noch Narbengewebe. Hey, wenn du es so willst, kaufe ich eben neues Porzellan. Ach ja? Viel Glück, nur auf dem Konto ist keine Kohle mehr. Denn ich brauchte einen Dachgepäckträger für dich, Baby. Ja! Das ist echt witzig, ja. Was zum Teufel ist denn hier? Du wurdest ausgeraubt. Moment, wartet, was ist, wenn Sie noch hier sind? Ich meine, ich kann heute nicht sterben. Ich trage sehr mädchenhafte Unterwäsche. Hi, Baby. Nur, dass du es weißt, ich war kurz hier und habe ein paar Sachen mitgenommen. Keine Sorge, das Porzellan habe ich da gelassen. Viel Spaß bei der Dinnerparty. Das ist alles deine Schuld. Deinetwegen mussten wir beim Bowling zwei Spiele mehr machen, sonst hätten wir sie gestoppt. Das ist der einzige Sport, den ich gut kann. Doch nur, weil du mit dem Bumpern spielst. Gewonnen hätte ich auch so, Mann. Warum gehen wir nicht einfach ins Koopas und sehen uns da einen Hockey-Spiel an? Ja, wenn wir das tun, gewinnt sie. Oh, soll sie doch. Hey, Leute, wisst ihr was? Ich brauche euch Jungs nicht und sie brauche ich auch nicht. Ich brauche niemanden. Ich wollte Paninis machen für uns. Und was ist jetzt? Jetzt gehören alle Paninis mir! Abenissenkopf schlägt den Koke in die Ecke. Direkt zu Bruna Korowski. Bruna Korowski schießt zurück zu Abenissenkopf. Und ein Pfiff. Kanatik. Hallo? Daddy! Oh, hey, Mom, was gibt's? Wie schön, dass du rangegangen bist. Ich versuche, dich seit Tagen zu erreichen. Ich wollte dir und Carrie sagen, dass wir auf dem Weg zu euch sind. Ich hatte noch ein Firmenticket, das bald abgelaufen wäre. Na egal, wir sind gerade gelandet. Was? Wir sind in zwei Lämmerschwanz schlägen bei euch. Mom! Dad! Hey, hier gibt's Käse und Cracker. Was sind hier los? Wo sind alle eure Möbel? Oh, äh, die werden gerade aufgemöbelt und neu bezogen. Alle Möbel? Ja, äh, das dauert bestimmt eine Weile. Ich weiß nicht mal mehr, wie sie die Dinger überhaupt beziehen. Wo ist Carrie? Oh, äh, Carrie, äh, Bridge. Sie spielt Bridge? Nein, sie ist auf der Bridge. Greensboro Bridge macht sie sauber. Ist eine gemeinnützige Arbeit vom Gericht angeordnet. Was ist hier los, Duck? Es ist so, äh, Carrie, äh, hat ein kleines Apartment in der City und, ähm... Ich wohne im Moment alleine hier. Alles ist gut. Getrennt habt ihr euch? Oh mein Gott. Nein, 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 getrennt haben wir uns nicht. Wir ordnen nur gerade alles ein bisschen. Jeder für sich. Ich brauch ein Wasser. Hey, du hattest recht. Dieses Seegrün ist wirklich poppig. Hab ich doch gesagt. Ich wollte dir noch danken, dass du Duck auf der Bowlingbahn festgehalten hast. Ohne dich hätte ich die Möbel nie gekriegt. Hey, das war nicht leicht. Dann sagte ich ihnen, ich brauch die Bumper. Ja, tue ich gar nicht. Hör zu, ich weiß, du und Duck seid Freunde und... Und bei euch steht nun mal der Bruder vorm Luder, aber... Dieses Luder weiß das zu schätzen. Danke. Die Baumwolle ist weich. Okay, wisst ihr, nach drei Dosen Scheuermittel sieht die Küche wieder benutzbar aus. Ich sehe jetzt oben mal nach, ob das Backofenspray mit dem Toilettenproblem fertig geworden ist. Es ist offen. Hey, sieh mal, wer hier ist. Hey. Hi. Danke, erinnerst du dich an Virginia, deine Cousine? Oh ja. Wir haben bei Onkel Freddys Beerdigung Mausefalle gespielt. Oh ja, ja. Gut, hör mal. Ich mach uns einen Kaffee und ihr plaudert von alten Zeiten. So, die Toilette schäumt. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Bist du nicht die Tochter von Howard und Judy? Ich habe wenig in den Kaffee getan. Das soll die Party in Schwung bringen, wie die Kids sagen. So, kann ich mal kurz mit dir in der Küche sprechen? Was tust du denn da? Bist du vollkommen verrückt geworden? Oh, mach deine Augen auf, ihre Ehe ist vorbei. Wenn wir nicht bald jemanden für ihn finden, zieht er wieder bei uns ein. Du verkuppelst ihn mit seiner Cousine? Was willst du, ein dreiköpfiges Enkelkind? Oh, wir können doch ein Kind adoptieren, wie diese Madonna. Schluss damit! Carrie und ich werden unsere Probleme selbst lösen, und zwar allein, okay? Und ob ihr das werdet, weißt du, was ihr tun werdet? Du und Carrie, ihr geht zusammen zu Pater Biskup. Der sagt euch, wo's lang geht. Mom, ich... Es hat sich ausgemammt. Ihr geht da hin, Mister. Danke, dass du das Schlafzimmer gestrichen hast. Und das Wandgemälde im Bad ist unglaublich. Oh, ähm, gefällt's dir? Ich liebe es, da bin ich richtig vollbusig. Ja, ich fahr mal los und hol noch mehr Farbe. Und, äh, vielleicht werde ich noch irgendwas für deinen Setzkasten finden. Welchen Setzkasten? Was meinst du? Den ich dir bei Hauseinrichtungen gekauft hab. Oh, du bist einmalig. Die Möbel kriegst du nicht zurück. Die will ich gar nicht. Mach die Tür auf. Ich will nur mit dir reden. Tritt dir die Räder ab. Die sind saug. Das ist es also, Herr? Ja, das ist der Ort, an dem du versprochen hast, mit mir zu wohnen. Wieso ist denn hier ein Bild von Joan Collins an der Wand? Okay. Wenn du nicht hier bist, um mir zu sagen, dass du einziehst, dann zisch ab. Also gut, folgendes. Meine Mom hat rausgefunden, dass unsere Ehe was auch immer ist, klar? Und sie sagt, sie fliegt nicht nach Hause, ehe wir nicht ein Gespräch führen mit Pater Biscuit. Und das ist mein Problem, weil... Weil sie vor der Tür im Auto sitzt. Was? Verdammt! Und sobald ich diesen Knopf drücke, wird ihr riesiges Alt-Frauen-Handy klingeln. Und sobald sie rausgefunden hat, wie man rangeht, wird sie hier oben aufschlagen können. Du musst dich also nur fragen, was du möchtest. Na schön. Wir gehen zu Pater Biscuit. Gut. Aber damit das klar ist, das mache ich nur, um uns deine Mutter vom Hals zu halten. Wir spielen ihr was vor. Abgemacht. Oh, den Panini-Grill nehme ich aber mit. Nein, den wirst du nicht wieder mit. Mach schon, nimm ihn! Wo warst du denn? Ich hab beim Fußpfleger auf dich gewartet. Zwei Stunden. Entschuldige, ich hatte einen Job. Was ist denn das? Das ist was Besonderes für eine ganz besondere Lady. Wen denn? Kann ich nicht sagen, ist kompliziert. Du bist so eine Nervensäge. Wo liegt denn dein Problem, sag mal? Ich hatte einen harten Nachmittag, klar? Ich war bei dir, als dir dein Hühnerauge entfernt wurde. Ach, es ging alles ziemlich schnell zwischen mir und Miss X. Und wir heben unsere Beziehung gerade auf den nächsten Level. Was meinst du? Ich zieh vielleicht aus. Tut mir leid, dass ich dir nicht früher sagen konnte. Muss dir nicht leid tun. Mitbewohner gibt's Dutzende. Aber eins sag ich dir. Wenn du da rausgehst, bist du für mich gestorben. Ich bin wie ein Attentäter. Ohne einen Blick zurück. Tja, es war schön hier als Mitbewohner. Und jetzt muss ich los. Ich hab ne Menge zu tun. Also, wir sehen uns dann später. Ja, wenn du meinst. Ganz locker, Alter. Jack, Carrie, herzlich willkommen. Also, ich habe von Ducks Mutter vernommen, dass es ein paar Probleme in eurer Beziehung gibt. Und nach meiner Erfahrung gibt es so schwierig, die Dinge auch sein mögen im Moment. Ganz sicher eine Antwort. Manchmal dann, wenn man's am wenigsten erwartet. Wow, Sie haben uns sehr geholfen. Vielen Dank. Ja, ich bin noch nicht fertig. Also, Carrie. Ich hörte, dein Vater ist ausgezogen, weil er heiraten will. Ja? Nun, manchmal entsteht durch den Wegfall eines Familienmitglieds, das auszieht eine gewisse Leere im Leben. Das muss ich erst mal verdauen. Furchtbar, diese Leere ist schlimm. Okay, habe ich sie. Vielen Dank. Sekunde. Ich hab extra eine Taufe verschoben, um Zeit zu haben für euch. Ich dachte, ihr wäret hier, um euch spirituell führen zu lassen. Nun, die Wahrheit ist, Pater, wir wollten so tun, als ob wir sie bekommen hätten, die spirituelle Führung. Wie bitte? Die Sache ist die, Pater. Wir wollten unsere Probleme eigentlich selbst lösen, aber wir sind zu Ihnen gekommen, weil wir möchten, dass Sie uns meinen Mann vom Hals schaffen. Wie wundervoll. Und was kann ich tun, um euch zu helfen, deine Mutter zu betrügen? Oh, ich mein, Sie sitzt draußen im Auto, also, äh, möglicherweise könnten Sie, ähm, ich weiß nicht, ich hab so eine verrückte Idee, mit uns rausgehen, um jeden einen Arm legen oder so. Ja, mit dem Ausdruck im Gesicht, der sagt, ich hab das Beste getan, was ich konnte. Ja, das reicht, bitte. Ich will nicht sagen, wie Sie Ihren Job machen sollen, also... Na schön, wenn's denn sein muss, bringen wir's hinter uns. Oh, ich danke Ihnen, Pater, Sie sind ein Lebensretter. Ja, wirklich. Und bestimmt ist ein kleines Extrasümpchen in Ihrer Kollekte am Sonntag. Glauben Sie's ruhig. Wir sehen uns Sonntag. Und Entschuldigung, dass Sie warten müssen, dauert nur noch eine Minute, ja? Oh, hi Susi. Hi Carrie. Sie ist deine Kollegin, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Gut. Sieh dich nur an, die Babypfunde sind ja schon wieder runter. Ja, und hier ist es. Oh, lass mal sehen, wie heißt es denn? Das ist ja süß. Hören Sie, da fällt mir gerade was ein. Was, Susanna, Sie müssen hier drin noch ein paar Torfunterlagen unterschreiben. Das Baby muss jetzt eine Flasche bekommen. Oh, ich bin sicher, Carrie gibt sie im liebend gern. Hörst du das machen? Wir sind hier drin, wenn du uns brauchst. Sicher, geht nur. Alles klar. Vielen Dank. Ach, kein Problem. Dieser Pater B ist ein netter Kerl, nicht? Ja, nur er hört sich liebend gern reden, oder? Allerdings, was sollte denn die Sache mit der Lehre? Ach das, von wegen Lehre. Was? Du glaubst doch nicht, ein Baby könnte unsere Lehre füllen, Doug. Ich meine, darüber haben wir doch schon oft gesprochen. Ich, ich habe versucht, schwanger zu werden, aber es ging nicht. Aber weißt du, wir könnten ein Kind adoptieren. Hat mein Vater gesagt, als er mich verkuppeln wollte mit dieser Cousine. Hör zu, ich wünsche mir bis heute immer noch ein Baby, okay? Was ist mit dir? Nimmst du mich auf den Arm? Ich würde das hier nehmen. Es ist eingepackt und gefüttert. Lass uns gehen. Was reden wir da bloß? Wir können keins adoptieren, weil wir gar nicht mehr zusammen wohnen. Könnten wir aber. Oh, und du denkst sicher, dass ich diejenige bin, die nachgeben sollte, richtig? Ich habe nur gesagt, hör zu, so ein Baby braucht einen Hinterhof. Mit frischer Luft, weißt du? Oh, oh, frische Luft kriegt's auch an der Feuertreppe. Na gut. Ich trenne mich vom Apartment. Aber wenn wir ein Baby adoptieren, habe ich keinen Job für eine Weile und was das bedeutet, weißt du, oder? Ja, du wirst fast immer zu Hause sein. Nein, das bedeutet, dass du dir einen besser bezahlten Job besorgen musst. Ach komm, Carrie, damit meinst du wieder diesen blöden Verkaufsjob, oder? Stark, dein Onkel hat gesagt, da verdienst du das Doppelte wie jetzt. Ich bin bei IPS, der am längsten dort Arbeitende, ohne Beförderung. Ich bin da, wo ich sein will. Hör zu, ich weiß, es ist nicht leicht, aber wir machen beide gerade einen Sinneswandel durch. Also lass mich das klarstellen. Du ziehst aus dem Apartment aus, ich such einen neuen Job und wir beide kriegen ein Baby. So sieht unser gegenseitiges Angebot aus. Ich bin dabei. Ich auch. Okay, ich will niemanden anschwärzen, aber irgendjemand pinkelt auf meine Hand. Hey, Babe. Hey, wo ist dein Scooter? Der ist Schrott. Übrigens, unser Postbude verklagt uns. Hast du die Unterlagen komplett eingereicht? Ja, sobald die okay sagen, springen wir in ein Flugzeug nach China und 14 Stunden später sind wir beide Eltern. Hey, und ich nehme keine 60 Pfund zu. Aber ich kann das nicht versprechen. Und fällt sie schwer, die Trennung vom Apartment? Ach, ich glaube schon, aber wir bringen ja beide Opfer. Oh, soll ich die hier beim Hausmeister abgeben? Äh, nein, mach ich nachher. Okay. Hey, dies hier ist deine letzte Nacht in Manhattan. Hast du da Lust, äh, einen kleinen Quickie zu machen? Äh, sicher. Rollen wir die Luftpolsterfolie aus? Ich denke nicht, sonst klingt's wie eine Schießerei, wenn ich mal loslege. Hey, Mike! Gut gemacht, diesen Raymond-Jack-Auftrag. Danke! Ja! Hey, Doug, wie läuft die erste Woche? Klasse bis jetzt. Ich meine, alle sind wirklich nett und Gary hat mich zum Essen ins Chilis eingeladen. Ach ja? Halten Sie sich fern von Gary. Er gibt vor, Ihr Freund zu sein und redet schlecht über Sie. Ich hatte mich schon so aufs Essen gefreut. Hey, das wäre Ihr Begräbnis. Ich hätte ihn längst gefeuert, den Trottel. Aber er ist mein Top-Verkäufer. Egal. Wie läuft's denn? Haben Sie heute schon Büromöbel verkauft? Nun, ich, ich hatte was angeleiert. Ein Buchprüfer in Paramus braucht vielleicht einen Stuhl. Okay. Ich will nichts über irgendeinen Kerl oder Stuhl hören. Ich will was hören von einer Etage, einer Abteilung, einer Firma. Das ist ein Kommissionsgeschäft. Sie wollen doch Geld verdienen, hä? Gary Mäuse, Sie gehen da jetzt raus und verkaufen Stühle. Kapisch? Ja, äh, tja. Die Nelly Büroeinrichtung, wir stützen Ihren Lendenwirbel, Duck-Käfernin. Haben Sie mal in Ihr Apartment in Manhattan geschaut? W-Wer ist da? Sehen Sie einfach in Ihr Apartment? Das gehört uns überhaupt nicht mehr. W-Wer ist denn da? Große Güte, was hab ich getan? verdammt irrer Typ, der Mann, was? Ja, aber eines hat er sich ja nie getan, die Menschen belügen, die ihn lieben. Was redest du da bloß? Das tut er jeden Tag. Kannst du mal sagen, was mit dir los ist? Mir ist nicht danach, jetzt darüber zu reden. Ich hab vor zu heiraten. Wen denn? Wen denn? Miss Ava Sinclair. Oh mein Gott, Carrie, wir haben uns doch vor Jahren mal ein Apartment angesehen. Das will jetzt so haben. Ich will nicht umziehen. Doug, was soll das? Du hast gesagt, dass wir okay für dich, dass mein Traum auch dein Traum ist. Du verlässt mich? Nein, Doug, ich ziehe in unser Apartment in der City und ich hoffe, du kommst mit. Danke, dass du das Schlafzimmer gestrichen hast und das Wandgemälde im Part ist unglaublich. Oh, ähm, gefällt's dir? Ich liebe es, da bin ich richtig vollbusig. Ich ziehe vielleicht aus. Musst du nicht da tun. Mitbewohner gibt's Dutzende. Also lass mich das klarstellen. Du ziehst aus dem Apartment aus, ich suche einen neuen Job und wir beide kriegen ein Baby. So sieht unser gegenseitiges Angebot aus. Ich bin dabei. Ich auch. Die Nelly-Büroeinrichtung, wir stützen ihre Lendenwirbel, da käfern in am Apparat. Haben Sie mal in Ihr Apartment in Manhattan geschaut? Bill, Mann! Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich kann dir da nicht helfen. Hör zu, Carrie kommt gerade rein. Ich werde sie fragen. Sekunde. Carrie, das ist mein Freund Bill. Er zieht nach Manhattan. Bill wer? Bill wer? Bill Krispies. Du bist seit drei Wochen aus dem Apartment raus. Da wohnt doch schon wieder wer, oder? Ja, bestimmt wohnt doch schon wieder wer. Ja, genau, das habe ich ihm gesagt. Bill, das wird nichts. Also, hör zu, komm nicht zu spät zur Hochzeit meines Vaters. Du und Deacon, ihr müsst mittags losfahren. Ich fahre jetzt schon, hab noch eine Menge zu tun. Ich liebe dich. Bye. Das hier ist ein brandneues Spiel. Ich werde es Ihnen in zehn Minuten vorstellen. Mark! Die Tür ist offen! Ist sie nicht. Na gut. Sie ist zu! Das macht die verdammte Tür auf, ja? Oh Gott, ist ja gut, ich komme, Prinzesschen! Ich hupe die ganze Zeit wie ein Blöder. Wo ist deine Hose? Oh, das würdest du wohl gern wissen. Wieso sitzt du denn hier rum und säufst? Wir müssen zu der Hochzeit machen. Ich gehe nicht. Hey, komm schon, Mann, das Reisgebäck ist viel billiger bei den anderen Sendern. Was ist hier denn bloß los? Oh, tja, ich lasse mich scheiden von Carrie. Und Anson Curtis vermasselt sich gerade die letzte Chance, dieser Vollidiot! Du lässt dich scheiden? Ich dachte, es wäre alles wieder in Ordnung. Ja, nur jetzt stellt er sich raus, dass sie immer noch ihr kleines Apartment in der City hat. Oh, Tak, ich liebe dich! Wir adoptieren ein chinesisches Baby, mein Alter! Nur eine Menge Lügen oder ein Batzen Lügen. Irgendeine Form von Lügen. Sie hat's behalten? Hat sie gesagt, wieso? Sie weiß nicht, dass ich's weiß, Mann, aber eins ist klar, das ist ihre Rückfahrkarte aus Fetty Town. Aber weißt du was? Ich werde ihr zuvor kommen. Hör zu, ich weiß nur, dass ich dich einen Kuchen und einen Rabbi bis vier nach Puff Kipsi bringen soll. Komm, zieh dich an. Nein, werde ich nicht tun, Kumpel. Zwing mich nicht, dich hier in deiner Unterhose rauszutragen, Mann. Zwing mich nicht, dich hier in meiner Unterhose rauszutragen. Weißt du was? Jetzt komm einfach noch raus. Hör auf, damit das Spendet. Lass mich. Oh, schön. Vollidiot. Ich geh nirgendwo hin. Was ab, du gehst, Mann. das tue ich nicht. Oh Gott, ich glaube, ich habe da irgendwas aus Versehen berührt. Versehnlich oder geplant seit Jahren? Hose anziehen und ab ins Auto, ist das klar. Gut, weißt du was, wenn ich ins Auto steige? Denk an meine Worte, wirst du an diesem Körper nie mehr Hosen sehen. Dad, heute kommen eine Menge Familienmitglieder, die du lange nicht mehr gesehen hast. Gib keinem eine Ohrfeige, bitte. Aber Bernice kommt. Okay, Dad, beim letzten Mal hat sie dich K.O. geschlagen. Lass es. Lass es. Ich werde mal sehen, ob Ava Hilfe braucht, okay? Oh, ist alles okay, Mom? Ist sicher sehr hart für dich zu sehen, was da heute passiert. Ich freue mich für ihn, kannst du mir glauben. Wieso sagst du denn sowas? Nun, du hast viel gebrochen und geweint in letzter Zeit. Nicht mehr als gewöhnlich. Seid gegrüßt. Oh, hey, Arthur, hier sind die Platzkarten, die Sie wollten und die venezianische Schriftkalligrafie war echt anstrengend. Ich war die ganze Nacht auf. Dankeschön. Aber das ist doch nicht anstelle eines Geschenks. Gratulation zu deiner Vermählung, Arthur. Danke sehr, Veronica. Ava St. Clair. Sehr nobel. Das ist sehr... Das weiß ich seit Jahren, dass es mal so eine sein würde. Du verdienst es. Du bist eine gute Verliererin. Die beste, die ich jemals kannte. Danke sehr, Arthur. Hey. Hey, Rabbi. Da rein. Ich hoffe, dass es Ihnen nichts ausmacht. Hier vorne habe ich den Kuchen. Nein, nein. Macht's nicht. Es ist nur... Wissen Sie, dass hier einer ohne Hose neben mir sitzt? Oh, das ist der Trauzeuge. Prima, Kerl. Hat ein paar Sixpacks weggemacht. Tun Sie mir einen Gefallen und verpassen Sie mal eine. Okay. Sie müssen ihn richtig boxen. Ich boxe wirklich nur ungern Leute am Sabbat. Dann mache ich's. Ich werde es schon hinkriegen. Festhalten. Schön mündigend. Sie sollen sich zauern die alte Nummer abmachen. So, das wär's. Okay. Alles klar. Du siehst umwerfend aus. Ich bin so nervös. Glaub mir, das wird toll. Bei meiner letzten Hochzeit wurde ich ohnmächtig und fiel auf das kalte Buffet. Aber Gerald war so verständnisvoll. Oh, Ruhe in Frieden. Das war dein letzter Ehemann? Ja. Weißt du, nach dem ersten Trottel, mit dem ich verheiratet war, sagte ich mir, von jetzt an nur noch schwule Männer. Noch 15 Minuten. Eva Darling, du bist hinreißend. Du bist eine Vision in Schiffung. Ich kann's kaum erwarten, es dir heute Nacht runterzureißen und dann treiben wir's endlich. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ja, ich lege einfach meine Beine auf ihre Schulter und Stämme meine Hüfte hoch. Los geht's. Ja, das funktioniert. Was machst du denn da bloß? Hast du noch immer keine Hose an? Äh, der Rabbi und ich arbeiten daran. Ganz ruhig. Schon zwei Stunden? Weil hier wenig Platz ist. Wieso fährst du auch nicht mit dem Minivan? Hinnert Kelly heute. Sie mag dieses Auto nicht. Ist jetzt so mickrig. Oh toll, also kriegst ihr zwei Meter großer Mann. Ich kann's nicht glauben, dass du's nicht bist, wer sie scheiden lässt. Schluss, hör auf damit, von Scheidung zu reden. Das kriegt ihr bestimmt wieder hin. War doch immer so, das kenn ich doch. Sie tobt, Zwei Pizzen später ist alles wieder normal. Sie ist aber anders, Dicken, okay? Wir hatten eine Vereinbarung über unsere Zukunft und die hat sie gebrochen. Das ist nicht richtig, oder? Ich verstehe natürlich, dass Sie wütend sind, aber ich weiß auch, dass Gott an Vergebung glaubt. Ja, und gilt das nur für Ihren Gott oder jeden Gott? Sie denken, Sie und ich hätten verschiedene Götter? Nein. Nein, 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 nein. Oh, ich meine, ja, aber nur weil mein Gott Jesus ist, aber so, was ich weiß, ist mein Gott der Sohn Ihres Gottes. Ich bin sicher, die verstehen sich prima und sehen sich wohl auch dauernd. Sie wissen schon, Feiertage, Familienfesten, was soll denn das? Sonst hältst du doch nie deine Klappe. Widersprechen Sie mir nicht, es gibt jede Menge Hafenspieler, die duellierende Benjo spielen würden. Du hast nach mir geschickt? Ja, Dad, ich, ähm... Wo ist Ava? Genau deswegen wollte ich dich, äh... Ava ist weg, Dad. Was? Ja, sie war vollkommen durcheinander, es tut ihr so leid, aber sie kann nicht deine Frau werden. Aber wieso? Es, äh... stellte sich raus, dass Ava, wie viele Frauen im Showgeschäft, eine andere Art von Mann haben möchte. Mehr ein... Kumpel. Ich war doch ein wundervoller Kumpel. Ja, ja. Aber sie wollte einen Kumpel, der gleichzeitig auch ein... Choreograf ist. So ein Typ. Ein Friseur. Typen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Sie wollte einen schwarzen Mann? Einen schwulen, Dad! Sie wollte einen schwulen Mann und sie dachte, das wärst du. Das ist doch absurd! Das wollte sie auf keinen Fall! Dad, hier, das ist ein Bild von ihrem letzten Mann. Was siehst du, wenn du's dir ansiehst? Ich sehe einen normalen, heterosexuellen Mann, der mit einem Schirmchen in die Luft springt. Wieso habe ich das nicht früher gemerkt? Tut mir leid, Dad. Aber ich verstehe es einfach nicht. Wie hat denn dieser Eindruck entstehen können, dass sie geglaubt hat, ich wäre schwul? rückblickend muss ich sagen, das war ein unglücklich gewähltes Halloween-Kostüm. Dad, hör zu, ich weiß, es ist schwer, aber da warten hundert Gäste darauf, dass die Zeremonie beginnt. Du musst rausgehen und es ihnen sagen. Aber ich habe mir von ganzem Herzen gewünscht, heute zu heiraten. Und ich bloß von Herzen. Ich habe so viel sie alles geschluckt, dass es für ein Hockey-Team ist. Tut mir so leid, Dad. Ava kommt nicht mehr zurück. Aber ich könnte schwul für sie sein. Ich könnte der schwulste Mann sein, den die Welt je gesehen hat. Sicher kannst du das. Aber, aber es ist vorbei, Dad. Was soll denn das werden? Was wollen wir denn hier? Ein Gespräch unter vier Augen führen. Gehen Sie in Ihren OP! Raus hier! Also, was ist denn los? Veronika. Es ist was Wunderbares passiert. Ich weiß jetzt, dass ich nicht Ava heiraten möchte, sondern dich. Was? Du willst mich heiraten? Ja. Ich mache dir einen Antrag. Das wollte ich schon vor Jahren tun, aber ich fand dich so bildschön. Das hat mich eingeschüchtert. Sie ist abgehauen, ne? Ja. Offenbar bin ich nicht Manns genug für sie. Oder ich bin zu viel, Mann. Es ist alles sehr verwendet. Und jetzt willst du, dass ich einspringe als deine zweite Wahl? Hör mal zu, Arthur. Ich bin vielleicht nicht die Königin von England. Ebenso nicht Elva Sinclair. Aber ich verdiene mehr als einen blöden Heiratsantrag hier vom Pinkelbecken. Nein, nein, ich gebe zu, ich habe dir nie den Respekt gezeigt, den du verdienst. Ich war kurzsichtig und eitel und habe gedacht, ich könnte was Besseres kriegen. Aber jetzt weiß ich, es ist nicht so. Hochmut kommt vor dem Fall. Bitte Veronika, ich möchte nicht in diesem Keller sterben. Ich möchte in deinem Erdgeschoss-Apartment sterben, wie du es hast, mit dir an meiner Seite. Das klingt wirklich schön. Ich weiß, wir können es lernen, einander zu lieben. Ich liebe dich jetzt schon, Arthur. Nun, die Hälfte haben wir schon geschafft. Guten Tag zusammen. Ich bin Rabbi Eli Feldmann. Heute, in Anwesenheit Gottes, vereinen wir hier Arthur Spooner und Elva Sinclair. Zwei wunderbare Menschen, die viel Freude, Liebe und Glück, entschuldigen Sie, Glück im Geiste gefunden haben. Danke. Bitte stellen Sie Ihre Handys und Ihre Pieper aus und in Ihren Programmen ersetzen Sie den Namen Elva Sinclair bitte durch den Namen Veronika Ortschen. Entschuldigen Sie bitte, Verzeihung, darf ich mal? Wo warst du denn? Hey, Doug hat sich betrunken und wollte seine Hose nicht anziehen. Wie darfst du denn hier? Naja, Arthur hat die Braut ausgetauscht. Er heiratet jetzt Spence, Mom. Dad, was ist denn hier eigentlich los? Begrüß deine neue Mutter. Halt dir bitte den Mittwoch frei. Da gehen wir immer Oma besuchen im Altersheim. Wo ist meine Tante Eva? Mom, was soll denn das? Wonach sieht's denn aus? Sag mal. Du kannst gleich hierbleiben, denn du wirst mich zum Altar führen. Nein, ich führe dich nicht zum Altar, so ein Schwachsinn. Ja, das ist schwachsinnig. Es reicht, wenn dein Bruder Unsinn redet. Was ist meine Tante Eva? Oh, Doug, da bist du ja. Weißt du, was hier los ist? Eva ist weg und mein Dad heiratet jetzt Veronica. Hm, ist doch schön. Er will, dass wir anfangen. Schätzchen, ich glaube, du solltest zuerst gehen. Wo ist meine Tante Eva? Das ist jetzt deine Tante Eva und jetzt bewegt dich! Dad, willst du das wirklich tun? Du heiratest jetzt wirklich Veronica? Wieso? Hast du eine bessere? Oje, na schön, fangen wir an, fangen wir einfach an. Verdammt, irrer Typ der Mann, was? Ja, aber eines hat er sich ja nie getan, die Menschen belügen, die ihn lieben. Was redest du da bloß? Das tut er jeden Tag. Willst du mal sagen, was mit dir los ist? Mir ist nicht danach jetzt darüber zu reden. Danke fürs Kommen, ich bin nicht schwul. Danke fürs Kommen, nicht schwul. Hallo, Zachary, ich bin nicht schwul. Ich kann's nicht glauben, dass du das wirklich tust. Ich liebe ihn, Spencer. Er behandelt dich wie ein altes Geschirrtuch. Es gibt keine perfekte Ehe. Okay. Seid ihr bereit anzufangen? Aha. Baruchatah Adonai. Wo, 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 was ist das? Ein hebräisches Gebet. Wieso hebräisch? Naja, die eigentliche Braut war jüdisch und, 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 und ich bin ein Rabbi. Bist du jüdisch? Albanisch-Orthodox. Was ist denn das? Eine wirklich nette Religion. Wir nehmen ihr Ding. Baruchatah Adonai. Baruchatah Adonai. Muscle Top. Harry, dein Handy hat wie verrückt geklingelt bei der Zeremonie. Du hast vier Anrufe. Wirklich? Oh mein Gott, das ist die Adoptionsagentur. Doug? Hier steckst du. Was tust du denn da? Ich genieße die wunderbare Luft von Puff Kipsi. Oh, ich hab ein paar sehr aufregende Neuigkeiten. Das glaubst du nicht. Sieh dir das Bild an. Was ist das? Unser Autor? Oh, ich bin gegen einen Pfeiler gefahren. Das ist für die Versicherung. Nein, 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 nein. Wer ist das? Keine Ahnung, das Baby von jemandem. Ah, unser Baby. Unser Baby. Oh mein Gott. Ja. Ihr Name ist Ming Mei. Sie ist vier Tage alt. Ist sie nicht bildhübsch? Also, ich muss die Adoptionsagentur anrufen und denen sagen, dass wir den nächsten Flug nach Peking nehmen. Ich glaub's nicht, dass ich da anrufe. Ich hab ja schon mal was beim Chinesen bestellt, aber noch nie ein Baby. Carrie, wir werden es nicht tun. Was? Was redest du da? Sag mal. Ich weiß das mit dem Apartment, dass du's nie abgestoßen hast. Ach ja, das. Verrückt, ha? Ich verstehe, dass du sauer bist, okay? Ich hätte es schon vor ein paar Wochen abstoßen sollen, aber ich... Aber was? Ich mein... Aber ich war nervös, weil ich nicht wusste, ob zwischen uns alles... Ging mir genauso, aber... Die Abmachung, weißt du noch? Ich hab meinen Job für dich gekündigt, den ich geliebt hab. Du hast den Job gehasst, hast du gesagt, tausendmal. Nein, ich sagte, ich hasse es, wenn ich überhaupt einen hab. Ist doch wohl ein Unterschied. Der Punkt ist, ich hab einen Sinneswandel vollzogen für unsere Zukunft. Du nicht! Na gut, meinen Sinneswandel kann ich doch auch jetzt noch vollziehen. Jetzt zählt das nicht mehr, Carrie. Jetzt tust du's nur noch wegen des Babys. Gib's zu, für mich hast du nie einen Sinneswandel vollzogen, dein Leben lang nicht. Ich hab dich geheiratet. Wie nennst du das? Knacken des Jackpots. Das hat mit Sinneswandel nichts zu tun, wenn man heiratet. Wenn man das macht, denkt man, es wird für immer toll sein. Aber dann nach zehn Jahren siehst du das alles anders. Wow, der ist fett und das wird sich nie ändern. Mann, die wird wohl nie wieder so nett wie früher. Der Rauch verzieht sich und wir beide stehen da fett, gemein und nackt. Dann braucht man Sinneswandel, damit's weitergeht. Den willst du nicht. Das werd ich nie vergessen können. Okay, Jack, was soll das heißen? Dass es vorbei ist? Genau das. Ich ziehe jetzt. Okay, Ich werde nicht glücklich machen. Aber ich bin mir sicher. Sieh dir das Bild an. Was ist das? Das Baby von jemandem. Ja, unser Baby. Ihr Name ist Ming Mei. Sie ist vier Tage alt. Ist sie nicht bildhübsch? Also ich muss die Adoptionsagentur anrufen und denen sagen, dass wir den nächsten Flug nach Peking nehmen. Ich glaub's nicht, dass ich da anrufe. Ich hab ja schon mal was beim Chinesen bestellt, aber noch nie ein Baby. Carrie, wir werden es nicht tun. Was redest du da, sag mal? Ich weiß das mit dem Apartment, dass du es nie abgestoßen hast. Ich hätte es schon vor ein paar Wochen abstoßen sollen, aber ich... Sie hatten einen Deal. Ich hab meinen Job für dich gekündigt, den ich geliebt hab. Du hast den Job gehasst, hast du gesagt. Tausendmal. Der Punkt ist, ich hab einen Sinneswandel vollzogen für unsere Zukunft. Du nicht! Okay, Doug, was soll das heißen? Dass es vorbei ist? Genau das. Ja, das ist toll. Lächeln! Oh, Arthur, ich war noch nie so glücklich in meinem ganzen Leben, nicht? Falls unsere Ehe schon morgen enden sollte, ich bereue nichts. Gut zu wissen. Holly, wie geht's Ihnen? Hi, Veronica. Hi, Arthur. Ich gratuliere. Sieh einer an. Sie sind schwanger, nicht? Nein, nein, den Fehler hab ich auch schon gemacht. Sie hat eine Essstörung. Oh, nein, nein, nein. Diesmal bin ich's. Das ist ja wundervoll. Wo ist denn Ihr Mann? Ja, wo ist er denn? Er ist wohl auf der Toilette, glaub ich. Oh, da hat mir Arthur seinen Antrag gemacht. Kenn ich, ja. Ist mir auch schon passiert. Nur das war auf so einem transportablen Klo. Aber egal, ich gratuliere. Ich danke dir, Schätzchen. Harry, ich gratuliere. Danke, Luke. Ist doch ein schöner Tag, oder nicht? Ja, ein wunderbarer Tag. Hallo. Hey. Du siehst gut aus. Ich mag die neuen Strähnchen. Danke sehr. Hör zu, Danny. Ich weiß, es war eine ziemlich miese Stimmung zwischen uns, als ich auszog. Das war meine Schuld. Und es tut mir sehr leid. Mach dir darüber keine Gedanken. Gut, also, naja, du weißt ja, Arthur heiratet meine Mom und bestimmt schläft er jetzt in meinem Bett. Das ist dasselbe wie ihr's ist. Ich hab mich also gefragt, mich nicht wieder zu dir. Äh, wer ist das? Das ist, äh, Sandy, meine neue Freundin. Und Mitbewohnerin. Mitbewohnerin ist ja... Ja, ich bin letzte Woche eingezogen. Ich brauchte Platz im Wandschrank, da hab ich ein paar Sachen von dir weggeräumt. Hauptsächlich... Magazine. Ja, ähm, die waren für ein Forschungsprojekt über Thailand. Hey, Spence, ich gratuliere. Danke. Ein wunderbarer Tag, oder nicht? Wunderbar. Ja, entschuldige mich mal kurz. Doug? Spencer! Hey, Kumpel, die Party ist ja draußen. Ich werd mal kurz ein Plätzchen für dich freimachen. Direkt hier neben mir. Hier, bitte, Kumpel. Hey, ist ja gut. Was, was tust du denn hier draußen? Ich feier hier grad gebührend meine Freiheit. Carrie und ich werden uns scheiden lassen. Was? Mhm. Wie sich rausstellt, hat sie immer noch ihr Apartment in Manhattan. Also, aus der Traum! Doug, ich muss dir was gestehen. Ich war's, der dich angerufen und dir das gesagt hat mit dem Apartment. Hä? Ja, ich... Ich dachte, ich wär verliebt in sie. Aber ich weiß jetzt, das war nur, weil's nicht gut lief. Zu Haus, meine ich. Und jetzt ist das auch futsch. Du bist doch ein gruseliger, lieber kleiner Kerl. Hey, zieh doch einfach zu mir. Wär cool. Soll das ein Angebot sein? Zur Hölle, ja! Ich weiß, dass ich dich doch verarsche, aber... Die Wahrheit ist, ich lieb dich mehr als all meine anderen Freunde. Danke, Doug. Weißt du, du warst immer sowas wie ein Held für mich. Ich bin kein Held! Sag das nie wieder, okay? Ich hab's nicht böse gemeint. Los, jetzt lieb ich dich. Komm, lass uns ringen. Ach, Kelly. Ich kann's nicht glauben, ich hab alles vermasselt. Ein Moment der Schwäche und ich verliere meinen Ehemann, meine Ming Mei. Er will dir wirklich nicht verzeihen? Nein, das verstehe ich. Ich hab ihm nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die er verdient. Und das kann ich nicht wieder gut machen. Er hat dich doch auch so oft hängen lassen, x-mal schon. Ja, aber nicht so. Was ist mit dem vorgetäuschten Herzinfarkt, als er den Namen nicht mehr wusste von deinem Boss? War unbedeutend. Und was ist mit eurer Steuerrückzahlung, für die er sich dieses Eiscreme-Ding kaufte? Ja, aber das war meine Schuld. Ich hätte den Scheck nicht rumliegen lassen dürfen. Und was ist mit der Stornierung deiner Geburtstagsreise nach Paris, nur weil er im Halbfinale eines Pinkel-Wettbewerbs war? Ja, das war wirklich ein starkes Stück. Leute, wir haben heute was ganz Besonderes für euch. Die beetschöne Braut wird ein paar ihre Hits für uns singen. Applaus für die reizende und talentierte Ava St. Clair. Ich bin nicht Ava St. Clair. Ich bin nicht Cliff Robertson. Trotzdem hab ich meine Mahlzeiten immer über sein Hotelzimmer abgerechnet. Raufte aber schnell! Lieber einen Gartensalat oder einen Cisos? Gartensalat, bitte. Sagen Sie, wissen Sie zufällig, ob da jemand sitzt? Ja, mein Mann, ich meine... Natürlich hab ich einen Mann, sehen Sie mich doch an! Aber natürlich. Und für ihn? Ein Gartensalat oder Cisos? Cisos. Holly, ist das schön, Sie zu sehen! Hi, Luke! Ein wunderbarer Tag! Oh Gott! You can lick that Lollipop, mister, But you can't lick me! Das ist ja pornografisch! Es steht 11 zu 4 für mich. Los auf die Hände und Knie! Nein, mit dir ring ich nicht weiter, oder? Du respektierst mein Safe-Word. Du bist so baby! Hey, Holly, ich bin breit, oder Sie? Nein, nur wenig. Hey, Holly, wie geht's denn? Toll, toll. Mein Mann hat mich gerade verlassen, ich bekomme ein Baby. Ich hab keinen Job und hab kein Geld, aber ansonsten geht's gut. Ich träg mich von Carrie. Wollen Sie bei mir wohnen? Sie... Oh mein Gott! Ja, ja! Nein, nein, warte, du hast doch gesagt, ich könnte bei dir wohnen. Ach ja? Du bist raus, Holly ist drin. Ich glaub's einfach nicht, wie nett und großzügig Sie sind. Ich meine, ehrlich gesagt, ich dachte immer, Sie mögen mich nicht besonders. Nein, die Wahrheit ist, ich liebe Sie mehr als all meine anderen Freunde. Oh Mann, das ist recht. Danke, ich... Danke, das gerade jetzt zu hören, tut mir wirklich gut. Oh, kein Problem. Kommen Sie, ringen wir! Danke, ich bitte Sie jetzt um Ihre Aufmerksamkeit. Es ist Zeit für den Toast. Den Toast auf den Bräutigam Arthur Spooner bringt sein Trauzeuge und Schwiegersohn aus, Doug Havenen. Holly, haben Sie Douglas gesehen? Er ist eingeschlafen, als wir am Ringen waren. Wenigstens lagen Sie nicht unter ihm, als das passierte. Das waren sechs der furchtbarsten Stunden meines Lebens. Spencer, Glückwunsch, du bist jetzt mein Trauzeuge und bringst den Toast auf mich aus. Mir ist nicht danach, Arthur. Der Abend war für mich schrecklich. Ich bin dein Vater und befehle dir, den Toast auszubringen. Wem ich wann zutoste, überlass bitte mir. Hast du das verstanden? Dad, das hat ein Nachspiel. Hey, toll, wie du es ihm gegeben hast. Oh, danke, danke. Weißt du, so ähnlich hast du es unserem Vermieter wegen des Kakerlacken-Problems gegeben. Im Mietvertrag steht ganz klar, wenn es mehr als tausend sind, trägt er die Verantwortung. Das zum Beispiel wusste ich nicht. Hey, hast du diese Woche America's Next Top-Mobie gesehen? Ja, also man glaubt nicht, am Ende waren dann nur noch Marquesa und Lisi. Ich weiß. Ich meine, ist doch ganz klar, wer jetzt gewinnt. Aber sicher, Marquesa! Marquesa, oh, Lisi eignet sich viel besser für die Couture. Komm, Danny, fahren wir heim. Ist so langweilig hier. Na schön, dann hol schon mal deine Jacke. Ich komm gleich nach. Tut mir leid, diese Marquesa haben. Ist schon gut, ist gut. Tja, ich schätze, sie wartet auf mich. Ich geh besser mal. Ja, wir sehen uns beim Allergie-Test. So gut kenne ich sie doch wirklich nicht. Ich bin ein verkalkter Grießkram mit einem Herz aus Gold. Jetzt geh! Hi, ich erinnere mich noch gut an die erste Begegnung mit Arthur. Ich saß in Heaven ins Wohnzimmer und hab fern gesehen. Arthur kam rein und als er mich sah, fliehte er mich an ihm nicht wehzutun und rief die Polizei ab. Und hallo, weißt du noch, als dein Blinddarm durchbrach und er nicht früher von der Arbeit kommen wollte? Er ging früher von der Arbeit weg und fuhr zum Rodeo. Das war's dann. Ich denke, sie fühlen sich besser, wenn sie ein bisschen was essen. Ich hole ihnen die Rippchen von meinem Mann. Oh, danke, Späße. Weißt du, du hättest mich da draußen fast überzeugt, Doug. Ich habe einen Sinneswandel für dich vollzogen. Nichts hast du für mich getan. Weißt du, wie oft du mich in unserer Ehe verarscht hast, nur um das machen zu können, was du wolltest? Oh, schon wieder diese Rodeo-Geschichte. Das brauchst du wohl einmal im Jahr. Es war nicht nur das, Doug. Da waren noch viele andere Dinge. Und ich hab dir immer verziehen. Jetzt kannst du dich revanchieren und mir vielleicht auch mal verzeihen. Hey, erzähl mir nicht, was ich machen soll und was nicht. Okay, weißt du was? Tu, was immer du willst. Aber ich sag dir eins. Ich liebe dieses Baby und ich will es. Also hole ich es eben allein für mich. Oh, nein, nein, nein. Nein. Denn ich hab mir zuerst ein Baby gewünscht, okay? Wenn also jemand ein Baby bekommt, dann bekomme ich es. Oh, glaubst du wirklich, Blödmann? Ich mach mich jetzt nämlich auf den Weg nach China und hole es. Ja, ich werde früher da sein. Vor dir. Ich bin sicher früher da. Vor dir. Wow! Und dann eines Tages hielt mich Arthur für Eddie Murphy. Hey, wir müssen los. Los, wohin denn? Nach China, da hole ich mein Baby. Komm schon, du setzt mich am Flughafen ab, wenn du nicht mitkommen willst. Alles klar. Und jetzt zum Toast auf Arsans Brunner. Er ist ein netter Kerl und ein kleiner Rassist. Darf, soll ich bei Ihnen einziehen, wenn Sie aus China zurück sind, oder? Hey, Hauli, schön, dass Sie kommen konnten. Ich meine, Tja, dann sitze ich wohl mal wieder auf der Straße. Ähm, wir stecken beide in derselben Situation und nehmen wir doch zusammen eine Wohnung. Wirklich? Sie meinen das ernst? Ja, aber natürlich. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als... Hast du was vergessen? Ja. Und zwar mein Mitbewohner. Aber Moment, wir beide wollten doch... Das wird jetzt nichts mehr. Hören Sie, wenn... wenn die Sache zwischen uns funktioniert, müssen Sie konvertieren. Aber klar tue ich das. Und wohin? Ich hole nur schnell meinen Reisepass und dann nichts wie raus hier. Du hast Amerika noch nie verlassen. Hast du überhaupt einen Reisepass? Heute kriegst du mit Rib nur noch in Kanada. Oh, hey, auch auf dem Weg nach China? Dann beeil dich mal. Hast du meinen Pass versteckt? Oh, nein, Baby, der ist hier irgendwo. Aber wo? Hallo. Du hast ihn gefunden? Zugegeben, das Gemüsefach war eine Top-Idee. Aber an das Fach gehst du doch sonst nicht. Du weißt ja nicht mal, dass es existiert. Aber Deacon schon. Sein Börger mit Salat war köstlich. Genau wie es meine Rache sein wird. Dark? Mhm? Dark? Oh, ey. Was? Wie soll's weitergehen, sag mal? Was tun wir, wenn wir landen? Um die Wette laufen durch die Straßen von Peking bis zur Adoptionsagentur? Keine Ahnung. Denn wenn jeder mit einer Rikscha fährt, verlierst du. Geht's bergab, verlierst du. Was ist bloß los? Keine Ahnung. Weißt du, als meine Mom starb, ich war noch ein Kind, hatte ich das Gefühl, ein Nichts zu sein, als hätte ich kein Leben. Mein Dad hat sein Bestes, um ein guter Vater zu sein, aber... Na, du weißt schon. Na, du weißt schon. Jedenfalls gingen wir zwei sonntags immer in diesen Park am Vernon Boulevard, direkt am East River. Auf der anderen Seite sah man Manhattan. Und während er da diese Flyer an die Leute verteilte oder Eichhörnchen jagte, stand ich einfach nur am Geländer und sah mir diese bildhübschen Apartments auf der anderen Seite des Flusses an. Und ich stellte mir das wundervolle Leben vor, das ich führen würde, wenn ich vielleicht mal dort wohne. Verstehst du? Mit einem tollen Job als Modedesignerin für Sergio Valente und... ...jeden Abend ins Studio 54 gehen. Gott, ich bin alt. Aber dann wurde ich erwachsen und sah realistisch, dass der Traum geplatzt war. Ja, und dann begegnete ich dir. Und da ich... ...unglaublich glücklich mit dir war, weißt du... ...hab ich nie wieder daran gedacht, auch... ...im Traum nicht. Aber dann war ich... ...in diesem Apartment und hab gemerkt, dass dieser Traum doch noch da war, weil... ...ich... ...ich war wieder Carrie, verstehst du? Die kleine Carrie, die endlich die Dinge hatte, die sie damals wollte und... ...in dem Moment, wo ich das aufgeben sollte, da... ...konnte ich's nicht, weißt du, weil ich... ...das Gefühl hatte, ihr etwas wegzunehmen. Kannst du das irgendwie nachvollziehen, Doug? Ja. Ist... ...komisch, dass du das sagst. Denn all die Jahre... ...selbst... ...als alles gut zwischen uns lief... ...da... ...spürte ich, dass da was war, was dich... ...wegzog von mir. Die kleine Stimme im Inneren, die sagt... ...ich möchte nach Manhattan. Ich möchte nach Manhattan. Aber du hast's auch oft laut gesagt. Ja, das ist richtig. Ich hörte diese Stimme jeden Tag. Und jetzt höre ich nur noch ihre... ...ihre Stimme, die sagt... ...na, das, was chinesische Babys so sagen. Und ich will es haben. Und... ...und ich will dich. Und ich wünsche mir... ...dass wir den ganzen Mist vergessen... ...und dass wir... ...eine Familie sein können. Ich liebe dich, Carrie. Ich liebe dich auch. Oh Gott! Er muss aufstehen. Hoch mit ihm! Hi, Mingmei. Mingmei Heffernan. Weißt du was? Das klingt gut. Komm, Schatz, wir müssen zum Flughafen. Ich komm gleich. Mami und ich fliegen mit dir nach Hause, nach Queens. Queens wird dir gefallen. Queens hat die New York Mets. Es hat... ...sonst eigentlich nichts mehr. Früher gab's mal Pastramicking, aber den gibt's nicht mehr. Ist jetzt ein Buchladen. Die Welt ist schon verrückt, glaub mir. Oh, sie lächelt mich an. Oder sie hat in die Windel gemacht. Oder vielleicht beides, oder sie hat vielleicht nur... Ich bin schwanger. ...gepupst. Was? Ja, ich fühlte mich nicht gut nach der Landung und ich... ...hab einen Schwangerschaftstest gekauft in der Drogerie in der Lobby und... ...wir kriegen ein Baby. Und was wird mit dem hier? Ich weiß es nicht. Ich glaub, ich bekomm ne Panikattacke. Bleib ganz ruhig. Bist du sicher? Sicher bin ich sicher. Ich meine, hier... Wer von beiden ist schwanger? Der Affe oder der Drache? Das ist nur Dekoration. Es hat sich blau verfärbt. Das bedeutet, ich bin schwanger. Das war die Nacht im Apartment und... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Ärztin hat doch gesagt, du kannst nicht schwanger werden. Nancy sagte, wahrscheinlich nicht. Das passiert genau immer dann, wenn Paare aufgegeben haben, ist zu versuchen. Dann adoptieren sie ein Baby und... Oh Gott. Carrie, du musst dich beruhigen. Ich kann mich nicht beruhigen. Da gestern hatte ich keinen Mann und kein Baby und heute habe ich einen Mann und zwei Babys und bin in China. Das sind reichlich viele Veränderungen für einen Tag. Was tun wir denn jetzt? Ich sag dir, was wir tun. Wir werden heute nach Haus fliegen und beginnen unser neues Leben. Und zwar als Eltern von zwei bildschönen, wundervollen Kindern. Mit sehr unterschiedlich geformten Augen. Es wird alles wieder gut werden. Vertrau mir. Alles wird wieder gut werden. Hermann Mimil! Ist ok. Mein Baby ganz gut. Ja, bewieseổi. Es hat nicht sollen sein! Oh nein!